Das sexuelle Leben der Katharin M. von Katharin Millet Gelesen von Marion von Stengel 1. Die Zahl Zahlen und Mengen haben mich als Kind sehr beschäftigt. Deutlich erinnert man doch nur das aus den ersten Lebensjahren, was man selbst gedacht oder gemacht hat. Dabei kommt das eigene Bewusstsein zum ersten Mal zum Vorschein. Erlebnissen dagegen, die wir mit anderen teilen, haftet eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Gefühle, Bewunderung, Angst, Liebe oder Abscheu an, die andere Menschen in uns wecken und die wir als Kind noch weniger einordnen oder gar verstehen können als im Erwachsenenalter. Ich erinnere mich besonders gut an die Überlegungen, die ich jeden Abend vor dem Einschlafen beim gewissenhaften Zählen anstellte. Kurz nach der Geburt meines Bruders, ich war damals dreieinhalb, zogen wir um. In den ersten Jahren stand mein Bett im größten Zimmer der neuen Wohnung gegenüber der Tür. Ich konnte nicht einschlafen, solange ich mir nicht nacheinander bestimmte Fragen gestellt hatte. Dabei sah ich ins Licht aus der Küche gegenüber, wo meine Mutter und meine Großmutter noch zu Gange waren. Eine Frage drehte sich darum, mehrere Ehemänner zu haben. Nicht, ob es möglich sei, denn das war es wohl, sondern unter welchen Bedingungen. Konnte eine Frau mehrere Männer gleichzeitig haben oder immer nur eine nach dem anderen? Und wenn das zweite zutraf, wie lange musste sie mit einem verheiratet sein, bevor sie wechseln konnte? Und wie viele Männer waren angemessen? Ein paar? Fünf oder sechs? Oder sehr viel mehr? Unzählige gar. Wie würde ich damit umgehen, wenn ich groß wäre? In meiner Erinnerung sind diese Überlegungen mit anderen obsessiven Gedanken verknüpft, die ich mir gleichzeitig machte. Ich fühlte mich Gott gegenüber verpflichtet, jeden Abend für sein leibliches Wohl zu sorgen. Die Anzahl der Speisen und der Gläser mit Wasser, die ich ihm in Gedanken zukommen ließ – ich war mir unsicher, ob die Menge und die Häufigkeit der Gaben richtig war – wechselten daher mit der Frage nach der Anzahl der Männer und Kinder in meinem künftigen Leben ab. Ich war sehr fromm, und es ist nicht ausgeschlossen, dass meine Verwirrtheit über das wahre Wesen Gottes und seines Sohnes meinen Hang zum Zählen verstärkte. Gott war die dröhnende Stimme, die die Menschen zur Ordnung rief. Sein Gesicht zeigte er nicht. Doch man hatte mir beigebracht, dass Gott auch das rosa Porzellanpöpchen war, das ich jedes Jahr in die Krippe legte. Der Unglückliche am Kreuz, vor dem man betet. Aber er war auch Gottes Sohn. Und ein Phantom, das man Heiligen Geist nennt. Sicher wusste ich nur, dass Josef Marias Mann war und Jesus, Gott und Gottes Sohn zugleich, ihn Vater nannte. Maria war zwar Jesu Mutter, manchmal aber auch seine Tochter. Im Katechismusunterricht bat ich den Priester um ein Gespräch und legte ihm folgendes Problem dar. Ich wollte Nonne werden, mich mit Gott vermählen und in Afrika missionieren, wo es von armen Volkstämme nur so wimmelte. Ich wollte aber auch Männer und Kinder haben. Der Priester meinte lakonisch, solche Gedanken seien etwas verfrüht und beendete zügig das Gespräch. Bis die Idee zu diesem Buch entstand, dachte ich über meine Sexualität nie groß nach. Mir war gleichwohl bewusst, dass ich viele flüchtige Beziehungen gehabt hatte, was bei jungen Frauen, besonders meiner Herkunft, eher ungewöhnlich ist. Im Alter von 18 Jahren verlor ich meine Jungfräulichkeit, was nicht gerade früh ist, und schon wenige Wochen danach hatte ich zum ersten Mal Gruppensex. Dieses eine Mal ergriff nicht ich die Initiative, aber dann stürzte ich mich hinein. Was mir bis heute völlig unerklärlich ist. Ich dachte immer, es habe sich ebenso ergeben, dass mein Lebensweg mit Männern gesäumt war, die Gruppensex mochten, oder gern dabei zusahen, wie ihre Partnerin mit anderen Männern schliefen. Da ich gegenüber Neum eine natürliche Offenheit besaß und keine moralischen Probleme damit hatte, passte ich mich den Wünschen und Praktiken dieser Männer gerne an. Das war der einzige Gedanke, den ich mir zu diesem Thema je gemacht hatte. Doch eine Theorie leitete ich daraus nie ab und verteidigte folglich auch meine Lebensweise nach außen hin in keiner Weise. Wir waren drei Jungen und zwei Mädchen. In einem Garten auf einem Hügel über Lyon hatten wir zu Abend gegessen. In Lyon wollte ich einen jungen Mann besuchen, den ich kurz zuvor in London kennengelernt hatte. Und André, er war der Freund meiner Freundin und auch aus Lyon, hatte mich mit dem Auto von Paris aus mitgenommen. Unterwegs hatte ich André gebeten, zum Pinkeln kurz anzuhalten. Er war auch ausgestiegen, hatte mir zugesehen und mich gestreichelt, während ich da hockte. Es war mir nicht unangenehm gewesen. Trotzdem hatte ich mich ein bisschen geschämt. Vielleicht lernte ich in jenem Augenblick, mich aus der Verlegenheit zu ziehen, indem ich meinen Kopf zwischen seine Beine schob und seinen Schwanz in den Mund nahm. In Lyon blieb ich mit André zusammen. Wir wohnten bei seinen Freunden, einem Jungen namens Ringo und einer älteren Frau, der das Haus gehörte. Sie war jedoch nicht da und die Jungs nutzten die Gelegenheit zu einem kleinen Fest. Es kam noch ein anderer Junge mit einem großen Mädchen, das sehr kurzes, dichtes Haar hatte und ein wenig männlich aussah. Es war Juni oder Juli. Es war heiß und jemand hatte die Idee, wir sollten uns doch alle ausziehen und ins große Becken springen. Ich hörte, ein bisschen gedämpft, weil ich mir tatsächlich schon das T-Shirt über den Kopf zog, wie André rief, ich würde mich bestimmt nicht als Letzte hineinstürzen. Ich habe vergessen, wann und warum ich aufhörte, Unterwäsche zu tragen. Meine Mutter hingegen hatte mich angehalten, schon im Alter von 13 oder 14 Bügel-BHs und Miederhöschen zu tragen, denn eine Frau müsse ordentlich angezogen sein. Ich war immer schnell beim Ausziehen. Auch das andere Mädchen zog sich aus, doch ins Wasser ging niemand. Der Garten war gut einzusehen, sicherlich erinnere ich mich deshalb an das Zimmer, ich in der Kuhle eines hohen, schmiedeeisernen Betts. Über die Stäbe hinweg sah ich nur die hell erleuchteten Wände und ahnte, dass das andere Mädchen irgendwo auf einem Sofa lag. André bummste mich als erster, lange und ruhig, wie es seine Art war. Dann hörte er plötzlich auf und mich beschlich eine unsägliche Unruhe, als ich sah, wie er sich von mir entfernte, langsam und gebeugt zu einem anderen Mädchen ging. Dafür legte sich Ringo auf mich, und der dritte Junge, der war stiller und zurückhaltender als die anderen, stützte sich neben uns auf den Ellbogen und strich mit der freien Hand über meinen Oberkörper. Ringo's Körper war ganz anders als André's. Er gefiel mir besser, war größer, seniger. Ringo gehörte zu denen, die das Becken getrennt vom übrigen Körper bewegen. Auf die Arme gestützt bumsen sie, ohne sich auf die Frau zu legen. Doch auf mich wirkte André reifer, ältergenauer gesagt. Er war in Algerien gewesen. Sein Fleisch war nicht mehr ganz so fest und sein Haar nicht mehr ganz so dicht. Ich schlief gern neben ihm, den Hintern an seinen Bauch gedrückt und ich mochte es, wenn er mir sagte, ich hätte dafür genau die richtige Figur. Als Ringo aufhörte, übernahm der Junge, der uns zugeschaut und mich dabei gestreichelt hatte. Doch mich drückte schon länger die Blase und ich musste dringend pinkeln. Der schüchterne Junge war enttäuscht. Als ich zurückkam, schlief er mit dem anderen Mädchen. Ich weiß nicht, wer von beiden, Ringo oder André, so nett gewesen war mir zu sagen, er hätte bei ihr nur abgespritzt. Ich blieb etwa zwei Wochen in Lyon. Tagsüber arbeiteten meine Freunde. Die Nachmittage verbrachte ich mit dem Studenten, den ich in London kennengelernt hatte. Abends wartete die Clique am Kai am Ende der Straße auf mich. Sie waren immer ausgelassen und als der Vater des Studenten sie eines Tages sah, sagte er, allerdings in herzlichem Ton, ich müsse es ja faustdick hinter den Ohren haben, dass mir all diese Jungs zu Füßen legen. Offen gestanden, mit dem Zählen hatte ich aufgehört. Meine kindlichen Fragen nach der angemessenen Zahl der Ehemänner hatte ich völlig vergessen. Ich war keine Sammlerin. Mädchen wie Jungs, die bei Partys mit möglichst vielen flirteten, tatschten und sich betatschen ließen und knutschten, bis sie fast keine Luft mehr bekamen, nur um am nächsten Morgen in der Schule damit anzugeben, sie waren mir ein Gräuel. Ich begnügte mich mit der Entdeckung, dass diese Lust, die ich empfand, wenn ich in der unaussprechlichen Zartheit der Berührung fremder Lippen schwach wurde oder wenn sich eine Hand auf meine Scham legte, dass diese Lust sich unendlich oft wiederholen konnte, weil die Welt ja voller Männer war, die darauf auch Lust hatten. Der Rest war mir egal. Zweimal verliebte ich mich, immer in Männer, mit denen von Anfang an keine körperliche Beziehung möglich war. Der Erste war frisch verheiratet und zeigte keinerlei Interesse für mich. Der Zweite lebte weit entfernt. Mit meinen Freunden wollte ich keine feste Bindung eingehen. Der Student war mir zu langweilig. André war quasi mit meiner Freundin verlobt und Ringo lebte mit einer Frau zusammen. Und in Paris hatte ich diesen Freund, mit dem ich das erste Mal geschlafen hatte. Claude aber war in ein Mädchen aus besten Kreisen verliebt, das ihm so poetische Sätze sagen konnte wie Berühre meine Brust, sie ist zart heute Abend. Weiter durfte aber nicht gehen. Dieses Beispiel hatte mir irgendwie begreiflich gemacht, dass ich nicht zu den Verführerinnen gehörte und dass mein Platz in der Welt folglich nicht bei den Frauen, sondern an der Seite der Männer war. Nichts hinderte mich also daran, wieder und wieder eine Spucke zu kosten, die immer anders schmeckt und, ohne es anzusehen, ein Ding zu drücken, das mir immer ganz unverhofft in die Hände kam. Claude hatte einen schönen Schwanz, groß, gerade, und unsere ersten Treffen hinterließen bei mir die Erinnerung an eine Art Starre, als hätte mich dieser Schwanz gestreckt und gestopft. Als André vor meinen Augen die Hose aufknöpfte, war ich erstaunt, dass sein Ding kleiner war und beweglicher, weil er im Gegensatz zu Claude nicht beschnitten war. Ein von vornherein nackter Kopf erregt durch seine einheitliche Glätte. Doch wenn ich eine Vorhaut vor- und schiebe und dabei die Eichel enthülle, die wie eine große Blase im Schaumbad schwimmt, entsteht eine subtilere Lust, die sich in weichen Wellen bis in die Öffnung des anderen Körpers fortpflanzt. Ringo's Schwanz war eher wie Claude's Teil, der Schwanz der schüchternen Jungen ähnlich wie André's, der der Studenten gehörte einer Sorte an, die ich später richtig kennenlernte. Ohne besonders dick zu sein, fühlte sich in der Hand unmittelbar sehr massiv an, vielleicht weil die Haut, die ihn umgibt, fester ist. Ich machte die Erfahrung, dass jeder Schwanz anders auf mich wirkte und ich unterschiedlich damit umging. Und so, wie ich mich jedes Mal auf eine andere Haut, ein anderes Karnat, eine andere Behaarung und Muskulatur einstellen musste, so schien das eigene Wesen eines jeden Körpers eigene Stellungen zu verlangen. Kurz, wie damals als Kind in die Geisterbahn, stürzte ich mich blind ins Sexleben der Erwachsenen, um der Lust willen, wahllos gepackt und gebumst zu werden, oder besser, um mich wie ein Frosch von der Schlange verschlingen zu lassen. Ein paar Tage nach meiner Rückkehr schrieb mir André sehr feinfühlig nach Paris, dass wir uns alle den Tripper geholt hätten. Meine Mutter hatte den Brief geöffnet, sie schickte mich zum Arzt und gab mir Hausarrest. Doch nachdem sich meine Eltern nun vorstellen konnten, was ich im Bett trieb, ertrug ich aus einer Scham heraus, die extrem hartnäckig geworden war, das Zusammenleben mit ihnen nicht mehr. Ich bin abgehauen, sie haben mich wieder eingefangen. Irgendwann ging ich dann endgültig von zu Hause fort und zog zu Claude. Der Tripper war meine Taufe. Danach lebte ich jahrelang in Angst vor diesem Brennen, das mir jedoch nie mehr zu sein schien, als ein Erkennungszeichen, das gemeinsame Schicksal all jener, die eben viel vögeln. Wie einen Kern aus seiner Schale Bei den größten Sexpartys, an denen ich in den darauffolgenden Jahren teilnahm, machten bis zu 150 Personen mit, nicht alle vögelten, manche sahen auch nur zu. Ein Viertel oder Fünftel von ihnen nahm ich, wie es kam, mit den Händen, mit dem Mund, mit der Möse, mit dem Arsch. Ich habe auch mit Frauen gefögelt oder sie gestreichelt, allerdings nicht so häufig. In den Clubs schwankten die Zahlen natürlich je nach Teilnehmern, aber auch je nach Raumnutzung. Darauf komme ich noch zu sprechen. Die Zahl der Männer, mit denen ich abends im Voir de Boulogne zu Gange war, ist noch schwieriger zu schätzen. Müsste ich auch jene hinzuzählen, denen ich mit dem Kopf am Lenkrad einen blies? Oder bei denen ich mich in der Kabine eines Lastwagens auszog? Und müsste ich all die Körper ohne Kopf vernachlässigen, die sich hinter der Wagentür abwechselten und ihre unterschiedlich steifen Pimmel mit wilder Hand wichsten, während die andere Hand aus dem offenen Fenster langte und meine Brust knetete? 49 Männern, mit denen ich geschlafen habe, kann ich einen Namen zuordnen und in manchen Fällen auch eine Identität. Jene aber, die sich in der Anonymität verlieren, kann ich nicht zählen. Auch wenn auf den Partys Leute waren, die ich kannte oder wiedererkannte, konnte ich im Durcheinander der Berührungen und bei den schnell aufeinander folgenden Fix vielleicht die Körper erkennen oder besser gesagt deren charakteristische Merkmale, aber nicht immer die Gesichter. Das ging so, bis Erik sich aus der Gruppe löste und mich herausschälte, wie einen Kern aus seiner Schale, um es mit seinen eigenen Worten zu sagen. Erik lernte ich mit 21 kennen. Er wurde mir angekündigt. Gemeinsame Freunde hatten mir des Öfteren versichert, dass Erik bei meinen Neigungen genau der Mann wäre, den ich treffen müsse. Nach den Ferien in Lyon hatten Claude und ich weiterhin Sex zu mehreren. Mit Erik wurde es intensiver, nicht nur, weil er mich an Orte brachte, wo ich mich wie gerade beschrieben unzähligen Händen und Schwänzen hingeben konnte, sondern weil die Treffen richtiggehend organisiert waren. Für mich gab es immer einen klaren Unterschied zwischen mehr oder weniger spontanen Geschichten. Wenn sich nach einem Essen die Leute auf Betten und Sofas verteilen oder wenn eine ausgelassene Gruppe an der Portofin herumfährt, Kontakt mit einer anderen Gruppe im Auto aufnimmt und schließlich alle in einer großen Wohnung durcheinandervögeln. Und den Abenden, die Erik und seine Freunde planten. Mir war der klare Ablauf jener Abende und ihr ausschließliches Ziel lieber, es gab keine Hast, keine Hemmungen. Keine äußeren Einflüsse wie Alkohol oder aufreizendes Verhalten störten die Mechanik der Körper. Ihr Kommen und Gehen war von insektenhafter Getriebenheit. Am meisten beeindruckten mich Victors Geburtstagsfeiern. Am Eingang zu seinem Anwesen standen Werther mit Hunden und Walkie-Talkies. Die vielen Leute schüchterten mich ein. Manche Frauen waren dem Anlass entsprechend gekleidet und trugen durchsichtige Sachen, um die ich sie beneidete. Solange immer neue Leute kamen und man Champagner trank, hielt ich mich abseits. Ich fühlte mich erst wohl, wenn ich Kleid oder Hose los war. Mein echtes Kleid war die Nacktheit. Sie schützte mich. Lustig fand ich die Innenarchitektur. Sie ähnelte der Einrichtung eines Geschäfts am Boulevard Saint-Germain, der Jaminerie, die damals sehr trendig war. Eine Grotte mit Gewölben aus weißem Gips. Der Raum lag im Untergeschoss. Das Licht kam vom Grund eines Pools hinter der Grotte. Durch eine Scheibe konnte man wie auf einem riesigen Bildschirm Körper sehen, die von der oberen Ebene ins Wasser gesprungen waren. Ich beschreibe einen Ort, an dem ich mich nie viel von einer Stelle zur anderen bewegte. Das Ausmaß der Dinge hatte sich verändert, aber die Situation war nicht sehr viel anders als beim ersten Mal in Lyon. Erik brachte mich zu einem Bett oder einem Sofa in einem Alkoven. Er ergriff die Initiative und zog mich aus. Das hatten wir uns irgendwie angewöhnt. Er fing an, mich zu streicheln und zu küssen und sofort kamen andere. Ich lag fast die ganze Zeit auf dem Rücken. Vielleicht, weil die andere verbreitete Stellung, bei der die Frau auf dem Mann reitet, sich weniger für mehrere Beteiligte eignet und sicher auch eine persönlichere Beziehung zwischen den beiden Partnern voraussetzt. Wenn ich lag, konnten mich mehrere Männer berühren, während einer sich mit aufrechtem Oberkörper, damit er zusehen konnte und die anderen mehr Platz hatten, mit meiner Möse beschäftigte. Ich gab mich den verschiedensten Berührungen hin. Eine Hand rieb mit kräftigen, kreisförmigen Bewegungen den Teil meiner Scham, den sie erreichen konnte. Eine andere streichelte meinen Oberkörper oder reizte meine Nippel. Diese Berührungen machten mir noch mehr Lust als das Vögeln selbst. Vor allem die Schwänze, die über mein Gesicht streiften oder die Eichel an meinen Brüsten rieben. Gerne schnappte ich einen im Vorübergehen mit dem Mund, ließ meine Lippen auf- und abgleiten, während schon ein anderer von der Seite kam, an meinem gestreckten Hals seine Ansprüche anmeldete und ich dann den Kopf drehte und den Neuankömmling aufnahm. Oder ich hatte einen im Mund und einen in der Hand. Unter diesen verhältnismäßig kurzen und immer wechselnden Berührungen öffnete sich mein Körper mehr, als wenn ich die harten Ständer in mir spürte. Diesbezüglich erinnere ich mich an eine Steifheit, die meine Schenkel befiel, nachdem man mich etwa vier Stunden genagelt hatte, umso mehr als viele Männer die Schenkel der Frau gern weit spreizen, um besser sehen und tiefer stoßen zu können. Als man mich dann ausruhen ließ, merkte ich, dass meine Scheide steif war. Es war eine Wolllust, die harte Scheidenwand zu spüren. Sie fühlte sich schwer an und schmerzte ein wenig und auf irgendeine Art bewahrte sie die Abdrücke all der Schwänze, die sich hineingeschoben hatten. Die aktive Spinne in der Mitte ihres Netzes. Dieser Platz gefiel mir. Einmal, nicht bei Victor, sondern in einer Sauna an der Plastik-Klischee, verließ sich praktisch den ganzen Abend lang meinen Platz in einem großen Sessel nicht. Dabei stand in der Mitte des Raumes ein riesiges Bett. Die Ruten präsentierten sich mir auf Augenhöhe. Ich konnte lutschen und blasen und dabei mit den Händen zwei Schwänze gleichzeitig wichsen. Meine Beine waren angezogen und wenn die Schwänze steif genug waren, machten sie nacheinander in meiner Möse weiter. Ich selbst schwitze nur wenig, doch manchmal war ich vom Schweiß meiner Partner getränkt. Zudem kleben auch immer spermatropfen an Schenkeln, Brüsten, im Gesicht und in den Haaren und die Männer auf solchen Partys spritzen gern in eine Möse, die schon gekleistert ist. Hin und wieder riss ich mich auch unter dem Vorwand aufs Klo zu gehen, von der Gruppe los und wusch mich. In Victors Haus gab es ein Bad mit bläulichem Licht, hell, aber nicht grell. Oberhalb der Wanne zog sich ein Spiegel über die ganze Wand und die tiefen, weichen Reflexionen machten den Raum noch angenehmer. Ich sah meinen Körper und war erstaunt, dass er dünner war, als ich ihn noch wenige Momente zuvor empfunden hatte. Im Bad wechselte man in aller Ruhe ein paar Worte. Ich bekam Komplimente für meine weiche Haut oder für meine Zungenfertigkeit beim Blasen, was ich anders aufnahm, als wenn ich unter Körpern begraben lag und hörte, wie man über mich sprach. Dann nahm ich es, wie aus weiter Ferne war, wie ein Kranker, der geschwächt darlegt und die Gespräche der Visite hört, die von Bett zu Bett geht. Ein Wasserstrahl in meine steife, offene Feige Es kam jedoch selten vor, dass einer, der dort auch Pause machte, nicht die Gelegenheit nutzte und seinen nicht mehr ganz harten, aber noch ausreichend steifen Schwanz an meinen Lippen rieb, wenn ich auf dem Bidet hockte. Oft öffnete ich auch, gerade ein wenig erfrischt und mit den Händen aufs Waschbecken gestützt, meinen Schoß, dem immer zielsicherer werdenden Drängen eines Schwanzes, der noch ein paar Mal heftig zustoßen konnte. Zu spüren, wie ein Schwanz zwischen die großen Schamlippen gleitet, sie langsam voneinander löst und sich dann in einen Raum schiebt, dessen Weite ich in langen Jahren erforschen konnte, macht mir die größte Lust. Ich wurde nie ungeschickt oder grob angefasst, stets schenkte man mir Aufmerksamkeit. War ich müde oder wurde die Stellung unbequem, musste ich es nur sagen, oder Erik, der nie weit weg war, griff ein und man ließ mich aufstehen oder ausruhen. Die unaufdringliche, fast gleichgültige Freundlichkeit auf diesen Partys kam der jungen Frau, die ich damals war und die in zwischenmenschlichen Beziehungen eher unbeholfen war, sehr entgegen. Die Gesellschaft im Bois war gemischter, nicht nur unter sozialen Gesichtspunkten. Ich glaube, dass ich dort manchmal mit Männern zu tun hatte, die noch schüchterner waren als ich. Die Gesichter schaute ich nur selten an, aber ich sah Augen, die mich abwartend, manchmal sogar erstaunt betrachteten. Die Stammgäste im Bois kannten einschlägige Stellen und organisierten kurz den Ablauf, manche hielten sich eher im Hintergrund, andere sahen nur zu. Der Rahmen und die Hauptdarsteller konnten von einem Mal aufs andere wechseln und Erik musste sich neue Inszenierungen ausdenken. Ich begleitete ihn immer ein wenig besorgt, doch komischerweise gefiel es mir, unter neuen Umständen vertraute Reaktionen und Beziehungen wiederzufinden. An eine Episode erinnere ich mich deutlich. Es war in der Nähe der Porte Maillot in einer Parkanlage, wie es sie überall am Boulevard de la Miral-Bruy gibt. Ich lag auf einer Bank aus Beton, der wegen des enthaltenen Granulats sehr rau war. Eine Gruppe hatte sich gebildet. Rechts und links meines Kopfes sah ich den Unterleib von drei, vier Männern, die sich an meinem Mund zu schaffen machten. Dazwischen konnte ich bei den Männern im äußeren Kreis deutlich die Spur der wichsenden Hände sehen, wie vor- und zurückschnellende Federn. Dahinter sah ich noch Schatten von Zuschauern. Als sie mein Kleid hochschoben, hörte man einen Aufprall. Sie ließen mich liegen. Ich wartete eine Weile, dann ging ich zu ihnen. Sie standen an der Hecke. Ein Austin Mini war gegen ein beleuchtetes Verkehrsschild in der Mitte der Straße gefahren. Jemand sagte, eine junge Frau sei im Wagen. Ein kleiner Hund rannte wie verrückt herum, das Schild und die Scheinwerfer des Wagens leuchteten gelb und weiß durcheinander. Bald waren dann wohl die Sirenen der Rettungswagen zu hören, denn ich ging zur Bank zurück. Als ob die ganze Szene zurückgeschnellt sei, bildete sich wieder der Kreis und die Darsteller nahmen ihre Plätze ein, wie vor der Unterbrechung. Ein paar Worte wurden gewechselt. Der Unfall hatte plötzlich wieder eine bis dahin stumme Verbindung zwischen den Menschen hergestellt und ich war wieder in meiner kurzlebigen, kleinen Gemeinde, die Verschworen ihrer besonderen Tätigkeit nachging. Im Bois genoss ich es, wenn seltene Wortwechsel die üblichen Bewegungen und Stellungen begleiteten und so ein ungewöhnliches Treffen zugleich entschärften und hervorhoben. Eines Abends, die Portofin war fast menschenleer, sahen wir im Licht der Scheinwerfer zwei sehr große Schwarze am Gehwegrand. Sie sahen aus, als hätten sie sich verirrt oder warteten in einem verlassenen Vorort vergebens auf einen Bus. Sie nahmen uns mit in eine Dienstbotenkammer in der Nähe. Der Raum war eng, das Bett schmal. Erst nahm ich der eine, dann der andere. Während der eine auf mir lag, saß der andere am Bettrand und tat nichts. Er schaute einfach zu. Sie hatten nicht sehr dicke, aber so lange Schwänze, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Sie bewegten sich langsam und drangen tief ein, ohne dass ich die Beine weit spreizen musste. Sie waren wie Zwillinge. Die beiden Akte folgten ohne hektische Berührungen aufeinander. Sie wussten, wo sie mich anfassen wollten und im Gegenzug genoss ich die große Fläche Haut, die sie mir darboten. Ich ließ mir damals sicherlich Zeit, das beharrliche Buren vollständig auszukosten. Während ich mich wieder anzog, unterhielten sie sich mit Erik über die Gewohnheiten im Bois und über ihre Arbeit als Köche. Zum Schluss dankten sie mir mit der Höflichkeit aufrichtiger Gäste und ich behielt sie in liebevoller Erinnerung. Im Che-Aimee, einem vielbesuchten Club, kamen die Leute von weit her, sogar aus dem Ausland. Noch Jahre nach der Schließung staunte ich wie ein kleines Mädchen, wenn Erik mir die Namen bekannter Persönlichkeiten aufzählte. Schauspieler, Sänger, Sportler, Geschäftsleute, die ich dort treffen konnte. Ich habe die Augen jedoch nie weit genug aufgemacht, um sie zu erkennen. Im Che-Aimee betrat man erst die Bar. Ich kann mich nicht erinnern, dass man mich dort genommen hätte. Allerdings gehört es zum Kanon meiner ältesten Fantasien, dass ich das Englischleder eines Hockers an der Möse spüre, meine zusammengedrückten Arschbacken werden verstohlen, betatscht. Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt sehr viel von dem wahrnahm, was um mich herum vorging, von den Frauen auf den Barhockern, denen man wirklich den Arsch knetete. Wie gesagt, mein Platz war auf einem Tisch in einem der hinteren Zimmer. Die Wände waren kahl, es gab keine Stühle, keine Bänke, nur diese rustikalen Tische und Hängelampen. Zwei, drei Stunden blieb ich dort. Es spielt sich immer das Gleiche ab. Hände streichen über meinen Körper, ich schnappe Schwänze, drehe den Kopf nach rechts und nach links und lutsche, während andere Schwänze in meinen Schoß stoßen. Ungefähr 20 konnten sich an einem Abend abwechseln. Die Frau auf dem Rücken, Geschlechtsorgane auf gleicher Höhe, der Mann steht fest auf den Beinen. Das ist die bequemste und beste Stellung, die ich kenne. Die Wulwe ist ganz offen, der Mann kann bequem, waagerecht eindringen und ungehindert bis zum Muttermund stoßen. Kräftiges, genaues Vögeln. Manchmal bekam ich so heftige Stöße, dass ich mich mit beiden Händen an der Tischkante festhalten musste und lange Zeit hatte ich eine kleine Schürfwunde oberhalb des Steißbeins, wo meine Wirbelsäule auf dem harten Holz scheuerte. Mit Ausnahme des Bois, und auch da eigentlich nicht, vögelt man nicht, ohne sich vorher zu begrüßen, ohne sich Zeit für ein paar Worte zu nehmen und erst einmal ein Glas Wein zu trinken, das man gereicht bekommt, oder den Aschenbecher herumgehen zu lassen. Ich mochte diesen Spannungsaufbau nie, dennoch konnte ich mich leichter als andere an bestimmte Regeln halten. Armand war lustig. Er zog sich immer schon aus, wenn alle noch am Plaudern waren. Eine ungebührliche Vorwegnahme einiger Minuten, und er legte seine Kleider immer so sorgfältig zusammen wie ein Kammerdiener. Oder diese Gruppe, die nie vögelte, ohne vorher zu essen, und zwar immer im selben Restaurant. Es war wie beim Klassentreffen. Immer wieder machte es sie an, wenn eine der beteiligten Frauen sich Slip- oder Strumpfhose auszog, solange der Kellner servierte. Ich machte mit, auch wenn ich es ein bisschen blöd fand. In einem Sexladen Zoten zu reißen, fand ich hingegen obszön. Vielleicht spürte ich den Unterschied zwischen dem Geplänkel als Vorspiel und Vorbereitung auf das wirkliche Stück und dem Getue, das nur stört. Im ersten Fall wird etwas inszeniert, im zweiten nicht. Es ist wirklich viel am Platz. Manchmal reagiere ich noch heute wie eine Katholikin, bekreuzige mich heimlich, wenn ich ein Unglück fürchte, fühle mich beobachtet, wenn ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht oder mich geirrt. Ich könnte aber nicht sagen, dass ich wirklich an Gott glaube. Vielleicht verließ der Glaube mich, als ich anfing, Sex zu haben. So fühlte ich mich leer, ohne Mission. Ich wurde passiv, ohne Ziel. Es sei denn, die anderen gaben es mir vor. Und diese Ziele verfolgte ich mehr als beharrlich. Wenn das Leben immer so weiterging, würde ich endlos so weitermachen, denn die Ziele hatte nicht ich mir gesetzt. Mit dieser Haltung handelte ich nie einer Aufgabe zuwider, mit der man mich betraute. Schon jahrelang leite ich die Redaktion der Artpress. Ich habe die Zeitschrift mitgegründet und mich dieser Arbeit verschrieben, damit eine Identifikation entsteht zwischen ihr und mir. Doch ich fühle mich eher wie ein Lokführer, dessen Zug nicht entgleisen darf, denn wie ein Kapitän, der den Hafen kennt. So habe ich auch gefügelt. Ich war völlig verfügbar. In der Liebe wie im Berufsleben hatte ich kein Ideal, das ich erreichen wollte. Man definierte mich als eine Person ohne Tabus, ohne jegliche Hemmungen und ich hatte keinerlei Grund, diese Rolle nicht anzunehmen. Meine Erinnerungen an die Partys, an die Abende im Bois oder in Gesellschaft meiner Freunde und Liebhaber sind mit den Räumen eines japanischen Palastes vergleichbar. Man glaubt sich in einem geschlossenen Raum, dann aber verschiebt sich eine Wand, offenbart eine weitere Zimmerflucht und geht man weiter, öffnen und schließen sich immer wieder die Wände. Wenn es viele Räume gibt, kann man auf unzählige Art und Weise von einem zum anderen gehen. Träumereien Wenn ich die vorigen Seiten wieder lese, kommen noch ältere Bilder hoch. Bilder, die davor schon in meinem Kopf existiert hatten. Wie ich zu diesen Bildern kam, lange bevor ich zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen hatte und lange bevor ich begriffen hatte, worum es dabei eigentlich ging, bleibt ein faszinierendes Geheimnis. Fotos in der Cinemont, Andeutungen meiner Mutter, zum Beispiel, wir verlassen ein Café, dort sitzen ein paar junge Leute zusammen, darunter nur ein Mädchen. Meine Mutter zischt. Die schläft bestimmt mit jedem. Oder mein Vater kommt spät nach Hause, genauer gesagt, nachdem er im Café war. Ich schnappte diese Fetzen auf und verband sie miteinander, verwob sie mit allerlei Triebhaftem, sodass die Geschichten, die ich mir ausdachte und dabei die Schamlippen aneinander rieb, meine späteren Abenteuer schon bestens vorweg nahmen. Strukturelle Ähnlichkeiten zwischen erlebten und vorgestellten Situationen gibt es bei mir viele, auch wenn ich nie willentlich versucht habe, Letztere in die Tat umzusetzen und auch wenn das Geliebte meine Träume nur wenig nährte. Vielleicht machten die Fantasien, die sich seit meiner Kindheit in mir festgesetzt hatten, mich offen für eine Vielzahl von Erfahrungen. Da ich mich für diese Fantasien nie geschämt, sie nie verdrängt habe, mir im Gegenteil immer neue ausmalte und ausschmückte, waren sie kein Gegenpaar zur Wirklichkeit, sondern eine Art Gitter, durch das mir mein Leben, das andere vielleicht ausschweifend fanden, ganz normal erschien. Mein Bruder und ich spielten nur selten in den kleinen Grünanlagen der Stadt. Doch auf unserem Schulweg lag eine, durch die wir gern gingen. Auf einer Seite war sie von einer langen Mauer gesäumt, an der beschattet von Büschen drei schöne Hütten aus Ziegel und grüngestrichenem Holz standen. In einer Hütte wurden die Gartengeräte aufbewahrt, die beiden anderen waren öffentliche Toiletten. Jungs trieben sich in kleinen Gruppen in der Anlage herum. Bei der allerersten Geschichte, die mich über viele Jahre bei der Masturbation begleitete, stellte ich mir vor, dass ein Junge mich in eine dieser Hütten zog. Ich sehe, wie er mich auf den Mund küsst und mich überall berührt, während seine Kumpel zu uns herüberkommen. Alle machen mit. Alle stehen um mich herum und ich drehe mich in der Mitte im Kreis. Fast an allen Wintersonntagen gingen wir abwechselnd mit Mutter oder Vater in die Martinee im Kalifornia, einem Kino im Viertel. Egal was lief, auch Trailer oder sehr kurze, nur halb verstandene Szenen in einem Liebesfilm konnten meine Vorstellung anregen. Ich dachte mir aus, dass ich allein ins Kino darf. Vor der Kasse steht eine lange Schlange. Plötzlich drückt mich jemand von hinten. Auch hier machen wieder alle mit. Und als ich an der Kasse ankomme, sieht die Kassiererin, dass mein Rock hochgeschoben ist. Ich kaufe eine Karte, während sich einer an meinem Hintern reibt. Einen Slip trage ich nicht. Die Erregung greift um sich. Als ich durchs Foyer gehe, sind meine Brüste schon entblößt. In dem Bild, das ich von mir als erwachsener Frau damals zeichnete, habe ich schöne große Brüste. In meinen Fantasien ist das auch heute noch so, auch wenn ich in Wirklichkeit nur einen mittelgroßen Busen habe. Manchmal bittet der Kinodirektor uns ruhig, aber bestimmt doch zu warten, bis wir im Saal wären und dort unsere Zügellosigkeiten fortzusetzen. Die ersten Bilder Ich knutsche mit einem Jungen auf einem Sitz. Er ist gewissermaßen der schweigsame Bandenführer, der sich schließlich brutal von mir abwendet, nachdem er mich bis zum Gehtnicht mehr heiß gemacht hat, dann ein anderes Mädchen küsst und mich seinen Jungs überlässt, mit denen ich auf dem Teppichboden zwischen den Sitzreihen herummache. Fortsetzung Gut situierte Männer verlassen ihren Platz an der Seite ihrer argwöhnischen Frauen, gehen durch den dunklen Saal und rutschen auch auf mir herum. Manchmal lasse ich während dieser Spiele das Licht anmachen oder ich gehe aufs Klo und zwischen Saal und Klo herrscht ein Kommen und Gehen. Von Zeit zu Zeit schalte ich auch die Polizei ein. Eine Variante Der Kinodirektor lässt erst mich in sein Büro rufen, dann die Jungs. Andere Variante Ich folge der Gruppe, die mich in der Schlange angemacht hat, auf irgendein Gelände. Hinter einem Zaun ziehen sie mich aus und betatschen mich. Die Jungs bilden einen dichten Kreis um mich, wie einen zweiten Zaun, der mich vor den Blicken der Passanten schützt. Einer nach dem anderen löst sich aus dem Kreis und kommt zu mir. In einer anderen Geschichte liege ich in einer Nacht auf einer Bank, rechts und links ein Mann. Während ich mit dem einen zu Gange bin und wir uns gierig küssen, streichelt mich der andere. Dann will ich mich auf die andere Seite drehen und den zweiten küssen, doch der erste lässt mich nicht los. Oder er macht einen neuen Platz und so schwenke ich unablässig von rechts nach links und zurück. Ich bin nicht sicher, ob ich zu Zeiten, da ich mich solchen Vorstellungen hingab, schon Flirts hatte oder überhaupt schon einen Jungen geküsst hatte. Ich habe spät angefangen. Nach der Schule kamen öfter ein paar Freunde zu mir aufs Zimmer, das ich mit meinem Bruder teilte, aber mit ihnen habe ich eher gerauft. In diesem Alter sind Mädchen körperlich weiterentwickelt als Jungs. Ich war ziemlich kräftig und ab und zu überlegen. Wenn ich schon meine Fantasien aus Kindheit und Jugend schildere, muss ich auch sagen, dass zwischen meinen Vorstellungen und meinem anfänglichen Verhalten, vor allem in der Pubertät, eine Diskrepanz bestand. Bei einem Roman von Hemingway, Es könnte Fiesta gewesen sein, brachte mich die Schilderung einer weiblichen Figur, der er mehrere Liebhaber zugedacht hatte, so durcheinander, dass ich die Lektüre abbrach und nie wieder aufnahm. Ein Gespräch mit meiner Mutter verursachte ein weiteres kleines Trauma. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema zu sprechen kamen. Ich sehe nur noch, wie sie in der Küche den Tisch deckte und mir anvertraute, dass sie in ihrem Leben sieben Liebhaber gehabt hatte. Sieben, sagte sie und sah mich an, ist nicht gerade viel. Doch in ihrem Blick lag eine fragende Scheu. Ich verzog das Gesicht. Zum ersten Mal hörte ich es ausgesprochen, dass eine Frau mehrere Männer haben konnte. Sie verteidigte sich. Wenn ich lange Zeit später an diese seltene Vertraulichkeit dachte, bereute ich meine Reaktion. Sieben, was war das schon gegenüber einer Bilanz, die nie gezogen wurde? Als ich besser Bescheid wusste, worin sexueller Kontakt besteht, bezog ich ihn natürlich in meine Träumereien mit ein, ohne dass der Kuitus jedoch die Möglichkeit ausschloss, von einem Partner zum anderen zu wechseln. Sexuelle Fantasien sind so persönlich, dass man sie in Wirklichkeit kaum mit anderen teilen kann. Trotzdem hatte ich eine ausgereifte Vorstellungskraft und einen Fundus, aus dem ich schöpfen konnte, als ich später mit Männern schlief, die gern dabei reden. Gemeinschaften Vielzahl kann man sich auf zwei Arten vorstellen, als Menge, in der die Individuen verschmelzen, oder als Reihe, in der das, was die Individuen trennt, sie auch vereint. Wie ein Verbündeter die Schwäche des anderen ausgleicht, wie ein Sohn dem Vater ähnelt und doch ein ganz anderer ist. Die ersten Männer, die ich kennenlernte, machten mich gleich zur Vertreterin eines Netzes, dessen Mitglieder sich nicht alle kennen, zum unbewussten Mitglied einer im biblischen Sinn weit verzweigten Familie. Die Kunstszene besteht aus einer Vielzahl von Gemeinschaften, von Familien, deren Treffpunkte zu jener Zeit, da ich als Kritikerin anfing, nicht mehr die Arbeitsstätten, Ateliers, Galerien, Zeitschriftenredaktionen waren, sondern die Cafés. Diese kleinen Gemeinden waren natürlich Tummelplätze gelegentlicher Liebesabenteuer. Ich wohnte mitten in Saint-Germain-de-Pret, damals immer noch das Viertel mit den Galerien für zeitgenössische Kunst und es waren immer nur ein paar Schritte von einer Ausstellung zu einem erotischen Zwischenspiel. Ich erinnere mich, wie ich mit einem neuen Malerfreund durch die Rue Bonaparte ging. Ein zurückhaltender Junge, der nie richtig den Kopf hebt, nicht, wenn er breit übers ganze Gesicht lächelt, nicht, wenn er mich durch seine dicken Brillengläser hindurch anblickt. Ich weiß nicht mehr, wie er mir zu verstehen gab, dass er Lust auf mich hatte, bestimmt sehr vorsichtig. Weißt du, ich hätte Lust mit dir zu schlafen. Wahrscheinlich hat er mich nicht mal angefasst. Ich musste nicht viel sagen, ich fasse schnell einen Entschluss. Ich nehme ihn mit zu mir, er lässt sich führen, ohne sich bewusst zu sein, dass auch er mich anmacht, indem er mich so ganz unterwürfig und unsicher anschaut. Meine Lust kommt genau in dem Moment, wenn meine Entscheidung getroffen und der andere ein wenig überrumpelt ist. Ich habe dann das berauschende Gefühl, eine Heldentat zu vollbringen. Aber um sein Vertrauen zu gewinnen, habe ich nichts Besseres als die Worte einer Göre, die sich gerade vom elterlichen Joch befreit hat und sage dümmlich, ich will alles. Er sieht mich immer noch an. Einer, der bei irgendeiner Gelegenheit einmal mit mir ging, gestand mir später, dass meine Mann sah da auf ihn wie das Zimmer in einem Stundenhotel und die grobe Tagesdecke wie eine Plane gewirkt hätte, die man sitzam übers Bett gebreitet hatte, um es vor dem zu schützen, was sich dort abspielte. Durch eine seltsame Verkehrung der Empfindsamkeit bin ich gegenüber den Verführungskünsten eines Mannes eher blind. Ganz einfach, weil es mir lieber ist, wenn er sparsam damit umgeht, aber darauf komme ich noch zu sprechen. Ich weiß jedoch sehr genau, wann ich einer Frau gefalle, ohne dass ich jemals erwarten würde, dass mir eine auch nur die geringste Lust macht. Nun, ich weiß gut, dass es vernichtend schön sein kann, über die zarte Haut der grenzenlosen Weite zu streichen, die ein Frauenkörper fast immer darbietet, sehr viel seltener ein Männerkörper. Aber ich habe mich diesen Berührungen und den dazugehörigen lesbischen Spielen nie hingegeben, und wenn es sich auf den Partys ergab, dann nur, um nicht gegen die Regeln zu verstoßen. Eine Ausnahme gab es auf einer improvisierten Party, wo die Hälfte der Teilnehmer jeweils einen anderen mitbrachte, allesamt Neulinge. Ich lag eine Zeit lang allein mit einer Blonden auf dem dicken, schwarzen Teppichboden im Bad. Sie war sehr mollig. Wangen, Hals, Brust, Hintern und natürlich die Waden. Sie hatte einen wunderschönen Namen, Leon. Leon hatte sich ein wenig bitten lassen, bis sie schließlich mitmachte, und dann saß sie da, ganz nackt, wie ein goldener Buddha im Tempel. Ich hockte ein Stückchen unterhalb von ihr, sie saß auf der Stufe, die die erhöhte Badewanne umgab. Wie waren wir in dieser Ecke gelandet, wo die Wohnung doch groß und bequem war? Vielleicht wegen ihrer Unentschlossenheit und weil ich die Rolle einnahm, zu der ich mich wieder einmal verpflichtet fühlte, die, die zuvorkommend den Anfang macht. Mein ganzes Gesicht schwamm in ihrer üppigen Vulva. Nie zuvor hatte ich so eine geschwollene Muschel ausgeschlürft. Sie füllte den Mund wahrhaftig wie eine dicke Aprikose, wie die Südfranzosen sagen. Ich hing an ihren großen Schamlippen wie ein Blutegel, dann ließ ich von der Frucht ab und drang mit der Zunge ein, um die Zügel zu lösen, um schon vorher so viel wie möglich von der Süße ihres Lochs zu haben. Von dieser Weichheit, gegenüber der die Haut an der Brust oder Schulterrundung rein Nichts ist. Sie gehörte nicht zu denen, die sich bewegen. Sie stöhnte nur, leise und weich, wie der Rest von ihr auch war. Es klang ehrlich und erregte mich unglaublich, wie ich dann an ihrem vorspringenden fleischigen Knöpfchen saugte, wie es mich anmachte, ihrer Lust zu lauschen. Als wir uns dann alle wieder anzogen, fröhlich reckte aus als andere und war's schön? Als ob sie keinen Grund gehabt hätte, sich hinzugeben. Sie schlug die Augen nieder und sagte mit Betonung auf dem ersten Wort, eine Person hätte sie sehr erregt und ich dachte, mein Gott, mach, dass wenn er sagt, dass unsere Sexbesessenheit und unser Bekehrungseifer eher auf jugendliche Verspieltheit zurückzuführen waren. Wenn wir uns zu viert oder fünft in der winzigen Wohnung auf dem Bett im Erker tummelten, was den Eindruck noch verstärkte, wir würden uns in einem Versteck zusammenkauern, dann deshalb, weil das Abendessen sich zu einem Ringelpiez mit Anfassen auswuchs. Die Gäste kitzelten sich unter dem Tisch mit den Füßen den Schoß oder einer streckte den Finger aus, den er in eine besonders durchscheinende und leicht duftende Soße gesteckt hatte. Für Henri war es ein Spiel in Begleitung eines Mädchens zu kommen, das er eine halbe Stunde zuvor in einer Galerie kennengelernt hatte. Oder unsere kleine Bande streifte um vier Uhr morgens herum und suchte die Wohnung einer Freundin, bei der wir uns unbedingt auf den schönen Laken wälzen wollten. Jedes zweite Mal ging es daneben. Das Mädchen ließ sich befummeln, sich den BH aufhaken oder den Slip herunter ziehen, doch den Rest des Abends saß sie auf einem Stuhl und rührte sich nicht, sagte, nein, sie könne nicht, würde aber gern zusehen, ja, das wäre schon in Ordnung für sie und sie würde warten, bis wir uns selbst als jenen, die wir angeblich mit einbeziehen wollten. Henri und ich landen in einer großen Altbauwohnung am Boulevard Beaumarchin, wo Intellektuelle wohnen, die das blanke, knarzende Parkett und die unzureichende Deckenbeleuchtung im Originalzustand belassen. Der Freund empfängt uns mit einem breiten und steten Lächeln, das seinen dichten Bad teilt. Verheiratet ist er mit einer modernen Frau, die jedoch mürrisch zu Bett geht. Und wir, wir brechen die Tabus. Ich glaube mich zu erinnern, dass ich bebte und zwischen ihrem Urinstrahl schallend lachte. Aber nein, verbessert mich Henri, nur er hat mich angepisst. Sicher jedenfalls ist, dass wir uns dazu in die große Badewanne aus emailliertem Blech setzten. Dann vögelten wir zu dritt auf dem Balkon. Ich wohne für ein paar Monate bei einer Freundin, schlafe in einem ganz kleinen Mansardenzimmer ohne Möbel. Manchmal leisten mir die Katzengesellschaft. Wenn ihr Freund kommt, lässt sie die Tür ihres Zimmers weit offen stehen. Sie halten sich in ihren Ausrufen nicht zurück. Doch ich komme nicht auf die Idee, mich ihnen anzuschließen. Ich mische mich nicht in die Angelegenheiten anderer ein. Ich kauere in dem schmalen Bett und komme mir ein bisschen vor wie ein Hausmädchen. Doch mit dem Eigensinn von Tieren und Kindern arrangiere ich mich und spinne meine Freundin in mein Leben ein. Da wir sowieso zusammen leben, gibt es keinen Grund, dass sie nicht auch die gleichen Schwänze in ihren schönen Schoß schiebt wie ich. Das geht drei, viermal so. Sie lässt sich entschlossen aufs Bett nageln, spreizt die Beine wie Schmetterlings Flügel. Es gefällt mir, wie sie in Anbetracht von Jacques schwingendem Schwanz, den er aus dem engen Slip gerissen hat, mit offenem Blick und lauter Stimme sagt, er hätte einen Stößel wie ein Hengst. Mit Jacques gestalte ich zu diesem Zeitpunkt mein Leben neu. Heute erinnert er mich daran, dass ich einmal die Nerven verlor und ihn mit Fußtritten traktierte, während er sie vögelte. Auch das hatte ich vergessen. Doch ich erinnere mich gut, wie ich selbst nie eingestandene Eifersüchteleien herauskitzelte. Ich habe den Eindruck, als spiele ich in einem Film über das freie, müßige Leben der jungen Reichen mit, wenn ich frühmorgens nach einem Gang zum Bäcker Alexis wecken gehe. Er wohnt in einer schönen Maisonette-Wohnung in der Rue de Saint-Père. Ich mag es selbst, so frisch zu sein, neben seinem Pyjama, der genauso verschwitzt war, wie er sein soll. Er macht sich immer über meine Betthüpferei lustig und meint, dass er zu dieser Tageszeit wenigstens sicher sein könne, der Erste zu sein, der mich nimmt. Nun, ganz bestimmt nicht. Ich verbrachte die Nacht bei einem anderen, wir vögelten bevor weiß, dass er ein wenig gekränkt ist. Claude gab mir die Geschichte der O. Aus drei Gründen kann ich mich mit der Protagonistin identifizieren. Ich bin immer bereit, ich trage ganz sicherlich keinen Keuschheitsgürtel und man hat mich von hinten genauso oft genommen wie von vorn. Und außerdem hätte mir dieses zurückgezogene Leben in einem abgeschiedenen Haus sehr gefallen. Stattdessen war ich beruflich schon sehr aktiv. Doch durch die Geselligkeit im Künstlermilieu, durch die Leichtigkeit, mit der ich entgegen meinen Befürchtungen Beziehungen eingehen konnte und durch die Tatsache, dass diese Beziehungen ganz natürlich einen körperlichen Aspekt bekommen konnten, betrachtete ich den Raum, in dem sich das alles abspielte, als eine geschlossene, undurchdringliche, sich selbst erneuernde Welt. Ich hatte schon angedeutet, dass ich Erik über gemeinsame Freunde kennenlernte, die mir von ihm erzählt hatten. Darunter auch Robert. Robert lernte ich bei einer Reportage über Kunstgießereien kennen. Er nahm mich mit nach Croissot, wo er eine monumentale Skulptur goss. Auf der Rückfahrt kam Robert zu mir auf den Rücksitz und legte sich auf mich. Ich rührte mich nicht. Der Wagen war eng, ich saß schräg, Roberts Kopf auf meinem Bauch, mein Becken schief auf der Sitzbank, damit ich mich seinen Händen besser hingeben konnte. Immer erknutschte mich. Mit einem Blick in den Rückspiegel sorgte der Fahrer dafür, dass ich mich nicht sehr wohl fühlte. Die Situation machte mich genauso sprachlos wie der Besuch der Gießereien mit ihren riesigen Schmelzöfen. Eine Zeit lang sah ich Robert fast täglich und er machte mich mit vielen Leuten bekannt. Instinktiv unterschied ich zwischen Männern, mit denen die Beziehung sexuell werden konnte und jenen, bei denen das nicht ging. Robert spürte das auch. Um gewisse Männer zu entmutigen, erzählte er ihnen, dass ich schon ziemliche Macht als Kunstkritikerin hätte. Robert erzählte mir auch, wer den Mythos vom sündhaften Pariser Leben verkörpere. Madame Claude. Ich habe viele Fantasien über die Edelprostitution, weiß jedoch, dass ich weder so groß noch so schön war, wie man angeblich dafür sein musste. Robert spottete über meinen sexuellen Hunger in Verbindung mit meiner beruflichen Neugier. Er meinte, ich könne auch über die Spenglerei schreiben, wenn ich zufällig mal mit einem Klempner zu tun haben sollte. Mit der Zeit wich die Schüchternheit, die ich in Gesellschaft empfand, der Langeweile. Selbst bei Freunden, mit denen ich gern zusammen bin, und selbst wenn ich am Anfang das Gespräch verfolge und auch keine Angst mir habe, selbst etwas zu sagen, kommt immer der Moment, wo ich plötzlich das Interesse verliere. Es ist eine Frage der Zeit, auf einmal habe ich genug, egal um welche Themen es geht, bekomme ich das Gefühl, mich zu versteifen, wie bei diesen Fernsehserien, die so öde sind, wie der Alltag selbst. Eines Abends will ich nicht mit den anderen ausgehen. Paul, der mich gut kennt, der sich gutmütig über mein Verhalten lustig macht und der sich manchmal den Spaß erlaubte, mich in der Toilette festzuhalten, nur damit meine Ungeduld wuchs und ich es gar nicht erwarten konnte, mich wieder ins Getümmel der Körper zu stürzen. Paul also verspricht mir, mich zu einem Freund zu bringen, den ich noch nicht kenne, einen Automechaniker, der nichts mit Malerkreisen zu tun hat. Er zu warten, bis die Müdigkeit auch die anderen befällt. Ich höre ihm kaum zu und bereite mich darauf vor, den Abend allein zu verbringen. Diese Momente haben etwas Sanftes, wenn die Leere um einen herum nicht nur Raum schafft, sondern auch die Zeit, die vor einem liegt, unendlich erscheinen lässt. Mit unbewusster Sparsamkeit genießt man diese Gelegenheit, indem man nur faul in einem Sessel Platz lässt. Die Küche ist ganz hinten in der Villa. Ich schmiere mir ein Brot. Ich habe den Mund voll, als Pauls Freund in der Tür erscheint, die direkt auf den Garten geht. Er ist groß, hat braune Haare, helle Augen und sieht in der Dunkelheit irgendwie eindrucksvoll aus. Er entschuldigt sich freundlich, er sehe wohl, dass ich gerade esse, ich solle mich auf keinen habe, sage, nein, nein, ich hätte eigentlich gar keinen Hunger und lasse das Brot verschwinden. Ich gehe mit ihm. Wir fahren mit dem Cabrio auf die große Klippe hinter Nizza. Er nimmt eine Hand vom Lenkrad und antwortet meine Hand, die die faltige Ausbuchtung seiner Jeans reibt. Die Schwellung, die durch den steifen und gespannten Stoff erschwert wird, ist für mich jedes wenig länger als nötig, macht Umwege, bevor er zu sich nach Hause fährt. Er starrt auf die Straße, während ich seinen Gürtel löse. Vertraut ist die Beckenbewegung nach vorn, die ein Fahrer macht, um das Öffnen des Reißverschlusses zu erleichtern. Dann kommt das umständliche Herausschälen des großen Schwanzes, der nicht ohne weiteres den Ausgang aus seiner doppelten Baumwollhülle findet. Man muss eine ausreichend große Hand haben, um mit einer Bewegung alles herauszuholen. Und ich habe immer Angst, dass ich einem Mann wehtue. Er muss mir helfen. Schließlich kann ich ihn gründlich wichsen. Ich fange ganz langsam an, möchte ihn in voller Länge streicheln, die Geschmeidigkeit des feinen Fleischgewandes genießen. Ich nehme ihn in den Mund. Ich versuche mich so klein dem Tempo weiter. Der Gefahr, die unter solchen Bedingungen auf der Straße entstehen kann, bin ich mir nur allzu bewusst und fordere sie nicht heraus. Soweit ich mich erinnere, war es sehr schön, dennoch wollte ich die Nacht nicht bei ihm verbringen und erfuhr mich zur Villa, bevor die anderen zurückkamen. Nicht, dass ich nicht auswärts schlafen kann, aber ich wollte den Moment bewahren, den ich mit ihm erlebte, wie einen Gedanken, der sich mitten in einer Diskussion zu einer Träumerei, zu einem privaten Raum ausdehnt, zu dem die anderen ausnahmsweise keinen Zutritt haben. Noch ein Wort zur Verführung, von der viele Frauen behaupten, sie sei die schönste Phase einer Beziehung. Ich war immer darauf bedacht, dass sie kurz ist. Ich konnte sie nur unter zwei sehr fest umrissenen Umständen genießen, und auch das nur, ohne sie lange hinaus zu ziehen, nach langer Enthaltsamkeit und wenn die Lust schon unbewusst einer tiefen Liebe entsprungen ist. Beides außergewöhnliche Umstände. Im ersten Fall die Zeichen, ein unerwarteter und nervender Fototermin im Büro, bei dem nichts herauskam, weil das Licht nicht gut genug war. Eine Fahrt im Aufzug, so berät wie eine Sarglegung. Flüchtige Küsse, angedeutete hastige Bisse an meinem nackten Arm, wenn ich ihn über den Layout hier strecken musste. Ich atmete diese Ausdünstungen der Lust ein, wie eine Asthmatikerin, die dumm genug war, in ein Treibhaus zu gehen. Ich weiß, dass diese Empfindungen bei mir wenig ausgebildet sind. Ich habe sie als eine Art Verspießerung meines erotischen Lebens verbucht. Der andere Fall zeigt, wie er Eindruck seinen Weg durch die am wenigsten empfindsame Öffnung bahnen kann. Ich bin nicht musikalisch und in die Oper gehe ich nur aus Gründen, die mit Musik nichts zu tun haben. Doch Jacques hat durch seine Stimme einen Platz im weiten Feld meiner Lust eingenommen. Sie entspricht nicht der landläufigen Vorstellung einer erotischen Stimme, sie ist weder Samten noch ist sie rau. Jemand hatte sie beim Klang, der bis zum empfindlichsten Punkt meines Körpers halte. Ich gab mich einer Stimme hin, die auf mich wiederum den Eindruck machte, als würde sie mit ihrer Klarheit, mit den ruhigen Schwingungen ihrer Modulation den Sprecher völlig preisgeben. Sie war so deutlich und sicher, wie eine Hand, die sich öffnet. Voilà. Einige Zeit später hörte ich diese Stimme wieder am Telefon, diesmal direkt. Sie wies mich auf einen Druckfehler in einem Katalog hin, an dem Jacques mitgearbeitet und den ich bearbeitet hatte. Er schlug vor, vorbeizukommen und mir bei der Korrektur der Exemplare zu helfen. Damit brachten wir in einem winzigen Büro, wenige Zentimeter voneinander entfernt, Stunden zu. Ich war sehr verärgert über meinen Fehler, er hingegen schien der Meinung zu sein, man eifrig. Nach einer dieser langwierigen Sitzungen schlug er mir vor, ihn zum Essen bei einem engen Freund zu begleiten. Nach dem Essen zwängten wir uns zu mehreren auf ein Bett, das auch als so verdiente. Wir lagen halb ausgestreckt und unbequem, Jacques streichelte mit der Rückseite seines Zeigefingers mein Handgelenk. Diese Berührung kam unverhofft. Sie war so ungewöhnlich und so schön, dass sie mich immer noch anrührt, auch wenn sie für eine andere Haut als die meine bestimmt ist. Ich ging mit Jacques nach Hause. Am Morgen fragte er mich, mit wem ich schliefe. Ich antwortete, mit vielen. Und er sagte, Scheiße. Ich verliebe mich gerade in ein Mädchen, das mit vielen schläft. Die Lust des Erzählens Je mehr gesellschaftlichen Umgang ich hatte, desto mehr bildete ich einen Pragmatismus aus, der sexuellen Kontakten eigen ist. Wenn ich bei den ersten Treffen der Empfänglichkeit des anderen für Dreierspiele getestet hatte, kamen die Worte dran. Einigen genügte die leichte Aura der Wollust, die mich umgab, während andere mich, wie gerade beschrieben, gerne in Gedanken bei der kleinsten Berührung begleiteten, der ich mich hingab. Hinzu kommt, dass die Wahrheit im Gespräch niemals absolut ist, sie ist immer an die Entwicklung von Gefühlen gebunden. Bei Jacques war ich am Anfang gesprächig, später, als wir unsere Beziehung als Liebesbeziehung empfanden und lebten, musste ich recht und schlecht und vor allem nachträglich damit zurechtkommen, dass sexuelle Abenteuer und die Schilderungen von Abenteuern mit einem Tabu belegt wurden. Dabei fand ich in seinen Romanen Schilderungen erotischer Szenen sicherlich der Wiederhall einer Anekdote, die ich ihm erzählt hatte. Von allen Männern, mit denen ich dauerhafte Beziehungen hatte, blockten nur zwei von Anfang an meine weitschweifenden Ausführungen ab. Doch ich bin fast sicher, dass das, was sie nicht wissen wollten und was folglich nicht ausgesprochen wurde, trotzdem ein wesentliches Element unseres Umgangs war. Wer moralischen Prinzipien folgt, ist bestimmt besser gegen Eifersuchtsanfälle gewappnet als jene, die mit ihrer liberalen Lebenssicht gegenüber leidenschaftlichen Ausbrüchen machtlos sind. Die größte und aufrichtigste Liberalität, die ein Mensch in der Lust ausdrückt und die er mit dem Körper eines geliebten Menschen teilt, kann urplötzlich von einer entsprechend großen Intoleranz durchkreuzt werden. Die Eifersucht ist vielleicht die Quelle, die in seinem tiefsten Inneren vor sich hin plätschert und ihre Tropfen bewässern unterschwellig und stetig das Feld der Libido, bis sie sich zum Fluss formen, der über die Ufer tritt. Das ist das Gewissen als Ganzes, das wurde Millionenmal beschrieben. Ich kenne es aus Beobachtungen und auch aus eigener Erfahrung. Ich selbst erlebte diese Konfrontationen und ihre Manifestationen in einem Stupor, den selbst der Tod geliebter Menschen bei mir nicht auslösen konnte, auch wenn er brutal oder unnatürlich war. Meine eigene Eifersucht regte sich nur in wenigen Fällen. Mit dem Sex habe ich auch meine intellektuelle und berufliche Neugier gestillt, doch gegenüber dem Liebes- und Gefühlsleben meiner Freunde war ich völlig gleichgültig. Mehr noch, ich empfand dafür fast ein wenig Verachtung. Eifersuchtsanfälle hatte ich nur bei den Männern, mit denen ich das Leben teilte, und in beiden Fällen waren es komischerweise sehr unterschiedliche Gründe, die dazu Ich litt jedes Mal, wenn Claude von einer Frau verführt wurde, die ich hübscher fand als mich. Ich bin nicht hässlich, wenn man meine äußere Erscheinung insgesamt mag, mein Aussehen an sich ist jedoch nicht besonders. Es machte mich wütend, dass ich meine sexuellen Künste nicht grundsätzlich uneingeschränkt von meinem Äußeren Vervollkommenen konnte, einem Äußeren, das mich eher zur Zurückhaltung drängte. Es hätte mir wirklich gefallen, wenn die beste Schwanzlutscherin die erste, die bei den Partys immer loslegte, nicht klein gewesen wäre und wenn sie nicht zu eng stehende Augen und eine zu lange Nase gehabt hätte. Ich kann mit äußerster Genauigkeit beschreiben, zu welchen Frauen sich Claude hingezogen fühlte. Dreieckiges Gesicht, das Haar im Stil einer Isolde für Spießer, zierlicher Oberkörper, der dafür die runden Schultern und die konischen Brüste schön zur Geltung bringt, leuchtende Augen, jedoch von einem anderen Braunton als bei mir, glatte Stirn, Puppenwangen. Es versteht sich von selbst, dass dieser Widerspruch, der sich nicht mit dem Prinzip der sexuellen Freiheit vereinbaren lässt, den Schmerz unaussprechlich macht. Und dass ich genauso unaussprechliche Heulkrämpfe bekam und mich hysterisch spuk, so dass ich den Körpern, die Paul Richer zeichnete, in nichts nachstand. Mit Jacques nahm eine Eifersucht die Form eines schrecklichen Gefühls des Ausgeschlossenseins an. Die Vorstellungen, die ich mir von einer Frau machen konnte, wie sie in einer uns vertrauten Umgebung während meiner Abwesenheit mit ihrem Hintern die Sicht auf seinen Schwanz versperrt, oder wie sie mit ihrem ganzen Körper präsent war, sich ausbreitete und selbst noch den kleinsten Teil unserer Umgebung besetzte, das Trittbrett am Wagen, ein Rankenmuster auf der Husse eines Sofas, Jahre in meinem Motorradhelm klebten, all das verursachte mir einen so heftigen Schmerz, dass ich ihn mit den drastischsten Mitteln meiner Fantasie austreiben musste. Ich stellte mir vor, dass ich die beiden überrascht und das Haus verlassen hätte. Ich ging den Boulevard Diderot hinunter zur Seine und stürzte mich ins Wasser. Oder ich lief immer weiter bis zur völligen Erschöpfung und man musste mich irr oder stumm geworden in Da ich ja schon einige Fantasien wiedergab, die diese Tätigkeit unterstützten, sollte ich vielleicht noch ein Wort zu den Veränderungen sagen, die meine Fantasien zu einem bestimmten Zeitpunkt erfuhren. Die unvorhergesehenen Ereignisse auf unbebauten Grundstücken, die Episoden mit den Bauarbeitern als gleichmütige Profiteure ersetzte ich durch ein Repertoire an Szenen, in denen ich nicht mehr vorkam. Jacques war der einzige Mann, begleitet wurde er von einer seiner Freundinnen. Die Szenen waren zu einem Teil fiktiv, zum anderen bestanden sie aus Fragmenten, die ich sammelte, wenn ich heimlich seine Hefte oder seine Korrespondenz las. Sie parken den Orsten unter einer Eisenbahnbrücke, auf engem Raum drückt er ihren Kopf sanft an seinen Bauch, mit beiden Händen, so wie man eine Glaskugel mit einem kostbaren Gegenstand hält, bis ihr seine Sahne in den Hals spritzt und er sieht, dass sie ein wenig hart schluckt. Oder ich sehe, wie der große weiße Arsch wie ein riesiger Champignon auf dem Wohnzimmer Sofa knuspt und Jacques ihn bumst und laut dagegen klatscht. Oder das Mädchen steht aufrecht mit einem Fuß auf einem Schemel, wie es viele Frauen machen, wenn sie einen Tampon einführen. Jacques steht auf den Zehenspitzen, fasst sie an den Hüften und dringt von hinten ein. Ich kam immer genau dann, wenn ich Jacques in meiner Fantasie kommen ließ und von meinem geistigen Auge konnte ich in jenem Moment die starke asymmetrische Verzerrung seines Gesichts sehen. Diese Vereinnahme meiner alten Fantasien schützte mich am Ende. Trotzdem brauchte es viel Beharrlichkeit und Willenstärke, damit sie diesen Bereich meiner Vorstellungswelt mit mir selbst als ist wie der Kokon einer Seidenraupe. Sie überdeckt die sexuelle Beziehung, die sich entfaltet. Ich kann dieses Kapitel nicht schließen, ohne mich an meinen einzigen und gescheiterten Versuch der Prostitution zu erinnern. Wenn ich von Madame Claude reden hörte, konnte ich mich immer meinen Träumereien zur Edelprostitution überlassen, konnte neidisch sein auf Catherine de Neuve in Belle Dejour, doch ich wäre nie in der Lage gewesen, auch nur einen Schritt in diese Richtung zu machen. Es heißt, dass Ludie, die einzige Frau, die bei verdienten Geld einem Freund ein tolles Fest ausrichten konnte. Das war für mich ein Traum. Ich war sprachlos. Die Gründe sind verständlich. Ich habe schon ausreichend über meine Schüchternheit und meine extrem zurückhaltende Natur gesprochen. Um eine käufliche Beziehung aufzubauen, müsste ich zuerst Worte wechseln oder Gesten austauschen, was so kompliziert ist wie bei jeder normalen Unterhaltung und sich für Im einen wie im anderen Fall müsste ich die Haltung und die Antworten des anderen mit einbeziehen, um diese Rolle zu spielen. Aber ich kann mich beim ersten Kontakt nur auf einen Körper konzentrieren. Erst danach, wenn ich in gewisser Weise meine Bezugspunkte habe, wenn mir die Struktur und die Pigmentierung der Haut vertraut sind oder wenn ich meinen Körper mit dem anderen Körper in Einklang gebracht habe, dann kann mein Interesse auch zu der Person aufsteigen und es kann, wie gesagt, eine herzliche, dauerhafte Freundschaft entstehen. Doch dann war die Zeit schon vorbei, wo ich Geld verlangen konnte. Natürlich konnte man sich über mich lustig machen und behaupten, es sei ganz einfach, meinen Körper auszunutzen, ohne dass ich etwas davon hätte. Ich hatte mit relativ wohlhabenden Männern zu tun, aber ich bin nicht geschaffen für die kleine Komödie, die ich hätte spielen müssen, um daraus den materiellen Vorteil zu ziehen, den sie anderen meist zugestehen mussten. Müsste ich wie Regierungschefs alle Geschenke auflisten, die sie von Botschaftern oder ausländischen Präsidenten bekommen, so wäre die Ausbeute bestürzend. Ein paar mit Pailletten besetzte orangene Strümpfe, die ich zweifellos eines der ersten Modelle der Winterkollektion 1970 in perlweißem Strick und mit passender Bluse, ein echtes Heiratsgewand der Berberinnen, eine billige Uhr, eine Brosche, Modeschmuck in barocker Form, die typisch war für den Anfang der 80er Jahre, eine Kette und ein Ring von Solo Tass, die leider sehr schnell matt wurden, ein Pareo mit perlenbestickten Rändern, ein elektrischer die man in die Scheide einführt und die angeblich erregend sein sollen, doch bei mir hat es nie gewirkt. Hinzufügen muss ich noch die finanzielle Beteiligung an einem Abendkleid von Yves Saint Laurent, einem Badetuch auch von Yves Saint Laurent, meine Zahnbehandlungen waren umsonst und ein Darlehen von mehreren tausend Franc musste ich nie zurückzahlen. Immer hat man mir das Taxi oder einen Flug bezahlt. Du siehst abgebrannt aus, sagte mir einer, der mich in sehr jungen Jahren kannte, man muss dir einfach einen 100 Franc Schein in die Hand drücken. Mein ganzes Leben lang muss ich auf Männer diesen Eindruck gemacht haben, nicht den Eindruck einer Frau, die auf ihren Vorteil bedacht ist, weit gefehlt, sondern den eines jungen Mädchens, das sich sein Geld nicht selbst verdienen kann und dem sie mit ein bisschen Taschengeld aushelfen müssen. Aus dieser Liste fallen natürlich alle Geschenke von Jacques heraus, denn unsere Beziehung ist anderer Natur. Und ich lasse auch alle Werke beiseite, die ich von Künstlern bekam, denn immer, wenn sich meine beruflichen Interessen mit meinen sexuellen Beziehungen überschnitten, konnte ich wenn zum Beispiel eine Person alle Lust auf sich vereint, aber auch daran, dass es Momente der Selbstbesinnung gibt und man den alten Trott verlässt, begünstigt durch Veränderungen in Lebensbereichen, die nicht notgedrungen mit dem Gefühlsleben zu tun haben, Umzug etwa, Krankheit oder ein neues berufliches intellektuelles Umfeld. In zwei Situationen wurden meine sexuellen Ausschweifungen gebremst. Als Jacques und ich uns verheimlichen und uns auf keinen Fall anlügen dürften. Nun hatte ich aber gerade Beziehungen geknüpft, von denen ich fürchtete, dass sie Jacques missfielen. Einige Beziehungen konnte ich aufgeben. Ich ging immer seltener zu Partys und wenn ich ging, dann hatte ich solche Schuldgefühle, wie ich sie bis dahin kaum gekannt hatte und was auf mich sehr hemmend wirkte. Es war nicht schlimm, waren Bekannte. Er hatte kurz zuvor die Redaktion einer großen Zeitung übernommen, sie war Sängerin. Für mich waren die beiden immer Karikaturen auf die Darsteller in Citizen Kane. Ich hatte schon mit ihnen gefögelt, zumindest mit ihm. Die Gäste waren bekannte Leute, sie hatten sich in zwei Gruppen aufgeteilt, eine im Schlafzimmer, eine im Wohnzimmer auf einem Sofa, das mitten im Raum unter einem Lüster stand. Ich war auf dem Sofa, denn die Betätigung im Licht war mir entschieden lieber. Ich mochte den gedrungenen Schwanz des Gastgebers sehr gern, er war ein Modell seines Körpers ohne Taille. Dann wurde es im Schlafzimmer lebhaft. Eine junge Frau lag im Federbett versunken und strampelte wie ein Baby. Immer wieder verschwand sie unter dem breiten Rücken, der sie bedeckte und stieß Schreie aus, die durch die ganze Wohnung halten. Ich sah mir diese Art der Extrovertiertheit gelassen an. Dass einer der Teilnehmer seine Bewunderung ausdrückte und meinte, sie gibt alles, fand ich blöd. Ich ging zurück zum Sofa und ruhte mich aus. Dabei dachte ich, dass diese junge Frau einen zentralen Platz einnahm, der bislang mir gebührt hatte und dass ich eigentlich eifersüchtig sein müsste. Doch meine Eifersucht hielt sich in Grenzen. Zum ersten Mal machte ich selbst Pause, wo ich normalerweise unermüdlich zu Gange war und ich genoss diese Pause wie die Momente, wenn ich mich bei einem Essen oder einem Treffen mit Freunden auf mich selbst zurückzog. Natürlich fragte ich mich, warum ich so reagierte. Die Antwort fand ich, indem ich wie immer offen über diese Praktiken mit Gesprächspartnern diskutierte, die sich darauf einließen oder nicht. Meist kommentierte und interpretierte ich sie mit meinem Rüstzeug mehr oder weniger primitiver psychoanalytischer Ansätze, was auf mich die Wirkung eines Kavalerie- Regiments hatte, das im Galopp ein aufsässiges Indianerdorf stürmt, nachdem ich selbst schließlich dreimal die Woche den Weg zu einem Sofa nahm, nicht um zu vögeln, sondern um darüber zu reden und ganz unbewusst nicht nur als aktive Teilnehmerin einen Platz gefunden hatte, sondern auch als Beobachterin. Und als ich mich aus dem Zentrum der Spirale entfernte, machte ich Natürlich gab es Ausnahmen, dennoch hatte die Fortsetzung, wenn sie nicht gerade unangenehm war, den Geschmack der Waffel, die man bricht, wenn kein Eis mehr übrig ist, dass man sich auf der Zunge zergehen lassen kann. Die Anziehungskraft eines Bildes, an dem man sich schon zum 15. Mal geweidet hat. Wenn ich überrascht wurde, war meine Lust am größten. Ich kann mich erinnern, in diesen Situationen die schönsten Orgasmen gehabt zu haben. Zum Beispiel spät in der Nacht gehe ich durch das große Foyer eines Hotel Interkontinental. Der elegante vornehme Assistent, der mich seit zwei Wochen auf einer Rundreise durchs Land begleitet, nimmt meinen Arm, als wir uns gute Nacht sagen. Er drückt mich an sich und küsst mich auf den Mund. Morgen früh komme ich auf dein Zimmer. Ich spüre die Kontraktion oder ich schwebe knapp über dem Teppichboden zu einem Hausherrn, der ein wenig betrunken mitten unter den anderen Gästen fläzt. Er langt in den Nackenausschnitt meines Pullovers, zieht mich an sich und küsst mich lange wie bei diesem Kinoküssen, wo man immer den Kopf hin und her bewegt. Der Abend war nicht so gedacht, dass es zum Sex kommt. Seine Frau unterhält sich im Nebenzimmer. Einer seiner Freunde, der wie wir auf dem Boden sitzt und dessen Gesicht zufällig ganz nah ist, sieht uns verwirrt an. Ich lasse mich völlig gehen. Oder ich bin mit Bruno bei der Ausstellung Dernier Picasso im Centre George Pompidou. Unsere Beziehung ist sehr situationsabhängig. Er verschwindet aus meinem Blickfeld, wenn ich mich einem Bild nähere, doch seine Präsenz wird noch deutlicher und ich werde plötzlich von einer kurzen aber spürbaren Hormonausschüttung überrascht. Ich gehe weiter durch die Ausstellung und spüre, wie die Strumpfhose an meinen Schamlippen klebt und beim Gehen an meinen Schenkeln reibt. Während es mir ziemlich egal war, ob ich bei den zielgerichteteren Berührungen der ersten Phase meines Liebeslebens oder in der zweiten Phase beim Geschlechtsverkehr das gleiche Gefühl hatte, hoffte ich, nachdem ich mir seiner Einzigartigkeit bewusst wurde, dass dieser diffuse Druck im Unterleib und die berühmte Welle, die ihn mit sich nimmt, sich gleichermaßen in der Fortsetzung einer Beziehung wiederfinden lässt. Bis zur Hälfte meines Lebens hatte ich zwei feste Beziehungen, die eine war sorglos, die andere leidenschaftlich, aber beide entwickelten sich nach einem ähnlichen Schema. Ich wurde mir langsam bewusst, welches Verlangen ich nach diesem Mann hatte, und dieses Verlangen wurde umso brennender. Auf dem Höhepunkt der Lust vögelten wir leidenschaftlich, doch meine Befriedigung war nie so groß wie bei der anfänglichen Berührung. Lange Jahre verband mich mit dem Freund, der mich auf die Picasso-Ausstellung begleitet hatte, eine treue Freundschaft, die hin und wieder durch störende, aggressive, kaum akzeptierte Begierden bedroht wurde. Das war meine einzige chaotische Erfahrung. Zuvor hatte ich eine Liaison mit dem Fotografen, der die misslungenen Bilder in der Redaktion gemacht hatte. Wir verabredeten uns in einem Hotel in der Nähe der Avenue des Gobelin oder hinter der Garde Leste in einer leerstehenden Wohnung, die ihm jemand zur Verfügung stellte. Bürozeiten einigermaßen unabhängig ist. Zwischen elf und zwölf am Mittag oder um halb vier und halb fünf. Schon am Abend davor erregten mich die Vibrationen der Sitzbank in der Metro, wenn ich an unser Wiedersehen dachte. Das konnte so heftig sein, dass ich manchmal ein paar Stationen vor meinem Ziel aussteigen und mich beim Gehen entspannen musste. Dieser Mann lutschte mich riss und leckte mein Loch mit langer Zunge wie ein junger Hund. Dann musste sein Schwanz natürlich unbedingt diese offene Wunde heilen. Wenn er schließlich genauso zärtlich eindrang und genauso gewissenhaft bohrte wie mit der Zunge war meine Lust allerdings nicht so groß wie die aufsteigende Begierde gewesen war. Da wir immer irgendwo hinfahren mussten um uns zu treffen kam es auch vor dass wir uns in der kurzen Zeitspanne verpassten. Wenn er nicht kam lag ich mit baumenden Füßen auf dem Bett. Die Lust steckte schmerzhaft zwischen meinen Beinen wie ein Keil der verhinderte dass ich sie wieder schloss. Der Druck schien mir unüberwindlich und machte es mir fast unmöglich die Aufgaben des Tages zu erledigen ins Büro zurückzukehren zu telefonieren wichtige oder schien Mit meinem brennenden Verlangen kam ich mir vor wie eine Holzpuppe die man fallen ließ Arme und Beine gespreizt steif unfähig sich von selbst zu bewegen Doch diese Schwäche die mich immer überkommt und die je nach den Umständen mehr oder weniger quälend ist dauert zum Glück nicht an Die Tür meines Büros ist ohne mein Zutun immer eine vollkommen undurchlässige die selige Gabe mich genauso leicht in meine Arbeit zu vertiefen wie in die Liebe Ich hätte kaum ein Buch planen können dessen erstes Kapitel mit die Zahl überschrieben ist wenn ich nicht schon die Erfahrung gemacht hätte plötzlich wie ein Satellit aus meiner Umlaufbahn geworfen zu sein wo ich von einem Netz an Beziehungen festgehalten wurde das die Kontrolle über mich verloren hatte Dieses Fallen vollzog und dies noch schlimmer erlebte als oben beschrieben Die Erregung konnte sehr groß sein Die Zeichen die absolute Lust voraussagten waren für mich kalte Lippen und Gänsehaut Wenn die Sache scheiterte wie es oft der Fall war tat sich vor mir anstelle des erhofften tollen Endes ein unüberwindliches Hindernis auf Wenn sich der andere entfernte und ich die Beine wieder schloss wollte ich mit derselben Beharrlichkeit mit der ich versuche in einem Artikel ein Kunstwerk genau zu beschreiben schildern was mich da beherrschte aber ich hatte dafür keine Worte ich stellte mir die Frage wie kann ich dieses absolute Gefühl benennen sicherlich eine Art Hass für den der an meiner Seite gewesen war ein Hass der unabhängig war von den Gefühlen die ich sonst für diesen Mensch hegte ein Hass jedoch der mich einen Moment lang vollständig ausfüllte wie geschmolzenes Metall eine Gussform da ich dieses Gefühl unbedingt beschreiben wollte verglich ich es auch mit einer Skulptur mit dem hermetischen Würfel von Tony Smith doch wie der Druck der nach einem gescheiterten Treffen auf mir lastete nicht über die Taxifahrt oder die Fahrt mit der Metro hinaus andauerte überlebte glücklicherweise auch dieser rasende Hass den Reflex nicht der mich ins Bad führt und ich glaube als ich meine Möse im Bad abwischte kam mir zum ersten Mal der Gedanke über alles ganz offen zu sprechen über einen Zeitraum von schätzungsweise drei vielleicht auch vier Jahren verringerten sich meine Gelegenheiten zum Sex und wenn ich Sex hatte dann vor allem in gerade beschriebener Weise manche Wochen verbrachte ich isoliert wegen der Hitze und wegen der üblichen Ängste damals zog ich unter einem Haufen Wäsche diesen Massagestab hervor den mir jemand Jahre zuvor geschenkt und den ich bis dahin nie benutzt hatte er funktioniert auf zwei Weisen und in zwei Geschwindigkeiten das obere Ende ist ein Puppenkopf mit einem Stern auf der Stirn und Haaren deren Spitzen der Furche der Eichel entspricht Der Kopf bewegt sich in großen oder kleinen Kreisen während eine Art Wildschweinchen das in der Mitte des Stabs abgesetzt ist seine lange Zunge langsam oder schnell vibrieren lässt und die Klitoris reizen soll Als ich das Ding zum ersten Mal benutzte hatte ich sofort einen Orgasmus mit langen Kontraktionen ganz deutlich messbar ohne dass ich meine Fantasie zu Hilfe nehmen musste Ich war ganz aufgewühlt Der Orgasmus auch der intensivste Orgasmus wurde ausgelöst ohne dass ich ständig auf die Quelle der Erregung des ersten Mals zurückgreifen die Umstände dieses ersten Mals in der Fantasie erneuern musste und ohne dass ich gar die Zeit gehabt hätte mir Bauarbeiter vorzustellen Immer wieder heulte ich nach diesen schnellen Sitzungen Ein Anflug von Bitterkeit mischte sich in die schmerzhafte Heftigkeit der Lust und in die Wollust des Alleinseins von der ich schon sprach und die sich kaum gesteigert hatte Der Gegensatz zwischen der sogenannten einsamen Lust und meinem normalen Bedürfnis nach vielen Menschen war komisch Als mir dann die Idee kam über alles die Wahrheit zu sagen wollte ich dem Buch den Titel geben Das sexuelle Leben der Katharine M. Ich musste schrecklich lachen Zweitens Der Raum Viele herausragende Kunsthistoriker schenkten im Lauf ihrer Tätigkeit der Architektur immer mehr Aufmerksamkeit und machten sie zum Thema ihrer Studien Wie vollzog sich die Verlagerung ihrer Analysen von Räumen die in der Malerei dargestellt werden zur Analyse der Aufteilung realer Räume Als Kunstkritikerin wäre ich vielleicht bereitwillig ihrem Beispiel gefolgt Hätte ich nicht in der modernen und zeitgenössischen Kunst Bildwerke entdeckt die sozusagen an der Grenze des imaginären und des bewohnbaren Raums stehen riesige zwingende Farbfelder von Barnett Newman der gesagt hat ich definiere den Raum das leuchtende Blau von Yves Klein der sich als der Maler des Raums verstand oder die topologischen Objekte von Alain Jacquet die Abgründe von Paradoxa darstellen charakteristisch ist aber nicht dass diese Werke den Raum öffnen sondern dass sie ihn öffnen und wieder schließen Newman macht es mit dem Sipp klein mit den Anthropometrien den Körper abdrücken Jacquet mit einem möbius band wenn man sich darauf einlässt kommt man sich vor wie in einer riesigen Lunge die Porte von Paris der Parkplatz an der Porte de Saint-Cloud liegt am Rand der Umgehungsstraße nur zum Teil durch einen Lattenzaun davon getrennt ich hatte nur Schuhe an vor dem Aussteigen hatte ich den Regenmantel ausgezogen dessen Futter kalt auf meiner Haut war Eric sah wie mich die Schwänze aufspießten wie einen Schmetterling zwei Männer stützten mich unter den Armen und an den Schenkeln während die anderen sich an meinem Schoß abwechselten auf den ich reduziert war in unsicheren Situationen und wenn es viele Männer sind bumsen sie meist schnell und heftig ich spürte wie die Unebenheiten der Mauersteine gegen meinen Rücken und mein Kreuz drückten trotz vorgerückter Stunde war immer noch Verkehr Benommenheit wie beim Warten auf Flugplätzen mein Körper war schwerelos und gekrümmt zugleich ich zog mich auf mich selbst zurück hin und wieder sah ich durch halbgeschlossene Lider die Scheinwerfer die über mein Gesicht streiften meine Träger entfernten sich von der Mauer und ich spürte wie ich gleichzeitig von zwei kräftigen Armen hochgehoben wurde so verwirklichte sich in einer verschwommenen Umgebung wo Bilder meiner Vorstellung und die Wirklichkeit sanft ineinander griffen eine virulente Fantasie die mich lange bei der Masturbation begleitete ich werde von zwei Fremden in die Halle eines dunklen Gebäudes geschleppt sie nehmen mich im Sandwich fehlen mich beide der eine durch die Möse der andere durch den Arsch soweit ich das beurteilen kann kam ich zu mir als mein Körper wieder eine normale Haltung ein nahm jemand hatte einen Mantel über eine kühler Haube gebreitet und mich hingelegt ich kenne diese Stellung es ist nicht einfach sich festzuhalten ich rutschte und konnte mich nicht immer gut den Schwänzen anpassen die die feuchte Rinne suchten ich war der unsichtbare Fluchtpunkt eines Schattentheaters es sei denn die Wagen warfen ihr gelbes Licht auf die Bühne ich nahm die Gruppe als ganz weit verstreut war ich konnte denken dass die die schon abgespritzt hatten sich nicht mehr für den Fortgang der Ereignisse interessierten vor mir zeichnete sich die Silhouette eines Wagens ab der höher war als die anderen offensichtlich ein Kleinlaster der vielleicht als provisorischer Sichtschutz dienen sollte an die Ankunft auf dem kleinen Sportplatz von Villicy Villacoblet habe Der Fahrer an der Spitze des Trupps hatte sich über das Ziel so in Geheimnisse gehüllt dass wir lauthals auflachen mussten als sich der Ort plötzlich vor uns auftat wie eine große Lichtung mitten im Wald Die Nacht war klar Wenn man solche Anstrengungen auf sich nimmt um einen Ort zu finden will man normalerweise an eine abgelegene Stelle die dem Bild einer verschworenen Gemeinde angemessen ist Außerdem waren wir uns alle bewusst dass wir mitten unter den Schatten jener Männer bumsten die dort Mittwoch Nachmittags Fußball spielten Auf die Fragen die natürlich nicht ausblieben sagte der Betreffende dass er den Ort kannte weil er dort tatsächlich oft trainiert hatte Er war verlegen als hätte er einen alten Traumpreis geben müssen Wer hat noch nicht davon geträumt mit den Beinen in der Luft die harmlosesten Orte zu besudeln die er oft besucht Die Gruppe flüchtete sich unter die Ränge denn es scheint der menschlichen Natur zu widerstreben mit Blick auf den Horizont oder eine sehr weite Landschaft zu vögeln Im Grunde schützt man sich weniger vor Blicken die die Lust noch mehr blockieren können als Körper Wer im Sommer am Strand im Mond Schein vögelt stellt den Gedanken eine Intimität her und schottet sich von der ihn umgebenen Unendlichkeit ab Unsere Gruppe war zu groß und zu weitläufig um von selbst diese Intimität herzustellen Ich nahm ein paar Schwänze im Stehen an einen Holm der Ränge geklammert Das Kleid hatte ich nur hochgeschoben denn es war zu kalt um alles auszuziehen Mein Hintern aber war ganz entblößt Mit meiner schlanken Taille eigne ich mich gut für diese Stellung In dem Kreis um meinen ausgestreckten Hintern ging es lebhaft zu während mein Blick verschwommen über die Brüstung auf den leeren Rasen gerichtet war Irgendwann muss ich nackt gewesen sein Wir scherzten dass wir nach Belieben die Umkleide Kabinen hinter dem Schuppen der auch Wände zu werden wie eine Handelsware erster Güte Ich strampelte und atmete tief die feuchte Luft ein Das Dach des Schuppens war über die Theke vorgezogen die Bretterwände waren ordentlich und sauber ohne einen Aushang oder Anschlag alles war sehr schlicht gehalten im Stil einer Kulisse die ein Bühnenbildner so realitätsfern wie eine Skizze entworfen hat Ich genoss die letzten Wagen wieder los denn wir hatten einen weiten Rückweg vor uns Oft fanden diese Abenteuer nachts statt denn die öffentlichen Orte wo man sich zu vielen aufhalten kann und die sich wie Theaterbühnen für ein Repertoire anbieten für das sie nicht bestimmt sind sind dann sehr viel zugänglicher und weniger beobachtet zumindest stehen sie unter wohlwollender Beobachtung Eine Freundin von Erik hat von so einem Ort Motorisierten Streifen im Bois gegenseitig erwiesen hatten auch glaubt man dass die Dunkelheit schützt doch für Menschen mit einer Gesinnung wie der meinen erlaubt sie auch den Raum so weit auszudehnen dass die Grenzen mit dem Auge nicht wahrnehmbar sind das Spalier der Bäume im Abstand von ein paar Metern ist kein Hindernis mehr absolute Dunkelheit gibt es sowieso nicht die Leute bevorzugen auf jeden Fall das verschwommene Halbdunkel ich hätte gern absolute Schmerze weil es mir Lust machen würde in einer Masse undifferenzierten Fleisches aufzugehen stattdessen kann ich in ein grelles Licht sehen denn die Blendung und die Unmöglichkeit die Lichtquelle zu orten verschwinden in einem weichen Nebel in dem sich die Grenzen des Körpers auflösen ich habe also keine Angst plötzlich gesehen zu werden denn und wie die anderen Körper die sich mit ihm kontinuierlich verbinden ich kann mir nicht vorstellen dass es dort Blicke von außen gibt im Freien wenn man über mich sagte sie fickt wie sie atmet stimmte ich dem gerne zu umso mehr als es auch im übertragenen Sinn verstanden werden kann meine ersten sexuellen Erfahrungen und auch viele andere danach fanden in einer Umgebung statt die den Eindruck entstehen lässt Sauerstoff wirke auf mich wie ein Aphrodisiakum im Freien spüre ich meine Nacktheit besser als in einem geschlossenen Raum wenn ich die Temperatur egal wie hoch auf einem Teil der Haut wahrnehme der ihr normalerweise nicht ausgesetzt ist zum Beispiel im Rücken ist der Körper kein Hindernis mehr für die Luft er wird von ihr durchdrungen öffnet sich wird war ich in einem Garten der nur von einem einfachen Gitterzaun umgeben war ich sprach schon darüber auch von dem anderen Garten mit der besonders reizvollen Lage über dem Meer erzählte ich schon er war für südfranzösische Verhältnisse wenig beschattet und ging vom Haus bis ganz nach vorn zu einem Plateau aus flachen Steinen die als Sonnenbank dienten dort vögelten wir unaufhörlich auch Wir hatten sie zufällig an einem Abend auswärts getroffen fanden sie nett und luden sie ein die Ferien mit uns zu verbringen Im Haus waren wir meist nur zum kochen und zum schlafen und durch unsere Ausdauer beim Sonnenbad wurde dieser Teil des Gartens zum bevorzugten Treffpunkt der Hausgemeinschaft Dabei war das wirklich nicht die bequemste Ecke und schon gar kein Salon Jeden Tag kamen neue Gäste Mit einigen natürlich nicht mit allen entwickelte sich etwas über die Siesta oder das Sonnenbad hinaus Es war eine Art ungezwungene Sommerbetätigung als würden wir zusammen einen Bootsausflug machen Judith mochte lieber Frauen nahm aber trotzdem auch Männer dazu Dabei zeigte sie mit großem Humor gleichberechtigte ein wenig unbeteiligte Lust Wir drei waren ein gutes Trio mit gutem Appetit ohne Probleme ohne Krach Einer Freundin die uns um gut einen Kopf überragte und die mit zusammengerolltem Körper fügelte als wollte sie demjenigen mehr Platz machen der sie voller Eifer nagelte riss unter der Spannung des geschwollenen Halses die Perlenkette Es war das einzige Mal dass diese kompakten Nachmittagsstunden gestört wurden deren Rhythmus noch verlangsamt wurde durch das Schnurren der Motoren das im Summen der Insekten unterging Obwohl das Klicken der Perlen auf dem Boden kaum hörbar war und obwohl die Freundin im Sinnenrausch nicht lauter stöhnte als andere Frauen war ich doch überrascht von solch einem Ausbruch Ist es denn möglich dass eine Frau so eine überbordende Lust empfindet und ihr Körper so eine äußere Verwandlung durchmacht dachte ich Ich hatte Muße die erstarrte Maske auf dem Gesicht mancher Männer zu beobachten oder die Verschlossenheit und Abwesenheit auf dem Gesicht anderer in jenem Moment wenn der Körper seine größte Spannung erreicht wenn sich beispielsweise in der klassischen Stellung der Rücken von den Lenden bis zum Nacken krümmt und sich in solch einem heftigen Aufbäumen vom Körper des Partners hebt wie der Bug eines Schiffes aus dem Meer Doch Frauen beobachtete ich Momenten obwohl ich durchaus narzisstische Tendenzen habe Ich nahm die gute Stellung ein und ich kannte die Bewegungen darüber hinaus löste sich alles in Empfindungen auf die ich nicht mit sichtbaren Ausdrücken verbannt Diese Empfindungen waren irgendwie körperlos vor allem in der Sanftheit und der freiem Himmel Wenn ich mich zurückziehen wollte löste ich mich von dem großen Tausendfüßler der über die Strandmatten kroch und legte mich wie ich war auf die Mauer Das Licht war zu grell um in den Himmel zu blicken Drehte ich den Kopf auf eine Seite hatte ich den Horizont vor Augen Drehte ich ihn auf die andere musste ich die Augen wieder schließen weil das Licht von den hellen Steinen reflektiert wurde Die Lenden beugen und den Zugang zu meinem vorderen Loch freimachen damit es der Schwanz desjenigen der vor mir steht gut stopfen kann während sich vor meinen Augen ein weiter Blick auftut das mag ich sehr Jack hatte eine Vorliebe für spontanes Bumsen auf dem Land und so konnte ich das immer genießen wo wir unsere Ferien verbrachten gibt es viele Wege die in einer Sackgasse in den Weinbergen enden einmal landen wir auf so einem Weg hoch oben und ganz allein vorsichtig wegen der Brombeersträucher gehen wir zu der Mauer aus Trockenstein ich will meine Tennisschuhe nicht ausziehen und weite die Beinlöcher meines Lips um ihn nicht zu schmutzig zu machen wenn ich die Füße heraus ziehe ich trage ein Hemd blusenkleid knöpfe es auf Jacques schlägt es zurück ich stecke die Arme aus mein Höschen zusammengeknüllt in einer Hand und lehne mich unsicher an den glühenden Stein in so einer Situation gibt es nicht immer ein Vorspiel Jacques schiebt sich in meine Vulva sie öffnet sich immer mehr erhält mich am weichen Fleisch meiner Hüften ich neige den Kopf und sehe im dunklen Zimmer meines gebeugten Körpers die schwingenden Brüste sehe die Wellenbewegungen des Magens und des Bauches und schließlich am Ende des schmalen Tunnels dort wo das Licht wieder auftaucht sehe ich noch ein Stückchen der faltigen Haut seiner Eier und immer wieder das Heft seines Schwanzes die kurzen gezielten Stöße zu sehen erregt mich mindestens so sehr wenn nicht noch mehr als das Bumsen an sich ich beuge den Rücken noch mehr und hebe den Kopf damit ich stärker gegen Jacques Lenden drücken kann der heftiger an meinen Arsch klatscht am Hang des Hügels auf dem wir stehen sind die Weinberge in Gestrüpp übergegangen wenn meine Möse offen ist bis tief hinein muss ich die Lieder schließen und ich sehe durch die Wimpern zur Rechten das Dorf La Tour de France auch in dieser Situation kann ich mir noch sagen da ist La Tour de France und mich wieder einmal an seiner malerischen Lage andauert wenn ich sozusagen auf meine Kosten gekommen bin egal wie intensiv es war und ich lasse Jacques kommen er stößt nun immer seltener bis zu den drei vier Stößen beim Orgasmus und mein Geist überlässt sich einer anderen aufkeimenden Lust frei kreist er und umfasst die Umrisse jedes Hügels unterscheidet sie voneinander und lässt sich vom Zauber der tintendunklen Berge im Hintergrund einfangen ich liebe diese sich ständig wandelnde Landschaft sie enthüllt sich wie Kulissen Bilder die nacheinander schwer heruntergelassen werden und ich bin glücklich dass ich gleichzeitig vom Sperma durchströmt und überschwemmt werde das irgendwo hinten durch meinen Schoß quillt wir unterliegen sozialen Normen und familiären Gepflogenheiten wir passen uns an etwas an das man nun Unternehmenskultur nennt und bis hinein in die Intimität des Sexuallebens nehmen wir Gewohnheiten an stellen Regeln auf die einzig für zwei Menschen gelten und eine Art Paarkultur bilden der Verkehr im Freien ist ein Teil von Jacques und meiner Paarkultur jedes zweite oder dritte Mal ist der sexuelle Kontakt Auftakt für eine Fotoreihe dieses Mal war es langwierig und kompliziert ich hatte ein paar sehr dünne Kleider dabei und hatte dieselbe Angst habe ich auch wenn ich mich zwischen zwei Posen umziehen muss womöglich ein Kleid aus Seiden Musselin das im Wind aufbauscht Jacques sucht lichtkontrastreiche Stellen und ich muss jede Spalte der Ruine erkunden in Pumps mit sehr dünnen Absätzen und sehr engen Spitzen die mich ein wenig drücken gehe ich vorsichtig über die Kiesel außerdem muss ich dem Ziegenkot ausweichen weil dort je umfunktionierten wieder und wieder steige ich barfuß auf die Mauern dann gibt mir Jacques die Schuhe und ich ziehe sie für ein paar Aufnahmen an für jedes Bild muss ein Kompromiss gefunden werden zwischen der genauen Pose die Jacques will auf den Zentimeter genau die entblößte Möse und die gespreizten Beine oder die durchsichtige Korsage und zwischen meinen schmerzenden wackeligen Beinen und meinem Hintern an den dornigen Büschen mein Blick schweift in einem Winkel von 360 Grad durch die Landschaft während mein Körper auf einen äußerst kleinen Spielraum reduziert ist wenn ich einmal eine bestimmte Pose eingenommen habe folge ich seinen Anweisungen nur noch zögerlich ich für meinen Teil bitte ihn bevor die Filme zur Neige gehen noch ein paar letzte Aufnahmen von mir zu machen wie ich nackt in der Mitte des breiten Weges gehe der leicht bergab zum Wagen auf dem Plateau führt nach der Anspannung muss ich mich in der warmen Luft bewegen wie ein Tier der Savanne die offene Tür des Geländewagens soll als Sichtschutz dienen obwohl in der Nähe des einzigen bewohnten Hauses auf dem Plateau kein Wagen steht die Leute waren demnach ausgegangen vielleicht weil ich zwei Stunden in Reichweite der kleinen Angriffe der Natur zugebracht habe oder eher weil mich der Verdacht beschleicht dass Jacques kürzlich auch andere Ärsche als den meinen vor diesem Blechschild gepackt hatte jedenfalls ist meine Möse nicht bereit in solchen Fällen löse ich mit geschwinder Hand die Schamlippen indem ich sie mit ein wenig Spucke auf den Fingerspitzen befeuchte es gibt noch ein bisschen Widerstand aber kaum ist die Eichel eingedrungen bildet sich automatisch das Sekret und bald kann der ganze Schwanz sich in eine völlig nasse Möse schieben ich glaube ich stellte zuvor ein Bein aufs Trittbrett vielleicht damit die Vulva sich besser öffnet jedenfalls in dem Moment wenn ich meinem Partner den Rücken zudrehe liebe ich nichts mehr als stoßweise meinen Arsch an ihn zu drücken dazu brauche ich eine schlanke Taille und es ist noch besser wenn die Beine geschlossen sind je mehr ich den Arsch dagegen drücke desto mehr Freiheit lasse ich ihm in meiner Fantasie eine Freiheit die man seinem Kopf lässt denn dort sitzt der Gedanke der befreit vom übrigen Körper sein eigenes Leben lebt und mein Arsch ist das Pendant zu meinem Kopf genau dann als ich Jacques Schwanz suchte und ihn mit mir mit dem angrenzenden Körper und der ganzen Umgebung verknüpfen wollte sah ich mein Gesicht im Rückspiegel wenn ich mich während des Aktes sehe sehe ich vollkommen ausdruckslose Züge sicherlich gibt es Momente wo ich das Gesicht verziehe wie alle Menschen aber wenn ich mich zufällig in einer Fensterscheibe oder einem Spiegel erblicke sehe ich ganz anders aus als die die ich in jenem Augenblick zu sein empfinde mein Blick ist verschwommen versunken wie in weite Ferne gerichtet vertrauensvoll sucht er dort einen Anhaltspunkt ohne dass ich das will aus einem unerklärlichen Grund also platziert unsere Parkkultur die Geschichten in vornehmlich ländlicher Umgebung in einem Hohlweg vögelt man mit weniger Risiko als in einem Hauseingang das heißt nicht dass Jacques ist zusammen mit anderen und ich zusammen mit anderen nicht auch in der Stadt getrieben hätten doch die Gänge der Metro wo ein Angestellter geschützt von der Menge kaum merklich über meinen Arsch streicht eine stumme Einladung ihm in eine Kammer voller Eimer und Besen zu folgen die Cafés in den Vororten wo trübsinnige Männer mich auf einer Bank im Hinterzimmer bügeln besuchte ich mit Jacques immer nur in der Vorstellung und dann war ich es die ihn dorthin schleppte die Angewohnheit habe ich inzwischen abgelegt aber es gab eine Zeit da tapezierte ich gern die Wände unseres Zimmers mit diesen Phantasmagorien und betete langsam die Situationen und Stellungen herunter in denen ich mich ihm darbot es geschah eher in einem fragenden Ton denn ich wartete auf Jacques Einverständnis dass er mir mit neutraler Stimme und mit gleichgültiger Spontanität geben sollte wie jemand der gerade anderweitig beschäftigt ist aber seine Gleichgültigkeit war sicherlich nur gespielt während sein Schwanz mich dabei sanft und lange pflügte aus diesen Notizen ziehe ich zwei Schlüsse erstens bringt ein jeder in seine Paarbeziehung seine eigene Begierde und seine Fantasien ein und beide verbinden sie in gemeinsamen Angewohnheiten dabei verändern sie sich passen sich einander an je nach der von jedem Einzelnen erwarteten Konkretisierung übertreten sie die Grenze zwischen Traum und Realität ohne an Intensität zu verlieren meine Obsession mit der Zahl hat sich im Gruppensex in Begleitung von Claude und Erik realisiert ihre Bedürfnisse stimmten mit meinen überein ich bin nicht frustriert weil ich noch nie in Begleitung von Jacques Gruppensex hatte auch nicht wenn er mir erzählte dass er es ohne mich trieb weder erwarten trennen sich dort die Wege unserer Sexualität nicht es genügte mir dass ich ihm meine Abenteuer schilderte und davon ausgehen konnte dass sie in seiner Vorstellungswelt ein Echo fanden genauso wie es ihm genügte dass er in mir eine gefügige Komplizin für seine Fotoreportagen hatte und eine Exhibitionistin die sich gern vor seinem Objektiv produzierte auch wenn meinem Narzissmus etwas schmeichelhaftere Umgebungen und idealisiertere Porträts eher entgegengekommen wären der zweite Schluss bezieht sich darauf dass die Natur nicht die gleichen Fantasien bedient wie die Stadt letztere ist als sozialer Raum definiert es ist der Raum wo sich das Bedürfnis manifestiert Regeln zu übertreten und seinen exhibitionistischen beziehungsweise voyeuristischen Trieben nachzugeben Ich glaube dass ich letztendlich eine Vorliebe für weite Räume habe die Stadt die Nacht vermitteln diese Illusion Wenn Claude und ich zu Beginn unseres Zusammenlebens spät nachts in unsere kleine Vorstadt Wohnung gegangen sind lief ich manchmal vor ihm und schob meinen Rock über meinen nackten Hintern einfach so Nicht um ihn zum Vögeln einzuladen Ich glaube nicht dass wir das jemals in so einer Situation taten auch nicht um einen möglichen Passanten zu schockieren sondern um die Straße einzuatmen das Tuch der frischen Luft an meine bebende Spalte zu drücken Ich frage mich wirklich ob die Männer der Wäldchen der Parkplätze durch ihre Zahl und durch ihr schattenhaftes Dasein nicht aus dem selben Stoff sind wie der Raum ob ich mich nicht an den Tuchfetzen der Luft sehr gut darauf meinen Weg über unbekannte Straßen zu finden Vielleicht gehört die Fähigkeit in einer Gruppe von einem Mann zum anderen zu wechseln und zwischen mehreren Liebesbeziehungen zu manövrieren wie es zu bestimmten Zeiten meines Lebens der Fall war zur gleichen Gattung innerer Veranlagungen wie der Orientierungssinn Die Städte und die Männer Ganz zu Beginn meines Erwachsenen Lebens sind meine sexuellen Erfahrungen untrennbar mit meinem Bedürfnis nach Luft verbunden So fing alles an Meine Jungfräulichkeit verlor ich als ich zum ersten Mal abgehauen bin Ich hatte mich mal wieder mit meinen Eltern gestritten Claude den ich damals noch nicht kannte klingelte und sagte mir dass der Freund mit dem ich verabredet war verhindert sei und schlug mir vor mit ihm auszugehen Sein dran stellten wir das Zelt auf Einige Zeit später verliebte ich mich in einen Studenten aus Berlin Ich schlief nicht mit ihm Er war ein bedächtiger junger Mann und ich fragte nicht ob er es wollte Doch sein großer Körper der sich an mich drückte seine großen weißen Hände ließen mich träumen auch wenn Berlin eine Enklave war dann schrieb er mir dass es nicht klug sei wenn wir uns so jung verlobten Ich haue wieder ab diesmal mit Claude den ich weiterhin treffe und seinem Renault Richtung Berlin um mit dem zu sprechen der mit mir Schluss machen will Ein einfältiger Versuch heimlich die Grenze zwischen Ost und West Deutschland zu passieren weil ich nicht die erforderlichen Meine erste Liebesgeschichte endet in einer Cafeteria auf einem riesengroßen Parkplatz mitten in einem Wald Menschen und Autoschlangen warten vor den Baracken Leider behielt ich jahrelang diesen Hang zu spontanen Fluchten bei was weder gegenüber demjenigen korrekt war mit dem ich zusammenlebte noch gegenüber denjenigen die mich mitnahmen oder die ich treffen wollte und die ich dann wieder sitzen ließ wenn ich nach Hause zurückkehrte Diese Rastlosigkeit hatte etwas von der aufgeregtheit einer jungen Katze die Claude Henri einige andere und mich in die neue Welt der Sex brachte und uns dazu trieb uns von Zeit zu Zeit allein von der Gemeinschaft zu entfernen Das unausgesprochene Gesetz verlangte dass der Kundschafter sein Abenteuer bei der Rückkehr erzählte was natürlich nicht immer der Fall war denn unsere chaotischen Bedürfnisse auf der einen und unser liberales Denken auf der anderen Seite waren eine Mischung aus Öl und Wasser Zwei Tage weit weg gehen mit einem Mann den ich kaum kannte oder jahrelang ein Verhältnis mit einem Kollegen in Mailand zu haben das lohnte die Reise und den Tapetenwechsel genauso wie die Verheißung auf eine Weise geliebt, berührt und gefügelt zu werden die ich nicht gewöhnt war Gern hätte ich jeden Morgen die Augen unter einer Zimmerdecke aufgeschlagen die ich noch nicht erkundet hatte und gern wäre ich halb aus den Laken gekrochen eine Weile schwankend im Niemandsland einer Wohnung verharrt wo ich seit dem Abend zuvor vergessen hatte wie man auf die Toilette kommt in solchen Augenblicken schenkt einzig der andere Körper im Bett den man verlässt und den man erst seit wenigen Stunden kennt der aber die ganze Zeit mit seiner Beschaffenheit und seinem Geruch präsent war das unbeschreibliche Wohlempfinden Auf der Schwelle Wenn man weiß dass ich in einer Familie aufgewachsen bin die zu fünft in einer Drei-Zimmer-Wohnung lebte versteht man dass ich damals die körperliche Liebe mit einer Eroberung des Raums verband Als ich das erste Mal von diesem Ort floh vögelte ich zum ersten Mal Ich bin nicht deswegen abgehauen aber es ist ebenso gekommen Wer in einer wohlhabenden Familie aufgewachsen ist wo jeder ein Zimmer für sich allein hat wo zumindest die Intimsphäre respektiert wird oder wer auf dem Land lebte und auf dem Schulweg trödeln konnte hat diese Erfahrung vielleicht nie gemacht Die Entdeckung seines eigenen Körpers war nicht abhängig von der Notwendigkeit den Raum zu vergrößern in dem sich der Körper bewegt Doch ich musste große Entfernungen zurücklegen um Zugang zu meinem eigenen Körper zu finden musste von Paris nach Dieppe fahren und am Meer schlafen um zu erfahren dass ich irgendwo an einer Stelle die ich nicht sehen konnte und die ich mir noch gar nicht vorgestellt hatte eine Öffnung besaß einen so geschmeidigen und so tiefen Hohlraum dass dort die Verlängerung des Fleisches Platz fand die aus einem Jungen einen Jungen machte und ein Junge war ich nicht Der Ausdruck ist zwar veraltet aber früher sagte man zu einem Jungen oder zu einem Mädchen von dem oder der man annahm dass er oder sie nicht wisse wie die menschliche Spezies sich fortpflanzt und folglich auch nicht wisse was Liebe und sinnliche Befriedigung miteinander zu tun haben er oder sie sei unschuldig Ich war gewissermaßen unschuldig bis ich mit zwölf die erste Blutung bekam Mutter und Großmutter waren in großer Sorge sie holten den Arzt Mein Vater streckte den Kopf durch die Tür und fragte lachend ob ich Nasenbluten hätte Soweit zu meiner Aufklärung Ich wusste nicht richtig woher dieses Blut kam und ich konnte die Öffnung aus der es kam nicht von der Öffnung unterscheiden aus der Urin kam Der Arzt erklärte mir sehr höflich dass ich mich ein wenig gründlicher waschen müsse als ich es mit dem Waschlappen tat Er schnüffelte am Gummifingerling mit dem er mich untersucht hatte und sagte sonst riecht es nicht gut Anlässlich eines Skandals bei einem Rockkonzert wo es zu gewalttätigen Ausschreitungen kam und die Polizei eingreifen musste kam mir schließlich eine bestimmte Vermutung Mutter und ihre Freundinnen sprachen in meinem Beisein darüber Man könnte fast meinen diese verrückt gewordenen Mädchen haben die Knüppel der Flix gepackt und sie sich reingesteckt Wo reingesteckt? Und warum die Knüppel? Diese Fragen beschäftigten mich eine ganze Weile Auch als Jugendliche hatte ich nicht mehr Ahnung als das unernierende Mädchen das ich war Schon als Kind merkte ich dass mir gewisse Spiele ein tolles Gefühl bereiteten das mit nichts anderem vergleichbar war Mit meiner Puppe spielte ich auf eine ganz bestimmte Weise Ich raffte den Zwickel meiner Unterhose zu einem dicken Stoffband stopfte es in die Rille bis zwischen die Pobacken und setzte mich so hin dass der Stoff ein wenig ins Fleisch schnitt Dann nahm ich die kleine hohle Hand einer Plastikpuppe und ließ sie über eine nackte Barbie wandern Später ersetzte ich die Aktion mit der zusammengerafften Unterhose durch die Reibung der zwei Verdickungen vor der Rille Ich spielte nicht mehr mit der Puppe aber ich stellte mir vor dass ich wie die Barbie da lag und die gleichen Streicheleinheiten bekommen sollte Vielleicht wollte ich nicht mehr über das Zusammensein von Mann und Frau wissen weil mir das so große Befriedigung schenkte Worauf ich aber eigentlich hinaus will In meiner Vorstellung strichen die Hände vieler Jungen über meinen Körper In Wirklichkeit aber war er reglos fast gelähmt bis auf die nur millimeterumfassende Bewegung meiner Hand im Schoß Damals schlief meine Mutter schon jahrelang nicht mehr bei meinem Vater Er hatte das ehemalige gemeinsame Schlafzimmer behalten Sie teilte mit mir im zweiten Zimmer ein großes Bett Das Bettchen meines Bruders stand an der Seite Selbst wenn man nichts gesagt bekommt weiß man instinktiv welche Aktivitäten man verheimlichen muss Welche paradoxe Fingerfertigkeit musste ich mir aneignen um mir Lust zu verschaffen gewissermaßen in Reglosigkeit fast ohne zu atmen damit meine Mutter nicht spürte wie ich bebte wenn sie sich umdrehte und mich berührte Vielleicht entwickelte sich meine Vorstellungskraft im Zwang mich mehr durch Fantasien zu erregen als durch direkte Streicheln Trotz allem blieb es nicht aus dass mich meine Mutter schüttelte und mich ein kleines Luder schimpfte Zur Zeit als ich mit Claude nach Dieppe fuhr schlief ich nicht mehr mit meiner Mutter in einem Bett aber ich masturbierte noch lange danach mit angezogenen Beinen Man könnte sagen dass ich meinen Körper entfaltet habe als ich ihn öffnete Ich muss 13 oder 14 gewesen sein als ich zu vorgerückter Stunde eine primitive Szene erleben durfte Ich trat in den Flur und sah auf der Schwelle der Eingangstür meine Mutter und den Freund den sie empfing wenn mein Vater nicht da war Sie küßten sich flüchtig aber sie hatte die Augen geschlossen und den Oberkörper nach hinten geneigt Das nahm ich ihr übel und sie nahm es mir übel dass ich es übel nahm Drei oder vier Jahre später sah ich Claude zum ersten Mal in diesem Türrahmen Es war Ende Juni Wir kamen spät abends in Dieppe an und gingen auf einen Campingplatz In der Dunkelheit stellten wir das Zelt auf Damals nahmen Studenten auf Putschmittel damit sie wach blieben und nachts vor Prüfungen lernen konnten Auch Claude hatte eine Tablette nehmen müssen damit er beim Fahren nicht einschlief und hatte mir auch eine angeboten Im Zelt schliefen wir nicht gleich Als er mich leise fragte ob er eindringen könne zitterte ich Ich weiß nicht genau ob es wegen dem war was nun kommen sollte oder wegen der Tablette Jedenfalls war ich mir völlig unsicher was meinen Zustand betraf Einige Monate zuvor hatte ich einen intensiven Flirt Der Junge hatte sein Glied an meinen nackten Bauch gedrückt und war gekommen Am nächsten Tag bekam ich meine Blutung Ich wusste so wenig über meinen Körper dass ich dachte es sei möglicherweise Deflorationsblut Und danach musste ich so lange auf die nächste Regel warten Der Zyklus junger Mädchen ist oft unregelmäßig und kann durch emotionale Beeinflussungen gestört werden dass ich dachte ich sei schwanger Ich sagte zu Claude Ja wenn er mir die Frage noch einmal stellen und mich dabei mit meinem Namen ansprechen würde Mit so einer Bedingung hatte er nicht gerechnet Er sagte mehrmals Katharin Als er ihn wieder herauszog sah ich kaum den dünnen braunen Streifen auf meinem Schenkel Am nächsten Tag verließen wir das Zelt praktisch nicht Es bot gerade genug Platz für unsere Körper Wir legten uns aufeinander und wandten uns Von den Leuten nebenan und unterhalb trennte uns nur die Zeltplane durch die sandfarbenes Lichtdrang Im Nachbarzelt war eine Familie Ich hörte wie die Frau entrüstet fragte Was machen sie nur da drin? Gehen die denn nie raus? Und der Mann antwortete ganz ruhig Lassi sie sind müde sie schlafen Trotzdem krochen wir einmal aus unserer Höhle und aßen in einem kleinen Kaffee Ich war etwas benommen Als wir wieder zum Zelt zurückgingen sah ich dass der Strand und der Campingplatz ganz von einer Klippe abgeschnitten waren die ins Meer ragte Ich weiß nicht mehr genau wie mich meine Eltern wiederholten aber es ging nicht ohne Drama ab und es war auch nicht für lange Einige Wochen später fuhr ich nach Lyon und ein paar weitere Wochen später zog ich zu Claude Die Flucht nach Dieppe hatte aus mir eine Frau gemacht und ich hatte mir das Recht erworben zu machen was ich wollte Rückblickend scheint mir jedoch die Tollerei im Zelt ein kindliches Spiel gewesen zu sein Es erinnert mich daran wie ich mich als Mädchen beim Ausziehen vor den Blicken der Erwachsenen schützte und das Laken über den Kopf zog um mir den dürftigen aber lebensnotwendigen Raum eines eigenen kleinen Heims zu schaffen Tut man etwas Verbotenes an einem Ort wo das Gesetz gilt schlecht geschützt durch eine kleine oder durchlässige Sichtblende durch Laub oder durch eine Hecke aus Komplizen entspringt es zum Teil demselben Spieldrang Es ist ein elementarer Mechanismus der Transgression der paradoxerweise weniger zur Extrovertiertheit als vielmehr zur Introvertiertheit gehört Man stellt sich nicht zur Schau man kapselt sich in seiner intimen Lust ab und tut so als würde man nicht wissen dass es Zuschauer schockieren könnte die darauf nicht vorbereitet sind und die es sogar verhindern könnten Drittens der geschlossene Raum Nischen Die Erkundung der abgeschlossenen Räume am Stadtrand von Paris schenkt mir nicht nur das Glücksgefühl der Weite sie schenkt mir auch das Glücksgefühl eines Versteckspiels In einer ziemlich menschenleeren Straße zwei Schritte von der russischen Botschaft entfernt fand ich einmal Zuflucht auf der Ladefläche eines Transporters der Pariser Stadtwerke Wahrscheinlich war einer der Männer in der Gruppe städtischer Angestellter Die Männer kamen nacheinander herein Ich hockte und lutschte oder lag mit angewinkelten Beinen auf der Seite damit mein Arsch in der besten Stellung war und sie mich leichter nehmen konnten Dort gab es natürlich nichts was den Kontakt mit dem Wellblech abdämpfen konnte und die Stöße taten mir ziemlich weh Doch ich hätte die ganze Nacht dort kauern können Ich war weniger verkrampft durch die missliche Stellung als vielmehr betäubt durch die Atmosphäre in dieser fast unwirklichen Nische wo ich mich zusammengerollt hatte und döste wie in einem diffusen Traum wo man sich dabei zusieht wie man hineingleitet Ich konnte immer an derselben Stelle bleiben In regelmäßigen Abständen ging die Tür auf der Mann sprang hinaus eine neue Silhouette schlüpfte herein In diesem kleinen klapprigen Wagen war ich die reglose Götze die ohne mit der Wimper zu zucken die Huldigungen einer Prozession von Anbetern entgegennimmt Ich war die die ich mir in einer meiner Fantasien zu sein vorstellte Beispielsweise in der Conciergewohnung hinter dem Vorhang vor dem Bett schaut nur mein Arsch heraus und bietet sich der langen Reihe von Männern an die aufstampfen und sich anpöbeln Ein 2-CV-Transporter ist so gut wie eine Conciergewohnung Doch ich kam unter meinem Wellblech-Baldachin hervor bevor alle dran waren Erik stand schmiere Er sagte mir am nächsten Tag die Männer seien zum einen so erregt gewesen dass sie sich daneben benommen hätten zum anderen wäre der Wagen fast umgekippt Eine Koje in die man sich schmiegen muss gehört unabdingbar zur kindlichen Welt Jack und ich teilten uns eine Koje in einem Liegewagenabteil der 2. Klasse als wir während eines Streiks von Venedig zurückfuhren Mit uns belegte es eine größere Familie Wir mussten uns arrangieren also nahmen wir eine Koje zusammen ganz oben wo es heiß ist und wohin man nicht ohne ein riskantes und lächerliches Manöver gelangt Die Eltern nahmen die beiden Kojen unter uns Die Kinder mussten sich recht und schlecht in den restlichen drei einrichten Wir legten uns also in eine Faulenzerstellung aus der die Menschen noch lange sichersten Genuss ziehen können auch wenn sie das Kamasutra vergessen Unsere beiden Körper waren aneinander geschmiegt Ich wärmte meinen Hintern an Jacks Schoß Als alle Nachtlampen gelöscht waren zogen wir die Hosen aus und vögelten ausgiebig und tief Ohne ein Wort Ohne gar ein kleines Stöhnen als Säufzer des Wohlbefindens Ohne eine andere Bewegung als die kaum wahrnehmbare Kontraktion des Hinterns wobei man kaum das Becken bewegt Wer seine Lust im ungewollten Zusammenleben auf engstem Raum befriedigen musste Schlafraum im Internat enge Wohnungen weiß wovon ich spreche Wenn die Lust den Höhepunkt erreicht hat hat sie die absolute Stille und die nahezu völlige Versteifung des Körpers aufgesogen Natürlich kann man später diese Situation der Enge künstlich wiederherstellen Viele suchen sich dafür Plätze die völlig unverdächtig gleichzeitig aber auch sehr exponiert sind Ich achtete auf den Atem der Anderen dessen Gleichmäßigkeit unterbrochen wurde wenn der Zug stark rumpelte Denn ich hatte Angst Ich der es egal gewesen wäre mich auf dem Bahnsteig auszuziehen wenn Jacques von einer Fantasie überwältigt worden wäre und mich darum gebeten hätte Ich hatte Angst dass die Kinder erraten könnten was wir da taten Seit ich mit meiner Mutter in einem Bett geschlafen hatte hatte ich die Rolle getauscht Früher war ich diejenige gewesen die sich heimlichen Aktivitäten hingab Nun aber war ich die Erwachsene die befürchtete die Reaktionen des Kindes nicht mitzubekommen In Wahrheit habe ich nie mein früheres Schamgefühl abgelegt das umso hartnäckiger war weil einem mit den Jahren die Überlegenheit des Kindseins gegenüber dem Erwachsensein erst so richtig bewusst wird Ich hatte also nicht Angst vor dem Urteil der Erwachsenen sondern vor allem der Kinder Ich fürchtete nicht vor ihren Augen etwas zu tun das sie möglicherweise noch nicht kannten sondern etwas Ernstes zu tun etwas Kostbares das man nicht leichtsinnig in die Öffentlichkeit tragen sollte Da ich auch Beziehungen mit Familienvätern hatte hätte ich zweimal fast eine sehr viel eindeutigere Szene geliefert als meine Mutter die ihren Freund heimlich küßte In der ersten und einzigen Nacht die ich mit Robert bei ihm zu Hause verbrachte blockierte er die Türklink mit einer Stuhllehne und ich sagte bei mir Tja, diese Dinge die man in alten Liebesfilmen sieht das gibt es wirklich Am Morgen rüttelte seine Tochter an der Tür sie wollte ihren Vater sehen bevor sie zur Schule ging Er rief sie solle sich fertig machen er würde kommen das tat er auch Beim Mittagsschlaf in den Ferien rief Eriks Sohn hinter dem Baumwollvorhang der das Zimmer abtrennte nach seinem Vater Erik löste sich von meiner Brust fuhr auf wie der Deckel eines Kastens der im Scharnier baumelt und schrie in seiner Bestürzung als wäre aus diesem Kasten der Teufel persönlich herausgesprungen Hau ab Hau ab und lass mich schlafen Beide Male fühlte ich mich wie das angeschnauzte Kind Wer hat keine Erinnerung ans Knutschen an diese gierigen Küsse wenn auf einmal die Zungen all ihr Muskelspiel entfalten plötzlich eine immense Länge und Saugkraft haben und sich gegenseitig den ganzen Mund und die Lippen des Anderen erkunden und dem Begriff Zungenkuss alle Ehre machen Fanden diese Szenen nicht in einer Tür statt am Fuß einer Treppe oder in der Enge eines Hauseingangs dort wo immer die Lichtschalter sind auf die man sich gerade nicht stützen wollte In der Jugend wenn man selten einen Raum für sich hat muss man sich dem fleischlichen Genuss in halböffentlichen Räumen wie Torwegen Treppenhäusern und Treppenabsätzen hingeben Der Sexualtrieb den die Zivilisation ins stille Kämmerchen verbannt hat verschafft sich zunächst nicht hinter einer Schlafzimmertür spontan und offen sein Recht sondern an Durchgangsorten die für alle da sind und wo höfliche Zurückhaltung ihre höchste Ausformung erlebt Guten Tag Guten Tag Guten Abend Entschuldigen Sie bitte nach Ihnen Wie oft hatte ich dort wo mir Nachbarn normalerweise die Tür aufhalten steife Nippel unter einer tatschenden Hand Selbst als unabhängige Frau konnte ich masochistisch ungeduldig sein in einer gekachelten Eingangshalle die durch ein Oberlicht vom Schein der Straßenlaternen erleuchtet wird und mich schütteln lassen wie ein Sack wenn ich auf einer Heizung saß die Knie bis zum Kinn angezogen und mir die gusseisernen Rohre bei jedem Stoß ein wenig mehr in den Hintern schnitten Sollte man sich demnach nicht fragen ob die Lust an der Grenzüberschreitung die Erwachsene dazu treibt sich zum Sex solche und noch belebtere unbequemere und ungewöhnlichere Orte auszusuchen nicht einer Transgression entspringt die man primär nennen könnte und ob diese Perversität nicht auf das Konto einer lässlichen Unreife geht Bevor ich die Schnitzeljagden im Bois de Boulogne oder in der Manege der Porte Dauphin kennenlernte gaben mir die Spritztouren mit Henri und Claude Anlass dieses verstohlene und manchmal sehr massive Betatschen in Pariser Wohngebieten zu pflegen Zu nachtschlaffender Stunde verirrten wir uns auf der Suche nach der Wohnung einer Freundin in einer Siedlung Sie ist zwar Künstlerin und gibt sich ungezwungen doch sie ist bürgerlich Sie wohnt am Boulevard Excellement und ist außerdem die Geliebte von Henri's und meinem Chef Unsere Absichten sind kindisch Erst wollen wir klingeln und unsere Störung mit Zärtlichkeiten entschuldigen Der Hintergedanke wenigstens ein Junge sollte seinen steifen Schwanz in die Grube zwischen den Wülsten aus feuchtem Fleisch schieben die durchtränkt sind vom Duft des Schlafs Wir mussten nur noch wissen in welchem Haus genau und auf welcher Etage die Schlafende wohnte Der selbstsichere Claude ging in einem Haus von einem Stock zum anderen und ließ uns Henri und mich bestimmt absichtlich lange in einem anderen Haus suchen doch die Suche stellte sich als fruchtlos heraus Henri ist immer zärtlich seine Finger sind ein wenig steif sie wirken so als würden sie eher dazu dienen Dinge zu zeichnen als sie zu ergreifen ich bin direkter im Stehen drücken wir uns aneinander und streicheln unsere Hintern ich bin nackt unter dem Rock Henri ist nicht sehr viel umfänglicher als ich mir gefällt es einen Männerarsch in die Hand zu nehmen und auch seinen Körper so leicht umarmen zu können ich war mit großen kräftigen Männern zusammen aber ich habe es nie verschmäht auch von Kleinen verführt zu werden das Gleichgewicht zwischen der Masse des Mannes und meiner Masse die ebenbürtige Proportionierung in unseren Umarmungen und im körperlichen Einsatz gibt mir eine besondere Erregung in die sich wahrscheinlich eine narzisstische Illusion mischt der Wunsch den betreffenden Mann zu feminisieren ich habe die gleiche Lust wenn ich ihn küsse wie er sie hat wenn er mich küsst ich hoffe ich kann auf den folgenden Seiten dem Rausch gerecht werden den mir ein geschwollenes Glied im Mund verursacht dabei identifiziere ich meine Lust mit der Lust des Anderen je mehr er sich aufbäumt je lauter er stöhnt brummt je deutlicher seine Worte sind desto mehr scheint er mir dieses verrückte Prickeln in meinem eigenen Schoß zu entäußern ich will hier versuchen die Szene mit Henri zu rekonstruieren ich weiß dass ich ihn mit einer Leidenschaft leckte die ihn erstaunte sagt er wie hatte ich das angestellt bin ich nach dem instinktiven Aneinanderpressen unserer Schöße auf die Knie gegangen geführt vom Ring meiner Arme die hinabgelitten ohne seinen Körper loszulassen und fuhr dann mit Gesicht Wangen, Stirn, Kinn über das Relief das mich durch seine Form und seine Härte immer an ein großes Stopfer erinnerte das Licht ging aus Henri kam zu mir auf den kurzflurigen Teppich und wir kauerten uns gegenüber dem Aufzug auf dem Treppenabsatz zusammen ich holte sein Ding heraus das hinter den gespannten Knopflöchern des Hosenschlitzes gefangen war und half ihm unter einer langsamen und gleichmäßigen Bewegung der Hand Gestalt anzunehmen danach muss ich mit dem Kopf zwischen seinen angezogenen Beinen die Bewegung der Lippen wieder aufgenommen haben das Licht ging an ich hielt inne ich spürte wie der Hammer der Angst in meiner Brust klopfte in meinen Ohren klingelte wie sein Nachhall bis in die Sinneszonen meines Unterleibs drang doch kein Geräusch begleitete das Licht während ich wartete hielt ich aus einem Reflex die Hand wie eine Hülle über seinen Schwanz der zu groß war um wieder an seinen gesitteten Platz zurückzukehren beruhigt machten wir es uns dann auf den Stufen etwas bequemer bestimmte Regeln beim Vögeln ähneln den Regeln der Höflichkeit vor allem wenn sich der Rahmen schlecht für überschwängliche Gesten eignet die Partner beschäftigen sich abwechselnd mit dem Körper des Anderen wobei sie den eigenen Körper zunächst in einiger Entfernung des Anderen halten wie zwei Menschen die sich übertrieben zuvorkommend bedanken Henri's Finger setzten in meiner Möse eine wahre Kolbenmaschine in Gang während ich an der Stufe lehnte und mein Mund nur noch das Licht um sich herum schlürfte und wenn ich seinen Schwanz immer noch fest in der Hand hielt so hatte ich aufgehört ihn zu reiben ich war schnell befriedigt dann war ich wieder dran ich schloss meine Beine und tauchte mit dem Kopf zwischen die Seinen unsere Bewegungen brauchten nicht mehr Platz als unsere aneinander gepessten Körper das Licht ging zwei dreimal wieder an dazwischen hat uns die Dunkelheit verborgen wie in einer Spalte des Aufzugsschachtes das helle Licht schlug mir entgegen und ich pumpte heftiger ich weiß nicht mehr ob Henri bei Tag oder bei Nacht gekommen ist wir strichen die Kleider mit der flachen Hand glatt und fuhren uns durch die Haare wenn Claude und ich die Abende mit Freunden verbrachten und ich unerwartet und ungesehen mit ihm vögelte wie an jenem Abend trat ich ihm nicht ohne eine diffuse Charme wieder unter die Augen ich glaube das gleiche galt auch für meinen Begleiter Claude erwartete uns unten im Treppenhaus er tat so als wäre er aus einem anderen Haus gekommen Henri fand dass er komisch aussah nach der richtigen Tür haben wir nicht weiter gesucht Krankheit Schmutz Jede Nische wo der Körper eine Fülle erfährt die umgekehrt proportional ist zum Raum den er zur Verfügung hat und wo er sich umso mehr entfalten kann je mehr eingezwängt wird erinnert uns an den fetalen Zustand und wir ziehen daraus nie mehr Genuss als wenn das organische Leben verborgen in dieser Nische sein Recht fordert egal wie dies beschaffen ist und wir uns einem Zustand überlassen können der sehr stark an den Beginn einer Regression unerinnert ein Gedanke die Hygiene schreibt nicht vor dass ein Abort ein Ort sei eine Kammer die wir allein aufsuchen wenn sich dies so entwickelt hat dann unter dem Vorwand der Scham doch der eigentliche Grund für diese Scham ist nicht die Sorge um unsere Würde und auch nicht die Sorge andere zu belästigen sondern die Freiheit sich ganz der Lust des Defekierens zu überlassen seinen eigenen Gestank einzuatmen ja sogar minutiös unseren Stuhl zu untersuchen wie Salvador Dali der darüber vergleichende und bildhafte Beschreibungen gegeben hat ich will keine skatologischen Geschichten erzählen ich will mich hier lediglich an alltägliche Umstände erinnern in denen meine Körperfunktionen im Konflikt waren und da ich niemals einen erklärten Liebhaber meiner Fürze und Fäkalien traf und auch selbst niemals die der anderen kosten wollte wurden diese Konflikte zu einem unsicheren Kampf zwischen Lust und Unlust Genuss und Schmerz ich leide unter Migräne bei der Ankunft auf dem Flughafen in Casablanca muss ich lange auf das Gepäck warten und vergehe vor Hitze die Reise ist noch nicht zu Ende mit Basile dem Architekten der mich eingeladen hat fahre ich zu dem Feriendorf das er baut und wo er ein kleines Haus besitzt wir halten an einem Weg abseits der Straße das Wetter ist schön spärliches Laub raschelt im hellen Licht ich hocke auf allen Vieren auf der Rückbank und strecke wie immer meinen Arsch so schön hin dass ich ihn mir wie einen Ballon vorstelle der vor dem Wagen schwebt sich gleich vom übrigen Körper losreißt und davon pflegt während dieser Ballon durchlöchert wird von einer der spitzesten Nadeln die ich jemals kennengelernt habe spüre ich die ersten Symptome Sternchen trüben meinen Blick und verstärken den Eindruck des flimmernden Lichts beim letzten Stoß hat mein Körper abgesehen von meinem Arsch aufgehört zu existieren hat sich seines Inhalts entleert ist zusammengeschrumpft wie eine Frucht ohne Wasser hat sich zersetzt in der Glut besser gesagt es steht nichts mehr zwischen meinem Schädel der im Schraubstock zerbröselt ist und der Haut an meinem Hintern wo noch die letzten Berührungen stattfinden ich brauchte kein Wort mehr heraus als wir am Ziel waren legte ich mich ganz steif in das hohe breite Bett an die beiden Enden auf die mein Körper reduziert war an das eine wo er sich im Schmerz auflöste und an das andere das die Lust in eine Trägheit versetzt hatte hängte sich das Gewicht des Schwindels der mit den starken Kopfschmerzen kommt ich war gewissermaßen nur noch die Erscheinung eines Körpers beschwert an den drei Punkten der einzigen Organe die mir geblieben waren und an denen sich ein besorgter Mann leise zu schaffen machte wenn mich die Migräne in einem abgedunkelten Zimmer festhält und ich nicht einmal mehr das Laken von meiner Haut ziehen kann das manchmal getränkt ist vom Schweiß einer Nacht und eines ganzen Tages wenn ich den halbverrochenen Gestank meines Erbrochenen einatme und das die einzige Wahrnehmung ist die keinen unerträglichen Schmerz hervorruft stelle ich mir manchmal mit der letzten Kraft meines Geistes vor dass ich in diesem Zustand wo meine Augenhöhlen mit gräulichen Scheiben vergrößert sind und die inneren Augenwinkel und die Nasenwurzel ganz eingesunken sind von fremden Augen gesehen werde Jacques ist zu sehr daran gewöhnt und ein Arzt hat zu viel Distanz ich wünsche mir dass Jacques mich in diesen Momenten fotografiert und dass er die Fotos veröffentlicht dass beispielsweise die Leser meiner Artikel und meiner Bücher sie sehen wenn ich durch den starken Schmerz völlig ohnmächtig bin wäre das in gewisser Weise ein Ausgleich meinen körperlichen Verfall zum Abschluss bringen indem ich ihm den Blick anderer aussetze die Beziehung mit Basie war immer locker heiter und voller Lust Basie war ein feinfühliger und scharfsinniger Mann unsere Unterhaltungen waren immer lebhaft eines Tages war er so lieb mir für meine große Nase ein Kompliment zu machen ich hatte deswegen immer Komplexe doch er meinte sie verleihe meinem Gesicht Charakter auch er kam meistens in meinem Arsch aber nie ohne vorher mit sicherem Zeigefinger den empfindlichsten Punkt meines Körpers stimuliert zu haben nachdem ich kein Wort mehr sagen und auch nicht mehr auf die Berührung seiner Hände reagieren konnte konnte ich ihm immer noch diesen Anblick bieten wenn ich mich vollständig bis hin zur Schrumpfung meiner ganzen Person gehen ließ eine Bedeutung des Wortes Raum ist Leere verwendet man das Wort ohne Zusatz weckt es vorrangig die Vorstellung eines Himmels oder einer Wüste der enge Raum hingegen ist fast automatisch ein voller Raum wenn ich das Verlangen habe den weiten Horizont zu schauen versetzte ich mich in meiner Fantasie gerne in die Kammer für die Mülleimer meist die jenes Hauses wo ich als Kind wohnte mit dem Rücken an der Wand lasse ich mich zwischen Mülleimern aus geriffeltem Blech von einem Mann nehmen der aus diesem Anlass gerade einen Eimer voller Abfälle herunterbringt ich habe diese Fantasie noch nie ausgelebt aber ich besuchte regelmäßig einen Mann der in einer solchen Rumpelkammer und in einem solchen Dreck lebte dass die Vorstellung des Mülleimers sicherlich einen Platz in seinem Unterbewusstsein einnahm er war ein Schöngeist ein klar denkender und gesetzter Theoretiker mit gepflegter Ausdrucksweise die Wohnung hatte zwei winzige Zimmer die Wände waren ganz mit Regalen bedeckt wahllos vollgestopft mit Büchern und Platten einige Bretter hatten schon unter dem Gewicht nachgegeben das eine Zimmer füllte zu drei Vierteln ein Bett aus dessen Laken und Überwurf ich nie anders sah als in einem zerknüllten Haufen bevor wir uns hinlegten mussten wir erst Bücher, Zeitungen und Papiere beiseite schieben im zweiten Zimmer sah nicht nur der Schreibtisch so aus als hätte sich ein wütender Dieb an ihm gerecht weil er nichts gefunden hatte sondern auch der Boden ein Dickicht aus umgestürzten Bücher und Katalogstapeln Haufen von geöffneten Umschlägen zerknitterten Papieren und aufgeblätterten Seiten die vermutlich noch gebraucht wurden zusammen mit dem Staub wäre das aber noch gar nichts gewesen da dienten Gläser in denen noch der braune eingetrocknete Rest eines Getränks lagerte als Papierpressen dort hatten Gläser runde klebrige Ränder in andere Papiere gedrückt da steckte ein vergilbtes T-Shirt oder ein hartes getrocknetes Handtuch zwischen den Laken dort musste ich auf der Suche nach einem Stück Seife in der Spüle archäologische Ausgrabungen betreiben zwischen Schichten von Tassen und Untertassen an denen eine Kruste aus Krümel haftete wie Erde an einer frisch ausgegrabenen Tonscherbe es war herzerfrischend in diesem Loch verbrachte ich viele Nächte sein Bewohner konnte sich nicht von ihm trennen für mich war es eine nie versiegende Quelle der Ratlosigkeit wenn ich feststellen musste dass er wohl nie diesen grundlegenden Akt zivilisierten und städtischen Lebens vollziehen und sich die Zähne putzen würde wenn er lachte enthüllte seine Oberlippe eine gelbe Fläche die hier und da schwarz gesprengelt war ich zweifelte nicht daran dass jede Mutter ihrem Kind Sauberkeit beibringt und fragte mich wie groß ein Erinnerungsverlust an die Kindheit gewesen sein muss er mochte es wenn ich ihm den Arsch rieb er ging gleich auf alle Viere streckte seinen großen weißlichen Arsch heraus und setzte eine ernste abwartende Miene auf ich hockte mich neben ihn auf meine gespreizten Knie die linke Hand lag leicht auf seinem Rücken oder seiner Hüfte die rechte befeuchtete Hand rieb seine Rosette dann steckte ich zwei, drei, vier Finger hinein manchmal musste ich bei meinem gebeugten Rücken und den wilden Bewegungen meines Arms an eine Hausfrau denken die schnell eine Soße korrigiert oder an einen Bastler der sein Werk poliert sein Stöhnen war genauso nasal wie sein Lachen dieser Klang an dem ich die Früchte meiner nicht nachlassenden Arbeit erkannte brachte mich in so eine Übererregung dass ich erst aufhörte als die Bewegung schmerzhaft wurde dann nahmen wir wie Akrobaten eine Stellung nach der anderen ein bis wir schließlich die Plätze getauscht hatten die Zunge ersetzte die Finger ich glitt unter ihn zum sogenannten 69 dann ging ich auf alle Viere die erneute Spitze der Lust die ich dann erreichte war immer wieder ein Thema anschließender Fragen nur wenige Menschen kennen diese Öffnung und sich darin zu suhlen ließ sicherlich die kindliche Schwäche für die Kloake wieder wach werden die Kloake ist ein verborgener Ort nicht so sehr weil es erniedrigend wäre wenn andere ihn sehen sondern weil man sich wie bestimmte Tiere die einen abstoßenden Geruch aussenden um ihren Verfolger fernzuhalten damit umgibt wie mit einem Schutzschild sich hineinflüchtet wie in ein Nest das umso sicherer ist als es zum Teil mit seinen eigenen Ausscheidungen gebildet wurde doch meine Bekannten waren so direkt zu sagen dass dieser Mann dreckiger sei als es für einen Intellektuellen der öfter mal sein Äußeres vernachlässigt statthaft wäre ich schmetterte weder die Fragen noch die Kommentare ab ich reagierte etwas herausfordernd na und so wie ihr mich seht geduscht am Morgen und mit frischer Unterwäsche suhle ich mich in diesem Dreck oder falls nötig ich reibe mich an ihm wie ich mich an euch kuschle man muss kein großer Psychologe sein um in diesem Verhalten einen Hang zur Selbsterniedrigung zu erkennen vermischt mit der perversen Absicht den anderen mit hineinzuziehen doch damit nicht genug ich war von der Überzeugung getrieben unglaublich frei zu sein entgegen allem Ekel zu vögeln war nicht nur erniedrigend ich erhob mich in der Umkehrung dieser Bewegung auch über Vorurteile und brach Tabus die genauso stark waren wie der Inzest Im Büro Ich muss den Schnitt zwischen dem Inneren und dem Äußeren meines Körpers zusammennähen und will ohne ganz klare anale Tendenzen zu zeigen mein Wohlbefinden in der Befleckung finden Gewisse Züge meiner sexuellen Orientierung zeigen eine schwache Regression Ich sprach auch über meine Gewohnheit den Aktern möglichst vielen vertrauten Orten zu vollziehen An bestimmten Orten kann das Paar seine Lust unmittelbar befriedigen und dabei neue Stellungen ausprobieren zwischen Aufzug und Wohnungstür in der Badewanne oder auf dem Küchentisch Einige der aufregendsten Orte befinden sich am Arbeitsplatz Ein Freund den ich in seinem Büro mit Blick auf die Rue de Rennes besuchte ließ sich gerne vor der Wand lutschen die bis unten verglast war Ich kniete im Gegenlicht Das geschäftige Leben im Viertel drang bis zu mir nach oben und trug sicherlich zu meiner Erregung bei In der Stadt fehlt ein ferner Horizont also suche ich mir einen Punkt ein Fenster oder einen Balkon und stelle mir in der Wohnung dahinter einen verführerischen Schwanz vor Zu Hause lasse ich einen verschwommenen Blick über den engen Innenhof und die Nachbarfenster schweifen Von meinem ehemaligen Büro am Boulevard Saint-Germain betrachtete ich die massive Fassade des Außenministeriums Einige Orte schilderte ich schon auch die prickelnde Angst den Blicken unfreiwilliger Augenzeugen ausgesetzt zu sein Dieser prickelnden Angst würde ich den Trieb hinzuzählen sein Revier zu markieren wie ein Tier Wie ein Lemure der mit ein paar Urinspritzern seine Gehege definiert so lässt ein Mensch ein paar Tropfen Sperma auf eine Treppenstufe oder den Teppichboden im Büro kleckern oder tränkt mit seinem Fluidum eine Abstellkammer wo jeder seine Sachen hineinräumt Drückt man dem Ort den Stempel des sexuellen Akts auf in dem der Körper seine eigenen Grenzen sprengt macht man sich diesen Ort osmotisch zu eigen und macht das Teilen eines fremden Territoriums sein eigenes Revier Sicherlich mischt sich in so einer Aktion zum Teil auch Indirekt Provokation oder Aggression anderen gegenüber Die Freiheit erscheint größer wenn man es an einem Ort treibt wo die berufliche Zusammenarbeit Regeln und Grenzen auferlegt auch wenn man diesen Ort mit den diskretesten und tolerantesten Menschen teilen mag Ungeachtet dessen dass man möglicherweise private Dinge von anderen in seine Intimsphäre mit einbezieht einen Pullover den jemand vergessen hat und den man als Unterlage für den Hintern benutzt das Handtuch des Etagenklos mit dem man sich danach den Schoß wischt zieht man die anderen in gewisser Weise ohne ihr Wissen mit hinein Manche Orte besetzte ich mit dem Gefühl dass ich dort mehr zu Hause wäre als die anderen die dort den größten Teil ihrer tätigen Zeit verbringen denn wo sie ihre Akten und Papiere ausbreiten hinterließ ich die feuchte Spur meines Hinterns Trotzdem dachte ich oft dass vielleicht auch sie ihren Arbeitsplatz schon umdefiniert hatten und dass wir gegenseitig in unseren jeweiligen Spuren vögelten Tabus Ich hatte selten Angst in Flagranti beim Vögeln ertappt zu werden Ich sprach einige Male vom Bewusstsein der Gefahr die man läuft wenn man sich an einem ungebührlichen Ort sexuell betätigt denn dieses Bewusstsein trägt auch zur Lust bei Doch das Risiko ist immer begrenzt eingeschränkt durch gewisse Regeln die man eben kennt Ein häufiger Besucher des Bois kennt die verbotenen Stellen er weiß wo es ganz unmöglich ist er weiß auch wo es trotzdem geht und ich habe die Büros immer nur außerhalb der Arbeitszeiten benutzt Meine Überzeugung dass die meisten Menschen Sex haben in welcher Form auch immer tröstet mich in gewisser Weise und ich denke dass schon nichts Unangenehmes passieren wird Wenn ein unfreiwilliger Augenzeuge nicht den Drang hat mitzumachen sorgen seine eigenen Triebe dafür dass er sich sitzam zurückhält und nichts weiter unternimmt Jack lächelt beunruhigt über den jungen Wanderer der uns grüßt Wie hätte er reagiert wenn er uns zwei Minuten früher getroffen hätte als uns der Gürtel an den Knöcheln hing und die Stöße unserer Körper das Laub am Wegesrande zum Rascheln gebracht hatten wie ein kleines aufgeschrecktes Tier Dann sage ich nichts wäre passiert Hinzufügen möchte ich dass ich nur jene fürchte die ich gut kenne Die Fremden sind mir egal da bin ich sicherlich nicht die Einzige Für mich ist es ein Tabu eine Wohnung zu benutzen wenn der Mitbewohner nicht da ist und nichts davon weiß Eines frühen Nachmittags kam Claude nach Hause in die große Altbauwohnung die wir neu bezogen hatten und betrat das Gästezimmer neben dem Eingang Dabei platzte er in einen Fick dem ich nicht widerstanden hatte Ich hatte zum ersten Mal außerhalb einer Gruppe Pauls großen Körper der herrlich schwer auf mir lag in vollen Zügen genossen Claude verließ wortlos das Zimmer Ich sah wie Paul aufstand sein breiter Rücken füllte die Tür aus sein Hintern war im Verhältnis eher klein er folgte Claude Durch die Tür hörte ich ihn entschuldige alter Freund Ich war erschrocken über diese angebliche Leichtigkeit mit der er seiner tatsächlichen Verlegenheit Ausdruck gab Ich hingegen konnte lange Zeit nicht ohne heftige Schuldgefühle daran denken obwohl ich schon unter Claudes Augen mit Paul gefügelt hatte und Claude nie über den Vorfall sprach Ich konnte das Gästezimmer natürlich als neutrales Gebiet betrachten während das gemeinsame Zimmer das Ehebett absolutem Verbot unterlag Einmal führte mich die fatale Empfänglichkeit meines Körpers und meines Willens für die ersten Berührungen eines Mannes ich erwähnte es schon an die Schwelle des Zimmers von Jacques und mir Doch ich konnte mich nicht einmal an den Türpfosten lehnen so große unbewusste Angst hatte ich in eine Falle zu gehen Ich tänzelte auf einem Bein rückwärts denn der Mann der vor mir kniete und versuchte unter dem Rock an meine Möse zu kommen hatte mein anderes Bein über seine Schulter gelegt Vor dem Bett verlor ich das Gleichgewicht Ein ungläubiger Blick traf mich aus dem V meiner Schenkel in der Luft Ich setzte der Übung ein Ende und stand verschämt auf Das sind die Grenzsteine einer Moral die eher dem Aberglauben entspringt als einem klaren Blick auf das was gut oder schlecht ist Diese Grenzen senden zunächst nur Signale aus einer Richtung In einem fremden Badezimmer am Morgen hatte ich noch nie Skrupel mit der duftenden Seife einer Abwesenden den Geruch der Nacht zu vertreiben Ich konnte auch so betrügen dass es den Betrogenen mehr verletzte als zu erfahren dass man sich in seinen Laken gewälzt hat Ich gestehe dem Anderen dieselbe Verbundenheit mit der Umgebung zu wie mir selbst Sie macht aus jedem Gegenstand der intim ist oder zu einem intimen Zweck gebraucht wurde eine Art Ausdehnung des Körpers eine empfindliche Prothese Berührt man in Abwesenheit eines Menschen ein Ding das dieser Mensch sonst berührt vergreift man sich damit auch an diesem Menschen Meine Zunge konnte bei einer Party eine Möse auslecken in die jemand gespritzt hatte der sich vorher an mir aufgegeilt hatte aber die Vorstellung mich mit einem Handtuch abzuwischen das eine Frau heimlich bei mir benutzt und zwischen ihren Schenkeln hindurchgezogen hat oder dass Jacques dasselbe Handtuch benutzt wie ein Gast von dem er nichts wusste versetzt mich so in Grauen als würde ich mich mit Lebra anstecken doch vor diesem Grauen kommt außerdem eine Hierarchie ins Spiel nach der ich der Achtung vor der körperlichen Unversehrtheit allem was dazugehört allem was ich dazugehörig empfinde mehr Bedeutung beimesse als der moralischen Integrität denn ein Übergriff auf die Erste ist für mich unwiderruflicher als ein Übergriff auf die Zweite ich neige zu dem Gedanken auch wenn ich dies mit der Zeit relativiert habe dass man mit einer unsichtbaren Verletzung leichter zurechtkommt als mit einer äußeren ich bin eben sehr auf Äußerlichkeiten bedacht Vertrauen ein Paradoxon dieses Wesenszuges besteht darin dass Bilder zwar eine äußerst wichtige Rolle in meinem Leben spielen und dass das Auge mich mehr leitet als jedes andere Organ doch beim Sex passiert das Gegenteil da werde ich blind man kann sagen dass ich mich in diesem Kontinuum der geschlechtlichen Welt wie eine Zelle in ihrem Gewebe bewege die nächtlichen Touren und dass ich umgeben getragen durchdrungen werde von Schatten kommen mir entgegen und noch mehr als das ich kann meinem Begleiter blind folgen ich verlasse mich auf ihn gebe meinen freien Willen auf seine Präsenz verhindert dass mir irgendetwas Schlimmes widerfährt mit Erik kann ich lange in eine Richtung fahren die ich nicht kenne und mich dann auf freiem Feld wiederfinden oder im dritten Untergeschoss eines Parkhauses ich habe nie Fragen gestellt das war für mich im Grunde weniger seltsam als wenn gar nichts passiert wäre ich habe eine böse Erinnerung an den Keller eines marokkanischen Restaurants an der Place Moubert einem Viertel in einem Gewölbe standen Bänke und niedrige Tische es war kühl allein dort ich mit weitem Ausschnitt und kurzem Rock als der Kellner und der Mann den ich für den Wirt hielt mit dem Essen kamen knöpfte Erik die Huse noch weiter auf und fuhr sehr nachdrücklich mit der Hand unter meinen Rock ich erinnere mich besser an den Blick der beiden Männer schwer und ohne Wohlwollen als an ihre kurzen gezielten Berührungen zu denen sie mein Begleiter stumm eingeladen hatte er machte dem Warten ein Ende und nahm Eriks Schwanz in den Mund aber wollte ich mich damit nicht nur von der unfreundlichen Haltung des Personals ablenken wir verließen das Restaurant ohne das Essen zu beenden war die Stammkundschaft nicht da? Erik kannte das Lokal hatte er etwa den Empfang überschätzt den man uns bereiten würde? die abwartende Haltung der beiden war beunruhigender gewesen als wenn an einem unpassenden Ort ein ganzer Schwarmfremder mit steifen Rohren aufgetaucht wäre mit Erik war ich mir sicher dass jeder Mann den wir unter bestimmten Umständen trafen auf ein unsichtbares Zeichen von ihm meine Schenkel öffnen und sein Glied hineingleiten lassen konnte ich glaube es gab keine Ausnahme als wäre Erik ein Universalführer gewesen der nicht nur erreichte dass ich auf vertrautem Gebiet Fuß fasste sondern dass die Welt Mensch für Mensch in mich eindrang daher war ich an jenem Abend so besorgt auf unsicherem Gebiet wenn ich auf Menschen traf deren soziale Unterschiede durch ihre sexuelle Gleichheit nivelliert wurden musste ich nie die geringste Bedrohung oder Brutalität fürchten ich wurde sogar mit einer Aufmerksamkeit behandelt die ich in einer klassischen Zweierbeziehung nicht immer erlebte und die Angst vor der Polizei die gibt es ganz einfach nicht zum einen hatte ich kindliches Zutrauen dass der Mann an meiner Seite die Dinge meistern und für unsere Sicherheit sorgen würde und in der Tat war mir noch nie etwas passiert zum anderen wäre ich lediglich ein wenig verärgert gewesen wenn man mich in der Öffentlichkeit bei exhibitionistischen Haltungen erwischt hätte während ich vor Scham vergehe wenn der Schaffner ein wenig brüsk die Fahrkarte verlangt und ich sie gerade nicht finde hätte ein Ordnungshüter meinen Körper entdeckt wäre es nur der Körper gewesen den Fremde im Bois genommen hatten es wäre weniger ein bewohnter Körper gewesen als vielmehr eine Hülle aus der ich mich zurückgezogen hätte diese Lektion die mein Blick vornimmt wird verdoppelt von dem sehr sicheren Schutz durch den Blick des Anderen von dem undurchsichtigen und gleichzeitig durchsichtigen Tuch mit dem er mich bedeckt Jacques wählt nicht absichtlich belebte Orte aus um mich nackt zu fotografieren er würde mich immer nur vor einem Spiegel entblößen doch er hatte eine Schwäche für Durchgangsorte und vor allem für den Übergangscharakter der Hintergrundobjekte Autowracks weggeworfene Möbel Ruinen was uns schließlich an Orte führte wo es solche Gegenstände gibt wir sind vorsichtig ich trage immer ein Kleid das ich leicht wieder zuknöpfen kann am Grenzbahnhof Port Buh warten wir bis der Bahnsteig leer ist ein Zug fährt an doch er steht zwei drei Gleise entfernt die Reisenden sind so beschäftigt dass sie uns nicht beachten und wir vergewissern uns dass die Zöllner sich weiter unterhalten Jacques steht im Gegenlicht ich kann die Zeichen schlecht erkennen die er mir macht ich gehe auf ihn zu das Kleid von oben bis unten offen die Sicherheit kommt mit dem Gehen wie hypnotisiert durch das Flimmern der Silhouette die am anderen Ende auf mich wartet habe ich den Eindruck immer weiter in einem Tunnel voranzugehen in der mit beißender Schärfe geladenen Luft einen langen Raum zu öffnen der nicht breiter ist als die Spannweite meiner baumelnden Arme jedes Klick bestätigt einen straffreien Schritt am Ende meines Gangs lehne ich mich an die Mauer Jacques macht vielleicht noch ein paar Bilder Trägheit ist mir gestattet wenn ich den Raum durchquert habe das Glücksgefühl der Eroberung wir wurden auch in der Unterführung zwischen den Bahnsteigen nicht mehr gestört nicht in der großen leeren hallenden Halle und auch nicht auf dem Gehsteig am Ausgang den Katzenbelagerten und den ein Spring pronunzierte nach dem Abendessen gehen wir zum Wagen zurück der am Friedhof geparkt ist wir genießen den Abend das Reiben Hintern an Schwanz mein wiederholtes Ausziehen verlangt nach mehr da ich mein Kleid ständig aufgeknöpft und ausgezogen habe möchte ich mich noch ganz weit öffnen ich liege halb auf der Kühlerhaube meine Möse will gerade den steifen Schwanz aufnehmen da dringt schrilles Gebell an mein Ohr der Schein der einzigen Straßenlaterne wird vom wilden Schatten eines kleinen Hundes durchquert gefolgt von einem humpelnden Mann ein kurzer Moment der Verwirrung ich schlage mein Kleid hinunter Jack packt recht und schlecht sein störrisches Teil wieder ein ich streichle ihn durch die Hose hindurch weiter und will dass wir uns etwas einfallen lassen je nachdem welche Richtung der Mann einschlägt der ausgerechnet hin und her geht und uns schäl ansieht Jack meint es sei besser zurückzufahren im Wagen bekomme ich vor Panik einen Wutanfall wie immer wenn die Frustration zu groß ist auf Jacks besonnene Bemerkungen antworte ich dass der Typ vielleicht mitmachen wollte die tobende Lust ist ein naiver Diktator der nicht glaubt man könne sich ihm widersetzen nicht einmal widersprechen darüber hinaus bekomme ich fast das Gefühl ich sei aus der Aufmerksamkeit entlassen die mich den ganzen Tag lang begleitet und beschützt hat und die gewissermaßen meine Bindung zur Welt ausmacht die Wut kommt aus einem Gefühl der Ohnmacht wenn meine Lust gefögelt zu werden durchkreuzt wird bin ich hin und her gerissen zwischen zwei widersprüchlichen Stimmungen zum einen Ungläubigkeit die mich daran hindert so einsichtig sie auch sein mögen die Gründe zu verstehen warum die anderen meinen dringlichen Erwartungen nicht entsprechen zum anderen der genauso kindischen Unfähigkeit ihren Widerstand zu brechen so situationsbedingt eindeutig oder schwacher auch sein mag das heißt die Initiative zur Verführung oder zur Provokation zu ergreifen damit sie ihre Meinung ändern sexuelle Frustration stürzt mich in einen Zustand den ich einen harmlosen Autismus nennen möchte ich bin völlig abhängig von einem begehrlichen Blick und von Berührungen die mich bedecken dann verflüchtigt sich die Angst und ich kann wieder meinen Platz in einer Welt einnehmen die nicht mehr feindlich ist auf dem Rückweg will ich dass wir am Straßenrand anhalten aber meine Wut wird immer größer denn wir sind auf einer Schnellstraße wo dies kaum möglich ist ich entziehe mich der Straße und auch dem Wagen konzentriere mich auf meine Möse schiebe sie vor und streichele mit langsamen kreisenden Bewegungen das klebrige kleine Tier das dort wohnt immer wieder lassen die Scheinwerfer der entgegenkommenden Wagen meinen glatten Bauch wie ein Gefäß auftauchen in welchem Trugbild versinke ich dann sicherlich nicht in einer Verkettung der Tatsachen in der Vorstellung dessen was einige Minuten zuvor in der Schwebe geblieben ist das ist erledigt nein ich flüchte mich lieber in einem meiner alten Fantasien die mir Geborgenheit geben weit weg von dem realen Ort an dem ich mich befinde mit intensiver und nicht nachlassender Mühe konstruiere ich in meiner Vorstellung die Szene bis in die kleinste Einzelheit vielleicht dass ich von vielen tatschenden Händen in einem Hof zerrissen werde oder auf einem Brachgelände oder auf den Toiletten eines verrufenden Kinos ich erinnere mich nicht genau als Jack seine Hand ausstreckt und ohne die Augen von der Straße zu nehmen blind und ausladend über meine Brust und meinen Bauch streicht und als er meiner Hand das nasse Spielzeug streitig macht zerstört er den reibungslosen Ablauf des Szenarios ich hindere ihn nicht daran am Stadtrand von Perpignan fährt Jack auf einen leeren und hell erleuchteten Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Stil von Sozialwohnungen damit er sich über den Abstand zwischen den Sitzen hinweg zu mir beugen kann wirft er seinen Oberkörper nach vorn wie ein Wasserspeier sein Kopf taucht in meinem Blickfeld auf und verschwindet wieder er reibt mich mit drei oder vier kräftigen Fingern ich mag das Schmatzen der großen nassen Schamlippen das deutliche Geräusch reißt mich aus meinen Fantasien ich strecke meinen Körper nie von Anfang an aus es fällt mir auch nicht leicht ihn den Berührungen hinzugeben bevor ich mich gehen lasse und die Beine weit spreize den Kopf neige die Arme öffne und die Brust hinaus strecke brauche ich Zeit Zeit vielleicht um mich aus der reflexhaften Position mit angezogenen Beinen zu lösen die sich meinem Körper eingeprägt hat seit ich als kleines Mädchen heimlich masturbieren musste Zeit um selbst nachdem ich stundenlang vor einer Kamera verbracht hatte meinen Körper wieder und noch einmal plötzlich zur Gänze zu zeigen ich fürchte nicht die Nacktheit im Gegenteil ich fürchte den kurzen Moment der Enthüllung noch viel weniger zögere ich mich den anderen preiszugeben ganz im Gegenteil kann ich meinen inneren Blick schlecht abwenden und mich selbst sehen dazu muss ich durch den Blick der anderen gehen ich kann nichts sagen da schau ich warte eher dass man mir vorsichtig sagt sieh dich an wie ich dich ansehe ich lasse Jacques machen aber nachdem ich mich wahrhaftig so weit in mich zurückgezogen habe muss ich durch eine Art Fetalzustand gehen um wieder in die Wirklichkeit zu gelangen ich kauere mich zusammen um das steife Glied zu schnappen und an meinen Lippen seine zarte Haut zu spüren die über die Achse gleitet ich kann mich bei diesem Akt genauso gut bewegen wie ich mir auch vorstellen kann total gefüllt zu sein dass mein Körper ganz ausgefüllt und prall gespannt ist wie ein Handschuh bei einer Reihe von Fotos die ein amerikanischer Fotograf schoss und Jahre später in der Zeitschrift Onseeing veröffentlichte sieht man mich ich sehe mich heute erst stehend wie eine Schlafwandlerin auf wackeligen Beinen man könnte sagen ich schwanke neben einem Paar das auf einer Matratze bumst es ist dunkel ich bin scheinbar ganz in schwarz gekleidet das Licht fällt nur auf die Knie des Mädchens und die Fußsohlen des Jungen auf anderen Bildern sitze ich neben dem Paar gebeugt man kann unter den zurückfallenden Haaren meinen Kopf zwischen einem Schenkel des Mädchens und den Lenden des Jungen erraten mit einer Hand spreize ich das Bein ein wenig mehr offenbar will ich lecken was ich von den ineinander steckenden Geschlechtsteilen erhaschen kann wie sehe ich aus wie ein fleißiger Handwerker ein Flaschner ein Tapezierer ein Mechaniker der die Stellen untersucht die er bearbeiten muss wie ein Kind dessen Spielzeug und das Bett gerollt ist und das nun in das schwarze Loch späht um es wieder zu finden wie ein erschöpfter Läufer der sich gerade hingesetzt hat und die Brust einfallen lässt bevor er Atem holt An der Mühe die ich mir mache um offenbar meinen Körper ganz in den Zwischenraum zwischen den beiden anderen Körpern zu zwängen sehe ich dass damit eine große geistige Konzentration einhergeht 4. Details Ich lutsche gern den Schwanz eines Mannes damit wurde ich praktisch zur selben Zeit vertraut als ich lernte die Eichel mit zurückgeschobener Vorhaut zum anderen dem unteren Eingang zu lenken in meiner Naivität glaubte ich zuerst dass Lutschen sei etwas Abartiges ich kann mich noch erinnern wie ich die ganze Sache einer Freundin erzählte sie war zweifelnd und leicht angewidert ich mimte die gleichgültige in Wahrheit war ich aber ziemlich stolz auf meine Entdeckung und meine Begabung die Lage zu meistern diese Begabung ist schwer zu erklären denn jenseits von irgendeinem Stadium der oralen Phase und bevor man großspurig mit einem vollzogenen Akt prahlt den man anormal findet gibt es eine heimliche Identifikation mit dem Glied das man sich zu eigen macht das Wissen dass man sich von den kleinsten Details der Oberfläche und seinen kleinsten Reaktionen durch die gleichzeitige Erkundung mit Fingern und mit Zunge aneignet ist vielleicht im Wissen überlegen dass der Besitzer dieses Schwanzes selbst hat daraus entsteht ein unbeschreibliches Gefühl der Herrschaft eine kleine Vibration der Zunge und schon bekommt man eine übermäßige Reaktion außerdem ist der Eindruck gefüllt zu werden viel stärker wenn man das Ding ganz im Mund hat als in der Scheide das vaginale Gefühl ist diffus es strahlt aus was darin ist scheint zu verschmelzen doch auf den Lippen der Zunge und dem Gaumen bis hin zur Kehle sind die süßen Berührungen der Eichel deutlich spürbar gar nicht zu reden von der Tatsache dass man am Ende das Sperma schmeckt kurz man wird genauso erregt wie man selbst erregt für mich bleibt jedoch geheimnisvoll wie die obere Öffnung auf die untere Öffnung wirken kann wie kann die Wirkung des Lutschens am anderen Ende des Körpers empfunden werden wie können die Lippen die den Penis umschließen ein so außerordentlich hartes Band am Scheideneingang bewirken wenn die Felatio gut ist wenn ich mir Zeit lasse und die Muße habe meine Stellung anzupassen den Rhythmus zu variieren dann spüre ich wie aus einer Quelle außerhalb meines Körpers eine Ungeduld entspringt und eine enorme Muskelkraft an diese nur vage vorgestellte Stelle am Rand der Schlunde strömen lässt der mich über alle Maßen öffnet und sich dort konzentriert die Öffnung eines Fasses zum Bereifen wenn der Ring geschmiedet wird durch die Übertragung der Erregung auf die Klitoris dann begreife ich aber wenn der Befehl vom Mundapparat kommt die Erklärung ist sicherlich in einem mentalen Umweg zu finden ich kann die meiste Zeit die Lieder geschlossen haben doch meine Augen sind so nahe bei meiner sorgfältigen Tätigkeit dass ich trotzdem sehe und das Bild das ich bekomme ist ein mächtiger Auslöser der Lust vielleicht sitzt auch die Fantasie hinter den Augen und das Gehirn hat augenblicklich und vollkommen ein Wissen von dem Objekt das es fast berührt ich sehe zuerst meine eigenen Vorbereitungen um meinen Atem zu regulieren die biegsame Hülle meiner Hand meine Lippen die über die Zähne gezogen sind damit ich ihn nicht verletze meine Zunge die über die Eichel streicht wenn sie wieder aus dem Mund kommt ich beurteile die Bewegungen visuell die ganze Hand die die Lippen begleitet manchmal mit einer leichten Drehbewegung und wieder Druck ausübt auf die dicke Peniswurzel dann trennt sich die Hand von der übrigen Bewegung und reibt heftig mit nur zwei Fingern wie mit einer Zange und reizt das seidige Ende an den Lippen die wieder zu einem weichen Kuss geschlossen sind wenn meine Hand sich löst und der Schwanz bis hinunter zur Kehle dringen kann macht Jacques immer ein deutliches kurzes ha überraschter Erregung auch wenn er das Manöver nur zu gut kennt was wiederum meine eigene Erregung steigert ich versuche den Schwanz einige Augenblicke so zu halten und sogar hinten am Gaumen herumzuführen bis ich fast ersticke und mir Tränen in die Augen steigen oder ich halte ihn mit den Lippen fest und bewege nur meinen Kopf im Kreis dazu muss ich aber sehr fest stehen ich streiche mit den Wangen darüber mit dem speichelnassen Kinn mit Stirn und Haaren und mit der Nasenspitze ich lecke mit großzügiger Zunge auch über die Eier die man auch so gut in den Mund nehmen kann ich verweile länger bei der Eichel kreise mit der Zungenspitze darüber oder sie gibt sich Neckereien am Rand der Vorhaut hin und dann schwupp auf einmal schlucke ich alles und höre den Schrei der sich wie eine Welle auf den harten Ring am Eingang meiner Möse überträgt ich könnte seitenweise darüber schreiben umso mehr als die bloße Erinnerung an diese ameisenhafte Tätigkeit schon die ersten Zeichen der Erregung mit sich bringt vielleicht kann ich sogar eine ferne Entsprechung zwischen meiner Art finden eine ausgefeilte Philatio zu machen und der Sorgfalt mit der ich Dinge beschreibe als ich im Hinblick auf dieses Buch einen Freund befrage mit dem ich vor 28 Jahren die sexuelle Beziehung beendete und ich höre dass er seither nie wieder eine Frau getroffen hat die so gut blasen konnte schlage ich die Augen nieder aus Verlegenheit aber auch um meinen Stolz zu verbergen ich bekam auch andere Anerkennung im privaten oder beruflichen Leben aber ich finde es sollte ein Gleichgewicht geben zwischen der Aneignung von moralischen und intellektuellen Qualitäten die die Wertschätzung der Mitmenschen nach sich zieht und einer dementsprechenden Meisterschaft in den Praktiken die diese Qualitäten in den Wind schlagen sie wegfegen negieren man kann diese Fähigkeit bis zu einem Punkt zeigen wo man es sogar auf sich nimmt dass die Bewunderung die sie hervorruft sich in Hohn verkehrt Erik hätte sich im Cleopatra eines Abends fast an einem Kerl vergriffen ich wollte etwas trinken und der Depp unfähig meinen Durst zu schätzen wie es sich gehörte meinte doch tatsächlich es sei Zeit denn das würde langsam nach verbranntem Gummi riechen der zerstückelte Körper würde ein jeder seinen Körper nach den Angaben seines inneren Auges zeichnen würden wir eine Galerie von Monstern bekommen ich selbst hätte einen Wasserkopf und einen breiten Hintern die beiden Ausbuchtungen wären verbunden durch einen schlaffen Molluskenarm es fällt mir schwer meinen Busen anzunehmen das Ganze ruht auf zwei Pfählen die mich in meinen Bewegungen mehr behindern als tragen mein Hintern ist mein anderes Gesicht Claude sagt mein Kopf sei nicht so schrecklich toll aber welch ein Arsch ich mag es wenn Jack bei der Liebe unterschiedslos den ganzen unteren Teil in den er eindringt Arsch nennt und seine Liebeserklärungen an ihn mit lautem Klatschen auf die Arschbacken begleitet und ich bitte ihn darum wichs mir in den Arsch hört er häufig dann packt er meine Arschbacken und weigt die geschmeidige Masse rundherum so grob durch als würde er zwei Berge Sahne schlagen wenn er dann seine Finger die zu einem Entenschnabel zusammengedrückt sind in den schmalen Gang zwischen Damm und Arschloch schiebt und den Schnabel öffnet dann kann ich es kaum erwarten seinen Schwanz zu spüren wenn er einmal drin ist bewege ich mich heftig ob ich nun auf allen Vieren bin oder ob ich auf der Seite liege ich lasse wild die Taille kreisen und das Klatschen der kräftigen und regelmäßigen Stöße meines Hinterns reißt die vorgestellten stoßartigen Bewegungen meines Mundes und meiner Möse mit ich frage ob ich ihm den Schwanz mit meinem Arsch gut lutsche um mich zu erregen reicht eine einfache Antwort die meinen Namen mit diesem Körperteil verbindet indem ich mich zur Gänze zusammengezogen habe oh Katharin dein Arsch dein Arsch stimulierend wirkt auch auf mich wenn jemand gründlich untersucht was ich selbst nicht sehen kann besser als helles Licht ist ein fokussierter Lichtstrahl zum Beispiel eine schwenkbare Nachttischlampe manchmal schlage ich vor eine Taschenlampe zu nehmen mit einem Blick nach hinten erhasche ich den Blick desjenigen der die Arschfalte betrachtet und das Verschwinden seines kostbaren Fortsatzes beobachtet ich stütze mich auf seine Beschreibung so direkt und ungehobelt sie auch sein mag siehst du meinen Arsch gut? oh ja er ist toll er melkt mir wunderbar den Schwanz aber dieser Hund er kriegt nicht genug ist ein Spiegel da sehe ich von der Seite das Ein- und Auftauchen dessen was aussieht wie ein Stück Treibholz in der Brandung lange Zeit war mir die Stellung auf allen Vieren die Liebste weil ich dieses Gefühl am Arsch so mag dann aber habe ich mir eingestanden irgendwann ist man in Bezug auf die Sexualität immer ehrlich zu sich dass der Schwanz auf diese Weise zwar kräftig und tief stoßen kann doch es ist nicht die Stellung die mich am besten befriedigt nachdem ich also mit dem Hintern den Schwanz geschnappt hatte und aufgespießt und geschüttelt wurde wie ein Staubtuch möchte ich umgedreht und auf den Rücken gelegt werden die Lust mein Hinterteil herauszustrecken ist nicht neu mit sechs oder sieben Jahren tat ich es bei einem Spiel mit meinem Bruder das zum Teil meine Vorgehensweise beim Masturbieren aufnahm das heißt ich schürzte den Rock stopfte die Unterhose in die Rille und in den Schoß und drückte auf der kleinen Bank die Arschbacken nach hinten soweit es ging so wartete ich dass der Kleine auf meinen Rücken stieg das Vergnügen entsprang der Tatsache dass wir beide so taten als ob ich als hätte ich mich aus Gedankenlosigkeit entblößt eher als würde er aus Versehen meinen Hintern berühren normalerweise gibt man die Berührung weiter die man selbst empfängt ich reagierte immer bereitwillig auf die Erwartung von Männern die selbst am Arsch empfindsam waren ich finde es dagegen langweilig die Brust meines Partners zu reizen vielleicht liegt es daran dass man meiner Brust die eher schlaff ist wenig Interesse entgegenbrachte und ich sie nicht spontan dem Blick und der Berührung aussetze viele Männer wollen dass man ihnen die Titten macht ja als Liebkosung diese empfindlichen Stellen sogar zwickt und beißt immer wieder bekam ich Vorwürfe dass ich nicht fest genug zwicke wo mir die Hand schon wehtat weil ich die ganze Zeit mit aller Kraft die Brustwarzen rollte und kniff abgesehen davon dass der sadistische Trieb bei mir der unterentwickelste ist macht es mir auch keine Lust anderen auf diese Weise Lust zu verschaffen ich selbst mag es am liebsten wenn man großzügig über meine ganze Brust streicht vor allem an jenen Tagen meines Zyklus wenn meine Brüste ein wenig schwerer sind und ich sie leicht zittern spüre ich mag es nicht wenn man sie drückt und kneift allerdings spüre ich gern die harten rauen Nippel an meiner glatten Hand aber wenn ich allein bin verschaffe ich mir dieses Gefühl noch durch einen schärferen Kontrast mit angezogenen Beinen reibe ich meine Brüste an den Schenkeln diese Berührung hat eine verblüffende Wirkung als wären es fremde Schenkel als würden sie mir nicht gehören als käme die Berührung von außen schmelze ich jedes Mal überrascht über die samtige Haut der Kontrast zwischen rau und weich erinnert mich übrigens an eine meiner allerersten erotischen Empfindungen die ich als solche erlebte die Eltern schickten meinen Bruder und mich in den Ferien zu Freunden meines Vaters deren zahlreiche Enkel unsere Spielkameraden waren eines Tages war der Großvater krank ich besuchte ihn in seinem Zimmer ich saß auf der Bettkante er musterte mein Gesicht und strich mit den Fingern darüber er bemerkte dass ich ein feines Kiefergelenk hätte doch am Hals angekommen meinte er ich müsse damit rechnen dass ich später einen Kropf bekäme diese widersprüchlichen Bemerkungen verstörten mich er langte unter mein Hemd streichelte meine Brüste die noch kaum hervorstanden ich saß stumm und steif da und er sagte wenn ich eine Frau sei würde es mir viel Spaß machen wenn man meine Titten so streichelte ich regte mich nicht vielleicht drehte ich den Kopf zur Wand als würde ich nicht hören was er da sagte die Schwielen seiner großen Hand reizten meine Haut zum ersten Mal wurde ich mir bewusst dass meine Nippel steif wurden wie er vorausgesagt hatte plötzlich stand ich an der Schwelle zum Frau sein und ich war stolz darauf ein Kind zieht seine Kraft aus der Frage wie sein künftiges Leben aussehen würde ich geriet zwar aus der Fassung durch diese Berührung von der ich noch keinen richtigen Begriff hatte doch ich richtete wieder den Blick auf diesen Mann der da lag und den ich gerne mochte ich hatte Mitleid mit ihm seine Frau war fett und gebrechlich ihre Beine waren übersät mit nässenden Wunden und er musste jeden Morgen und jeden Abend sorgfältig den Verband wechseln gleichzeitig musste ich über sein graues Gesicht und seine Kartoffelnase lachen ich entzog mich sanft am Abend erzählte ich die Geschichte im Bett das ich mit einer seiner Enkelinnen teilte auch sie hatte er angefasst wir unterhielten uns und sahen uns dabei in die Augen um im Blick der anderen das Ausmaß unserer Entdeckung zu messen wir vermuteten richtig dass der Großvater etwas tat was nicht erlaubt war aber das Geheimnis das er nun mit uns teilte war wichtiger als eine Moral deren Sinn uns im Grunde nicht klar war als ich einmal ganz stolz fast prahlerisch in der Beichte von meinen Masturbationen erzählte gab der Priester dazu keinen Kommentar er gab mir wie üblich ein paar Ave und ein paar Vaterunser auf und seine Reaktion war so enttäuschend dass ich ihn von da an nur noch verachtete wie konnte ich ihm da erzählen dass ich durcheinander war weil ein alter Mann seine Hand auf meine Brüste gelegt hatte wenn ich sehe wie der Blick eines Mannes auch nur eine halbe Sekunde dort verweilt wo mein Büstenhalter die Bluse ein wenig aufspringen lässt oder wenn ich ganz allgemein mit einem Mann spreche der mich anstarrt und ganz offensichtlich einen ganz anderen Gedanken verfolgt als das Gesprächsthema verhalte ich mich genauso bescheiden wie damals bei meiner ersten Prüfung mit dem Großvater aus diesem Grund findet sich in meinem Schrank weder ein weit ausgeschnittenes noch ein eng anliegendes Kleid diese Scham wirkt sich auch auf meine Umgebung aus wenn ich neben einer freizügig gekleideten Frau sitze zupfe ich reflexartig an meinem Rocksaum und ziehe die Brust ein in solchen Situationen fühle ich mich so unwohl als wäre ich in diese Frau geschlüpft und als würde sie meinen Körper entblößen außerdem fühle ich mich unwohl wegen meiner oben beschriebenen Neigung ohne abzuwarten gleich aufs Ganze zu gehen indem ich meine Kleidung zurecht ziehe halte ich mich also zurück meine Hand zwischen den halb entblößten Busen gleiten zu lassen und ihn ganz zu enthüllen dennoch trug ich lange Zeit überhaupt keine Unterwäsche ich habe vergessen warum ich es mir abgewöhnt hatte sicherlich nicht weil ich den Feministinnen folgte die forderten dass man den BH in den Orkus werfen sollte diese Einstellung habe ich nie vertreten aber vielleicht folgte ich demselben Geist wenn ich nicht auf ein verführerisches Accessoire zurückgreifen wollte das kann natürlich genau die umgekehrte Wirkung haben eine Brust die man nackt unter dem Kleid erahnen kann ist genauso aufreizend wie eine Brust die durch einen BH hervorgehoben wird aber sie ist natürlich wenigstens glaubte ich mich gegen den Verdacht zu wappnen eine Eroberungsstrategie zu verfolgen so legte ich auch den Slip ab jahrelang musste ich abends den Zwickel der Hose waschen die ich tagsüber getragen hatte wo es doch viel schneller gegangen wäre einen Slip in die Waschmaschine zu stecken aber ich fand es einfacher die Kleider direkt auf der Haut zu tragen das schrieb mir ein gewisser Minimalismus fast Funktionalismus vor das Prinzip nach dem ein freier Körper sich nicht schmücken muss dass er jederzeit bereit ist dass man keinerlei Präliminarien durchlaufen keine Spitze enthüllen nicht an den Schließen des BHs herumfummeln muss zusammenfassend kann ich sagen dass ich es nicht gut leiden kann wenn ein Mann eine Frau anmacht indem er sie mit Blicken auszieht ich mag es mich richtig auszuziehen am besten mit einer einzigen Bewegung ich liebe es beim Ausziehen von weitem den verheißungsvollen Schwanz zu betrachten nach der Theorie der Gestaltpsychologie erscheint er mir riesig groß im Verhältnis zum Körper der in seinem manchmal etwas lächerlich wirkenden halbnackten Zustand und durch seine skurrile Isolation mitten im Zimmer fast geschwächt wirkt dicker jedenfalls als wenn ich nur den Schwanz vor Augen habe genauso kann es auch sein dass ich mich plötzlich der Umarmung entziehe dass ich aufstehe und mich zwei Meter entferne die Hände auf die Arschbacken lege sie so weit es geht spreize und den bräunlichen Krater des Arschlochs und das hellrote Tal der Vulva in der gleichen Fluchtlinie den Blick aussetze wie bei einer Einladung die eine verzwungene Wendung nimmt und man sagt diese Früchte müssen sie kosten sage ich du musst meinen Arsch sehen und dann wackele ich mit dem Arsch weil die Dinge reizvoller sind wenn man sie bewegt meinen Arsch zeigen und mein Gesicht sehen nur weniges kommt der Lust an dieser doppelten Polarisierung gleich das Bad ist der ideale Ort das Waschbecken gibt guten Halt um die Stöße ins Hinterteil abzufangen und ich kann immer wieder schonungslos hell erleuchtet ein Gesicht im Spiegel sehen das sich auflöst in Umkehrung zum unteren Teil meines Körpers der ganz in Bewegung ist die Wangen eingefallen der Mund weit offen wie ein Automatenfach das aufgesprungen ist und nicht mehr zugeht es könnte das Gesicht einer Toten sein wenn dieser Blick nicht wäre der in unerträglicher Kraftlosigkeit verschwimmt wenn ich ihm begegne und dann schließe ich halb die Lieder verschleiere den Blick suche ihn dann kommt die Landung ich halte sein Spiegelbild fest und weiß sicher jetzt komme ich zum Höhepunkt er ist der Siphon durch den ich mein Sein entleere ich kann mich in dieser Erlarmung nicht wiedererkennen und weise ihn sogar mit einem Gefühl der Scham zurück so bleibt die Erregung auf einem Maximum so wie die Multiplikation von zwei negativen Zahlen ein positives Produkt ergibt ist diese Lust nicht das Produkt einer Loslösung von sich selbst wie man so oft sagt sondern der Verbindung dieser vorweggenommenen Loslösung mit dem Schrecken den sie in einem Anflug der Besinnung hervorruft im Bad bringe ich mich manchmal allein bis zu diesem Punkt der Lust ich lege eine Hand auf den Waschbeckenrand und reibe mich mit der anderen dann beobachte ich mich aus den Augenwinkeln im Spiegel ein Pornofilm hat mich beeindruckt der Mann nahm die Frau von hinten die Kamera war ihr gegenüber ihr Gesicht war im Vordergrund durch den Druck der auf ihren ganzen Körper ausgeübt wurde hatte sie das Gesicht nach vorn geschoben und es war so entstellt wie jedes Objekt das zu nahem Objektiv ist man hörte die Ausrufe des Mannes schau schau in die Kamera und der Blick der Frau traf den Blick des Zuschauers ich frage mich ob er sie nicht auch noch an den Haaren zog damit sie den Kopf mehr anhob diese Szene inspirierte mich sehr zu kleinen Geschichten die mich bei der Masturbation unterstützen im wirklichen Leben verschaffte mir ein Mann den ich nur einmal traf so eine große Lust dass ich mich heute noch genau daran erinnere und zwar bat er mich bei jedem Stoß seines Schwanzes flehentlich sie mir in die Augen ich tat es und wusste er war Zeuge der Auflösung meines Gesichts die Fähigkeit im Anderen aufzugehen ich würde nicht den Beruf ausüben den ich ausübe und ich wäre übrigens auch nicht imstande heute alle diese Notizen zusammenzutragen wenn ich nicht über eine gewisse Beobachtungsgabe verfügte eine Gabe deren ich mich umso besser bedienen kann als sie mit einem starken Über-Ich zusammen geht ich lasse mich nicht leicht gehen und in den Momenten wo man angeblich ganz selbst vergessen ist liege ich oft noch auf der Lauer ich habe meinen Partnern immer sehr viel Aufmerksamkeit entgegengebracht natürlich nur jenen an deren Namen ich mich erinnere aber egal wie eng meine Beziehung zu ihnen war ob es eine vorübergehende Bekanntschaft oder eine dauerhafte Verbindung war diese Aufmerksamkeit dürfte derselben Wahrnehmungsstruktur angehören wie die Konzentration mit der ich ein Gemälde betrachte oder die Fähigkeit in der Metro im Restaurant oder in einem Wartesaal buchstäblich in der Betrachtung meiner Nachbarn zu versinken eine Aufmerksamkeit die mein Können bewirkt hat ich rühme mich ziemlich gut zu sein und wenn ich es geworden bin dann weil ich immer die Wirkung meiner Handlungen abgewogen habe wie ich am Anfang dieses Kapitels schrieb schlüpfte ich immer gleich in die Haut des Anderen um selbst zu spüren was der Andere spürt und das ist nicht nur dahingesagt ich habe mich schon dabei ertappt wie ich nervöse Ticks oder spezielle Ausdrucksweisen anderer Leute nachahmte das heißt auch dass ich oft mein eigenes Vergnügen hinten anstellte es hat lange gebraucht bis ich herausfand welche Berührungen welche Stellungen mir am angenehmsten waren ich würde sogar sagen mir war nicht von Anfang an ein Körper geschenkt der Lust empfinden konnte zuerst musste ich mich im wahrsten Sinne des Wortes blindlings in die sexuelle Aktivität stürzen um mich so weit zu vergessen dass ich mit dem Anderen verschmolz und nach der Häutung als ich diesen mechanischen Körper ablegte der mir bei der Geburt gegeben wurde einen anderen Körper anlegen konnte einen Körper der geben und nehmen kann in wie vielen beobachteten Gesichtern war ich in der Zwischenzeit aufgegangen bis auf wenige Ausnahmen erinnere ich mich ziemlich genau an die Körper meiner hauptsächlichen Partner und auch an ihren Gesichtsausdruck in jenem Moment da der andere Teil ihres Wesens verschwand Es missfällt mir nicht dem Schmutz zu frönen oder erniedrigt zu werden das nährt meine Fantasie Ich war noch nie von einer Arschfalte abgestoßen die ich mit der Zunge kitzelte Hm das riecht nach Scheiße höre ich mich sagen aber das ist gut Auch habe ich immer gern die läufige Hündin gespielt Ich bin überhaupt nicht von einem wie auch immer gearteten ein wenig hinfälligen Körper angeekelt Natürlich finde ich es schön einen Körper zu umarmen der so hart ist wie ein gut gewichster Schwanz Aber ich finde es genauso schön mich unter den Schmierbauch eines Mannes zu schmiegen der in einer weiblichen Stellung darauf wartet dass ich es ihm mit dem Mund mache Ich weiß es auch zu schätzen wenn ein Mann sich die Mühe macht mit geübten Fingern meine Schamlippen zu spreizen und sich Zeit nimmt als Kenner zu bewundern was er da entblößt hat bevor er mich mit solch beispielloser Präzision reibt dass ich es bald kaum mehr aushalten kann Doch auch der ist ebenso willkommen der ohne große Rücksicht meine Hüften packt wie die Reling eines schaukelnden Boots Der der mich besteigt mit dem fernen Blick eines Tieres das sein Weibchen bespringt Der der sich halb auf meinen Rücken legt und sich so in meinen Arsch krallt dass ich am nächsten Morgen einen blauen Fleck habe und den es nicht im geringsten schert dass ich das Gleichgewicht halten muss obwohl ich einen schrecklichen Krampf in den Schenkeln habe die das Gewicht der beiden Körper tragen müssen sich gehen lassen danach nur noch eine zermalmte Masse sein aufs Bett fallen sich umdrehen und nicht mehr Reaktionen zeigen als ein Teigklumpen Ungestallte Stütze einer fieberhaften Aktivität vergessen dass das Fleisch eine spezifische Form haben kann sehen wie die Brüste mit der Bewegung gehen gewiegt wie Wasser in einem Boot oder wie das Fettgewebe des Hinterns sich unter knetenden Händen zusammendrückt in jenen Momenten muss ich mit einem Blick der über meinen dahingegossenen Körper schwebt das Gesicht des Arbeiters erhaschen der bei seiner sturen Arbeit ganz stumpfsinnig wird dieses Gesicht kennt keine selige Verzückung es würde mir Angst machen wenn dieser lahme Vogel der ich bin Angst hätte vor der Vogelscheuche ein Auge ist halb geschlossen in einem Krampf der nur eine Gesichtshälfte befällt das habe ich schon bei Menschen gesehen die Opfer eines Überfalls wurden der Mundwinkel der gleichen Gesichtshälfte hängt herab und entblößt das Zahnfleisch doch ich habe vor dieser Grimasse keine Angst denn sie drückt keinen Schmerz aus sondern eine fürchterliche Anstrengung eine übermäßige Hartnäckigkeit und ich bin stolz dass ich diese Kraft aushalten kann Geduld über einen weiten Lebensabschnitt habe ich ganz naiv gefögelt mit Männern zu schlafen war für mich eine natürliche Sache und beschäftigte mich nicht groß von Zeit zu Zeit bekam ich einige der damit verbundenen psychischen Probleme sich betrogen fühlen verletzte Eigenliebe Eifersucht aber sie gingen einfach in die Bilanz von Soll und Haben ein ich war nicht sehr gefühlsduselig ich brauchte Zuneigung und Fancy doch ich hatte nie das Bedürfnis auf sexuellen Beziehungen Liebesgeschichten aufzubauen wenn ich in jemanden verknallt war wusste ich immer dass ich einem Scham erlag einer körperlichen Verführung ich wusste auch dass manche Beziehungen grotesk waren aber ich verlor mich nie darin ich hatte gleichzeitig eine Beziehung zu einem älteren und zu einem jüngeren Mann und es gefiel mir von der Rolle des kleinen Mädchens in die Rolle der Beschützerin zu wechseln wenn ich mich darüber beklage wie schwierig es war vier oder fünf Beziehungen gleichzeitig auf die Reihe zu bekommen sagte ein guter Freund dass nicht die Anzahl das Problem sei sondern es sei schwierig eine Balance zu finden und er riet mir mir noch einen sechsten Liebhaber zu nehmen ich war daher fatalistisch eingestellt auch die Qualität der sexuellen Beziehung kümmerte mich nicht wenn der Mann mir keine große Lust verschaffte oder wenn er mir sogar Unlust verursachte oder wenn er Dinge von mir verlangte die nicht sonderlich nach meinem Geschmack waren spielte das keine große Rolle in der Mehrzahl der Fälle überwog die freundschaftliche Seite der Beziehung selbstverständlich kann auch die Freundschaft zu einer sexuellen Beziehung führen das gab mir eher Sicherheit denn ich brauchte die Anerkennung meiner ganzen Person ob ich dabei unmittelbare sinnliche Befriedigung fand war zweitrangig auch das war in der Bilanz ausgeglichen ich übertreibe nicht wenn ich sage dass ich bis etwa 35 nicht davon ausging dass meine eigene Lust Zweck einer sexuellen Beziehung wäre ich hatte es nicht begriffen meine wenig romantische Veranlagung hinderte mich nicht reichlich ich liebe dich zu verteilen immer nur genau in dem Moment da der Motor im Unterleib meines Partners aufheulte oder ich rief wieder und wieder seinen Namen ich weiß nicht wie ich auf die Idee kam es könnte ihn anfachen seine Lust auf den Höhepunkt zu treiben ich war umso großzügiger mit diesen rein zweckmäßigen Liebeserklärungen als sie für mich keinerlei tiefere Bedeutung hatten und ich sie nicht unter irgendeiner Gefühlsaufwallung aussprach nicht einmal in der Ekstase die solche Gefühle mit sich bringen könnte ich wandte einfach mit kühlem Kopf eine Art technischen Trick an doch mit der Zeit verzichtet man auf solche Kniffe Romain war ein junger sehr sanfter fast Trägermann hinter einer sehr männlichen Erscheinung mit einem Perfekto auf einem ungebügelten Junggesellen T-Shirt auch er wohnte in einem Zimmer in Saint-Germain-des-Prés im kahlsten Zimmer das ich kenne wir fügelten mitten im Zimmer auf einer Matratze direkt auf dem Teppichboden und das Licht der Deckenlampe schien mir ins Gesicht das erste Mal starrte ich immer in die Glühbirne und merkte gar nicht dass er gespritzt hatte seine Brust lag auf der Meinen ohne schwer zu sein sein Kopf war zur Seite gedreht ich spürte nur ein paar Strähnen seiner langen Haare auf Mund und Kinn ich hatte kaum gespürt wie er in mich eingedrungen war und ein paar schwache Stöße gemacht hatte auch ich blieb reglos und verlegen liegen ich wollte ihn nicht stören falls er noch nicht fertig war doch hätte ich mich in diesem Fall nicht besser bemerkbar machen und ihn wieder in Schwung bringen sollen und wenn ich mich bewegte und die Sache vorbei wäre würde ich dann nicht dumm dastehen weil ich es nicht gemerkt habe dann spürte ich wie etwas an meinem Schenkel hinunterlief ein bisschen Sperma aus meiner Scheide Romains Glied war normal groß es wurde normal steif aber es war völlig passiv wenn ich diesen Schwanz personifizieren wollte würde ich ihn mit einem Neubekehrten vergleichen der sich nicht vom Fleck rührt wenn alle Teilnehmer einer Zeremonie aufstehen und man hatte genauso wenig Lust ihm deswegen Vorwürfe zu machen wie einem unbeholfenen Neuling wenn ich meine Beine unter ihm spreizte empfand ich es fast als Luxus nicht zu spüren nichts Angenehmes aber auch nichts Unangenehmes in bestimmten Situationen kann ich eine ungewöhnliche Geduld an den Tag legen ich habe ausreichend Ressourcen um still meinen Geist freischweifen zu lassen und zu dulden dass andere ihr Leben an meiner Seite leben ohne zu murren kann ich Eigenarten kleine Herrschsüchtigkeiten und auch offene Angriffe ertragen und kann lange Zeit warten bis es vorbei ist ich lasse die anderen machen und mache selbst was ich will rückblickend wird mir klar bis zu welchem Punkt ich mich in sexuellen Beziehungen geduldig zeigen konnte ich hatte keine Gefühle ich sorgte mich nicht und ich führte jedes Ritual bis zum Ende ich teilte den Geschmack des anderen nicht ich nahm keinen Anstoß ich war gefügig und so weiter ich war gleichgültig weil ich mich geistig so gut in meinem Inneren abgekapselt hatte dass ich meinen Körper beherrschte wie ein Puppenspieler seine Marionette ich traf mich weiterhin mit Romain weil er ein Schlingel von der sanften Sorte ist hatte Erfolg bei Frauen und ich stellte mir gern die Überraschung oder die Enttäuschung derer vor die glaubten nur sie hätten eine Affäre mit ihm ich sah den entsetzten Blick so einer Frau der in meinen Augen den Trost suchte den es mit sich brachte eine enttäuschende Erfahrung zu teilen aber Romain er bewegt sich doch gar nicht ich hörte mir mit der Gelassenheit einer Weisen an was die verblüffte Frau mir anvertraute ich sagte schon dass ich mich manchmal in Gesellschaft langweile und mich entziehe indem ich mit einem Verschwinde und Vögeln gehe aber manchmal langweilt man sich auch beim Vögeln doch diese Langeweile kann ich besser ertragen ich kann geduldig sein bei einem Kunilingus der mich nicht erregt ich kann mich zurückhalten einen Finger an die richtige Stelle zu legen der hartnäckig nicht die Klitoris reibt sondern an der Seite wo es ein wenig weh tut und ich bin zufrieden wenn der Partner kommt auch wenn ich selbst nicht viel davon habe auf lange Sicht sind diese Halbheiten alle langweilig ich kann all das ertragen von dem Zeitpunkt an da man mich zum Essen zu ausgefallenen Leuten mitnimmt wo ich mich in der Wohnung bewegen kann deren Einrichtung mir gefällt und wo ich mir ausmalen kann dass ich dort ein anderes Leben führte der Lauf meiner Gedanken ist so losgelöst von den wirklichen Dingen dass sie sich von einem Körper nicht stören lassen wenn dieser von einem anderen umarmt wird und meine Gedanken sind umso freier je mehr sich der andere mit meinem Körper beschäftigt die verschiedenen Ausdrucksformen der Lust von der Lust der höchsten Lust zu berichten ist besonders heikel wird sie denn nicht gemeinhin einem Austreten aus sich selbst und der Welt und daher auch aus der Zeit gleichgesetzt und gibt es nicht die zusätzliche verwirrende Schwierigkeit etwas identifizieren und wiedererkennen zu wollen für das man noch keine oder nur eine unzulängliche Beschreibung hat einen großen Teil meines Lebens vögelte ich immer mit der gleichen unterschiedslosen Lust zunächst muss ich einräumen dass für mich die ich viele Partner hatte kein Orgasmus sicherer ist als der den ich mir allein mache ich kann das Aufsteigen der Lust auf eine Viertelsekunde genau bestimmen was ich nicht kann wenn ich auf die Entwicklung der Lust beim anderen Rücksicht nehmen muss und wenn ich nicht von meinen eigenen sondern von seinen Bewegungen abhängig bin ich mache nur eine Geschichte aus nehmen wir an ich sei eine Pornodarstellerin die aus einem Dutzend Partner wählen muss die nackt in einer Reihe stehen in meinen Fantasien schreite ich sie ab wie ein Offizier sein Regiment inspiziere sie nacheinander befühle ihr Ding und reibe mit der Spitze des Mittelfingers meine klebrige Klitt ich lauere wie sie anschwillt manchmal finde ich dass sie sich nicht weiter aufrichtet wie ein junger Trieb in Wirklichkeit schwellen unter meiner Hand der ganze Venus-Hügel und die ganze Vulva und ich kann drei Sekunden die kreisförmigen Bewegungen aussetzen und schnell alles drücken wie eine reife Birne ich fahre fort mit meiner Geschichte ich entscheide mich für einen Mann und ziehe ihn am Schwanz zu einer Art Massagebank ich lege mich hin die Möse an der Kante in diesem Moment kann die Erregung sehr stark sein die Einleitung hat allerdings schon ziemlich Zeit gekostet sechs acht Minuten oder noch mehr die Erregung sitzt an einer bestimmten Stelle ist wie ein Gewicht das meine Scheide nach unten zieht und sie zu verschließen scheint wie die Blende eines Objektivs ich weiß jedoch woher weiß ich es von der spontanen und exakten Messung der Erregung weil sie an eine Überreizung grenzt und nur in eine bestimmte Zone zu verorten ist wegen der Tatsache dass mir nicht diese Stellung mit dem imaginären Partner die Illusion schenkt zu kommen jedenfalls weiß ich wenn ich weitermache kommt der Orgasmus nicht oder nur sehr schwach also halte ich einfach in der Bewegung inne und gehe in meiner Geschichte zurück ich lutsche ein paar steife Schwänze bevor ich einen auswähle wieder zurück auf die Massagebank es kann mehrere solche vor und zurück mit kleinen Varianten geben dieses Mal sind es zwei oder drei Jungs die in meiner Möse kurz aufeinander folgen der Druck des Fingers steigert sich die Klitoris gleitet auf hartem Grund hin und her einem Knochen ich stelle mir vor wie einer dieser Jungs mich durchfickt ich reibe wild es kann sein dass ich spreche leise aber hörbar Rudimente eines aufgeilenden Dialogs von mir gebe du bist toll komm schon dann kommt der Moment und der Geist leert sich das Dutzend Hengste geht ab ich verziehe das Gesicht vor Anspannung stoße ein unanständiges Stöhnen aus ein Bein wird steif aber in einer unerwarteten Verrenkung knete ich manchmal reflexartig mit der freien Hand eine Brust der Orgasmus ist das Produkt einer Entscheidung ich sehe ihn kommen wenn man das so sagen kann außerdem habe ich oft wirklich die Augen offen blicke starr vor mich hin sie sehen nicht die Wand oder die Decke sie sehen ein fantastisches Röntgenbild wenn es gut ging kommt die Lust von weit her ganz hinten aus dem langen Schlauch mit den noppigen grauen Wänden und sie pflanzt sich fort bis zum Eingang der sich öffnet und schließt wie ein Fischmaul alle anderen Muskeln sind entspannt es kann sechs sieben Kontraktionen geben im Idealfall warte ich einen Moment streiche über die Vulva und rieche an meinen Fingern um den süßlichen Duft zu genießen ich wasche mir nicht die Hände das einsame Vergnügen ist beschreibbar die Lust beim Zusammensein entzieht sich der Schilderung im Gegensatz zu dem was passiert wenn ich mir selbst einen Orgasmus mache sage ich mir nie wenn ich mit jemandem zusammen bin jetzt kommt's kein Auslöser kein Blitz eher das langsame Eintauchen in einen schmelzenden Zustand puren Empfindens das Gegenteil einer lokalen Narkose die die Empfindsamkeit unterdrückt den Geist jedoch nicht betäubt ist mein ganzer Körper nur noch der Rand einer klaffenden Spalte während das Bewusstsein benebelt ist selbst wenn ich mich von selbst noch bewege dann geht es automatisch auch wenn ich in einem letzten Reflex von Soziabilität noch fragen kann es macht doch nichts wenn ich mich nicht mehr bewege ist es die Fülle? eher ein Zustand kurz vor der Ohnmacht das Gefühl der Körper leert sich eine Belagerung ja aber der Leere mir ist fast kalt als würde alles Blut aus mir herausfließen es schießt nach unten ein Ventil ist aufgegangen aus dem ich austreten lasse was aus meinem Körper eine kompakte Masse machte und ich höre das Geräusch dieser Austreibung bei jeder Wiederaufnahme des Glieds in diese weiche Tasche die ich geworden bin gibt die Luft die es vertreibt einen klaren Laut von sich ich schreie schon lange nicht mehr seitdem ich das Baby der Nachbarn aufgeweckt habe und die Eltern im Protest an die Wand trommelten der Freund bei dem ich damals war hat mich einige Tage später missmutig angerufen und gemeint ich habe mich bei einem befreundeten Arzt erkundigt es ist ein Zeichen von Hysterie wenn man so schreit diese Angewohnheit habe ich abgelegt ohne dass ich mir dessen bewusst geworden wäre danach erinnerten mich die Schreie anderer Frauen oft an die eher gezielten als spontanen Schreie der Voltigeure die in der Manege an mir vorbeireiten hätte der befreundete Arzt seine Diagnose korrigiert oder revidiert wenn er gewusst hätte dass über einen längeren Zeitraum meine Partner nach der Liebe einen Körper auf dem Tisch auf dem Bett oder auf dem Boden liegen ließen der so starr war wie eine Leiche zum Glück war das nicht immer so soweit ich mich erinnere war es so wenn die Lust übersteigert war ich bekam einen Anfall von Starre Angst hatte ich nie es ging schnell vorbei das gleiche Symptom trat einmal bei einer Abtreibung auf der Gynäkologe sagte ich hätte Calciummangel es war auch nicht schmerzhaft es war wie der Beweis dass etwas Unfassbares in meinem Körper geschehen war dass mein Körper nicht mehr mir gehörte die Starre zögerte die Lethargie hinaus ich fragte mich ernsthaft ob zu diesem Mineralienmangel nicht noch etwas Unbewusstes hinzukam hielt ich meinen Körper vor oder nach dem Orgasmus zurück um ihn zu verhindern oder um ihn zu verlängern das Symptom verschwand wieder und ich vergaß eine Antwort auf diese Frage zu suchen darauf folgte dann eine umgekehrte Reaktion anstatt mich am Rand des Abgrunds zusammenzukrampfen versinke ich in Tränen ich löse die Spannung indem ich offen heraus und laut schluchze ich heule wie man eigentlich als erwachsener Mensch nie heult das Herz schwer vom Weltschmerz wenn die Spannung außergewöhnlich stark war habe ich zweifellos einen längeren Weg als andere um in Ekstase zu gelangen und dann schluchze ich wie ein erschöpfter Sportler der seine erste Medaille bekommt einige Partner waren erschrocken sie dachten sie hätten mir wehgetan doch meine Tränen sind Tränen verzweifelter Freude alles wurde losgelassen aber dieses alles war nur das der Körper den ich hingab war nur ein Windhauch und der den ich liebte ist immer noch Lichtjahre entfernt wie soll man in so einer Not seiner Verzweiflung nicht freien Lauf lassen nicht die heftigen Stöße der Männer wühlen mich so tief auf man muss sie dämpfen und wenn ich ganz zermalmt auf der Matratze liege fühle ich mich bleischwer wenn ich lange geliebt wurde ziehe ich ein paar ganz leichte Bewegungen vor die mir im Gegenteil den Eindruck vermitteln als würde ich nichts wegen einmal wurde ich göttlich gefickt ich erinnere mich an die kurze Bewegung eines Mannes der viel größer war als ich er schob seine Hand unter meinen Rücken und tätschelte mein Kreuz seine Zärtlichkeit war so gezielt dass sie maschinell war ein Gerät zum Ausklopfen von Staub macht die gleichen Bewegungen ein paar Klapse hoben mich an wie eine Böe ein Blatt Papier dadurch schob sich meine Möse wieder ein paar Millimeter weiter über sein Glied das war genug Bilder ich bin mittelgroß mein Körper ist gelenkig man nimmt mich und ich drehe mich in alle Richtungen am meisten erstaunt mich diese Beweglichkeit wenn ich sie auf einem Video sehe normalerweise fühle ich mich so unbeholfen so linkisch ich habe praktisch seit meiner Jugend nicht mehr getanzt und ich kann auch nicht mehr als drei Schwimmzüge im Meer machen dass ich dieses harmlose Reptil nicht mehr wiedererkenne dass sich streckt wieder zusammenzieht dass schnell und bereitwillig auf alle Bitten reagiert ich liege auf der Seite wie eine Odaliske die Beine leicht angezogen um das Wonnegebirge in den Vordergrund zu recken den Blick in die Richtung gewandt wo sich dieses Gebirge darbietet die halboffene Hand erwartungsvoll am Mund dann immer noch auf der Seite liegend beuge ich mich mehr um einen besseren Zugang zu bieten schraube die Taille eine Vierteldrehung nach hinten dadurch wird der Oberkörper herausgedrückt der Hals gestreckt damit ich mich mit einem Blick vergewissern kann dass die Spalte ganz offen ist in dieser Stellung kann ich kaum etwas tun das Tier tut so als sei es ein lebloses Objekt der Mann beugt meine Hüften mehr und schiebt ein Bein in das Dreieck es sieht so aus als würde er ein Paket zusammenklopfen damit er es besser packen kann er hält mit fester Hand meine Beine in dieser Stellung und schüttelt heftig das Ding vor ihm das geschmeidig gegen seinen Bauch springt ich mag diesen Zustand der Reglosigkeit auch wenn meine Möse von der Seite nicht sehr empfänglich ist auch wenn sich dann der Mann auf die Seite legt und gewissermaßen den oberen Strich eines T formt dessen Schaft ich bin auf dem Rücken liegend ein Bein über seiner Taille das andere über seinem Schenkel dann werde ich zu einem Tier zu irgendetwas zwischen einem Frosch und einem Käfer auf dem Rücken der mit seinen Beinchen strampelt dennoch ist es mir lieber wenn ich von vorn genommen werde dann kann ich die Stöße des Schwanzes besser aufnehmen und ich bekomme mit was passiert wenn ich den Kopf hebe und bei Bedarf meine Knöchel oder Waden halte kann ich verfolgen was sich im Rahmen meiner weitgespreizten Schenkel abspielt ich kann auch wieder die Initiative ergreifen zum Beispiel kann ich den Rücken durchdrücken und das Becken heben und bewegen so sehr ich kann die Beziehung zwischen den Elementen kehrt sich um nicht mehr der Pfahl wird in die Erde getrieben sondern die Erde wackelt um ihn zu verschlingen ich liege wieder flach auf den Rücken gezogen wie ein totes Gewicht von neuem Verdinglicht später im Film sehe ich wie ich die Form meiner umgekippten Vase annehme das Becken ist auf der Höhe der Knie die vor das Gesicht gezogen sind die geschlossenen Schenkel am Torso formen einen Kegel der sich zum Hintern hin weitet und dessen Rand sich nach einer doppelten Verdickung jäh verjüngt die Hüftknochen und ganz genau den Weg freilässt für den eintauchenden Knüppel die Lust ist flüchtig denn der Körper der ganz zermalmt durchwühlt gedreht und gewendet wurde schwindet der Körper der einen Höhepunkt erreicht hat ist in verborgenen geheimnisvollen Stellen seiner selbst versunken so wie der Körper eines Pianisten sich auf seine Finger konzentriert und die Finger des Pianisten drücken sie auf die Tasten für Augenblicke scheint es nicht so auf einem Video wichse ich mich mit luftleichter Hand jemand meinte wie ein Gitarrist meine Finger sind locker sie schweben auf der schwarzen Wolke mit der Regelmäßigkeit eines Pendels aber ihre Bewegungen sind gezielt wenn ich nicht allein bin und weiß dass meine Finger bald ein größeres Gerät ersetzt reibe ich niemals sehr stark und genieße diese Zartheit ich stecke die Finger beim Masturbieren nie in die Möse es reicht mir wenn ich ganz leicht mit dem Mittelfinger eintauche und den Vorhof feucht mache wenn die Bewegung ein wenig hartnäckiger wird zieht sich die feine Haut an der Innenseite der Schenkel zusammen ich sehe dass ich das Geschlecht des Anderen auf dieselbe Weise berühre wenn ich blase schütze ich die Schwanzwurzel und die Hoden mit derselben Bewegung mit der ich auch einen Vogel oder eine Eidechse fange die Großaufnahme zeigt einen vollen Mund und offene Augen die aus dem Bildschirm blicken dieser Blick ist beherrscht bei einer anderen Szene sind Lieder und Mund geschlossen die Eichel streicht über die Lippen ich sehe aus als würde ich tief schlafen während ich zweifellos sehr darauf achte in der Achse zu sein weiter vorn will ich mich der Eichel darbieten ich öffne meinen Schoß und ziehe die Schamlippen behutsam auseinander ich weiß wie verletzlich das Ding ist das ich mir da reinschieben will ein anderer Film zeigt meinen ganzen Körper wie man ihn in Kleidern bei irgendwelchen Alltagsbeschäftigungen niemals sieht 20 Mal ließ mich Jacques der selbsternannte Regisseur in einem durchsichtigen schwarzen Leinenkleid die Treppe hinauf und hinuntersteigen die zu dieser Abendstunde wenig benutzt wurde als würde ich ein normales undurchsichtiges Kleid tragen und als würde mir eine Röntgenkamera folgen kann man die pumpende Bewegung des Hinterns sehen wenn ich mit dem Rücken zum Objektiv stehe und von vorn sieht man das Zucken der Brüste wenn ich mit dem Fuß auf die Stufe trete während das Vlies zu einem großen Schatten verschwimmt wenn es am Stoff reibt man sieht zwar die kompakte Masse des Fleisches aber die Silhouette verschwindet in der folgenden Szene will Jacques dass ich mich in die Bude setze wo die Concierge tagsüber immer sitzt erst soll ich die Corsage bis zur Taille herunterstreifen dann das Kleid ausziehen und schließlich richtig Concierge spielen ach wenn man doch nur so seiner Arbeit nachgehen könnte mit nichts am Leib nicht nur des Gewichts der Kleider auch des Gewichts des Körpers das sie mit sich bringen könnte man sich entledigen ich gebe zu dass Jacques mir eine Rolle zudenkt die meinen Fantasien so sehr entgegenkommt dass ich mich entgegen meiner Art sorge dass es mich fast verlegen macht nackter zu sein als nackt wir gehen in die Wohnung zurück dort jedoch hebt sich mein Körper gut vom weißen Sofa ab in der Mitte bewegt sich langsam die Hand beschwert mit einem großen Ring dessen glitzern allein das saubere Bild besudelt die weitgespreizten Beine und Schenkel bilden fast ein Quadrat das sehe ich heute doch ich weiß dass auch der Mann an der Kamera das sieht als er zu mir kommt ohne die Kamera loszulassen meine Hand nimmt und seine Hand in meinen Schoß gleiten lässt ist dieser so geschwollen wie nie der Grund war augenblicklich klar dass mein echter Körper ganz mit seinen vielen flüchtigen Bildern zusammenfiel bereitete mir schon die höchste Lust dazu